Yeah Jetzt passts So hey Freunde, ihr seht es wir sind alle live wir sind alle da Wir sind alle da Oh mein Gott Ja, wir sind nicht live, aber ich meine wir sind alle E-Echtzeit hier Ayles is endlich da Da is сор Das verlorene Kind Schneile Oh mein Gott Wir haben's geschafft Und darauf erstmal im Zu summarize Zu Okay, du bist noch nackt bei mir Wer war's? Ich Switch Mein Chat fragt sich auch was mit welchen Leuten ich abhänge. Jaja. Zuuu. Das ist dumm, Alter. Ich war den ganzen Stream lang nur noch Zuuu. Ja, Mann. Nach jedem Gegner oder so, nach jedem Kill. Zuuu. Hör auf, mein ganzer. Mein ganzer Chat ist beim Zuuu. Junge, hör auf jetzt. Leute, alles Zuuu in den Chat. Zuuu in den Chat. Oh mein Gott. Wir haben es endlich geschafft. Seid ihr ab, dass es losgeht? Das ging ja auch ruckzuck. Oh mein Gott. Leute, darauf bitte alle erstmal ganz heroisch an die Klippe. Oh yes, Alter. Sieht das geil aus. Ich muss kurz was sagen. Ich versuch nochmal den Trick. Warte. Das kriegst du aber eh nicht hin. Easy, easy. Lilo, kannst du eigentlich die Rute hier auf den Boden schmeißen? Ne. Achso, warte mal. Gute Frage. Was passiert dann? Aber dann seht ihr es nicht. Wir können den nicht aufnehmen, okay. Ich hab hier leider keine. Kriegt es hin, easy. Wir haben es endlich gefixt bekommen. Achtung. Ich sag doch, ihr kriegt es nicht hin. Ja, aber es ist so ein komisches Zeitfenster. Weißt du. Ich hab in die falsche Richtung geswitcht. Ich hab in die falsche Richtung geswitcht. Ich hab in die falsche Richtung geswitcht. Ich probiere es nochmal. Wir machen es ohne Titan, Felix. Ja, also. Ich erkläre die Regeln für alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich erkläre gleich nochmal final die Regeln. Oh nein, ich muss neu starten. Wollt ihr jetzt nicht mehr runterspringen, bitte? Ja, wenn man übergebt, muss man irgendwie neu starten. Ja, ja. Manchmal. Das ist bisschen weird. Das stellen wir hier. Ansonsten spiele ich erstmal. Du kamst alleine. Das ist der letzte Überlebende. Ja, Mann. Nur noch wir, Jörg. Es ist Pamadest einfach. Nein, bitte nicht mit Zayda-Meister. So, Freunde. Es klappt alles wieder. Ich erkläre gleich für alle die Regeln. Die Lautstärke ist sehr, sehr leise bei mir. Oh mein Gott. Wahrscheinlich, weil es auf 50 Prozent ist. Als ob wir das noch gepackt haben. Es kann nicht sein. Ich dachte echt, das wird heute nichts mehr. Ja, aber wir haben es noch geschafft. Sehr schön. Das ist doch easy, Alter. Hä? Gar kein Stress. Ja, bei dir weiß man nie, du. Dein System ist der schlimmste Endgegner. Der ist gar noch mal 10. Echt so. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist, wirklich. Nee, ich weiß es auch nicht. Hab ich mir ausgedacht. So, also. Ich renne los. Nein, Spaß. Moment, Moment, Moment. Klippe, Jungs. Klippe. Komm, oh Carmson. Geh reagieren. Komm hier, komm ran. Heroische Pose. Komm ran hier. Ich brauche eine Route, damit es gut aussieht. Das ist die Lautstärke, die ich kenne. Ich habe auch keine. Wo sind denn die Routen? Das ist ein bisschen sehr laut, ne? Okay, komm ran, ich komm ran. Komm ran, komm ran. Nee, komm, wir machen heute keine Musik. Wir machen heute, glaube ich, mal keine Musik. Das ist, glaube ich, besser, wenn wir die ganze Zeit reden. Das ist ein bisschen sehr irritierend. Oh, yeah. Wenn dann vielleicht so Klassikmusik, was ganz cool ist. Drück mal ZL und guck nach vorne. Dann hast du so einen ernsten Look. Ja, mach ich. Ich bin auch gleich da. Hallo, hör auf. Ich guck dich an. Da ist Lykazzo, Lykazzo. Moin. Was geht, was geht, was geht, was geht. Wo ist Schneile? Hier. Was geht, was geht, was geht. Was läuft, was läuft. So. Ich seh nur Schneile. Hä, Schneile? Wieso hast du jetzt den Katzos Rüstung? Hab ich nicht. Ah, jetzt sehe ich dich. Hä? Hä? Wirklich? Ja, ja. Jetzt hat er richtige Rüstung. Schön. Den Katsu, wo bleibst du? Admirat Pfannkuchen. Kuss für deinen Euro. Ja, bin ich. Bin da. Ich habe schon gesehen. Das ist wirklich nicht schlimm. Ich kann es nachvollziehen, wenn du streamst und so nicht schauen. Deswegen Spoilern und so. Jawoll. Ja, Jungs, wir sind vollständig. Let's go. Wir sind vollständig, aber ich glaub's ja nicht. Wir sind alle da. Geht ja tatsächlich schon los. Leute, alle an die Klippe, alle an die Klippe. Alle an die Klippe, jawoll. Für die epische Aufnahme. Für den epischen Auftakt. Guckt in den Horizont. Wunderschön, Alter. Okay, Freunde. Ich erkläre dann nochmal die Regeln an alle Zuschauer. Let's go. Wir sind gerade übrigens nach Dorftemperatur sortiert. Guck in die richtige Richtung, du Assi. Stimmt. Jawoll. Okay, gut. So. Oh yeah, Jungs. Das wird heute das geilste BOTW-Streaming-Event, das wir bisher hatten. Das wird richtig nice. Ich erkläre die Regeln oder eigentlich was wir machen wollen an alle in den Chats. Wir werden heute zu viert BOTW durchspielen und zwar praktisch alle gleichzeitig zusammen. Wie das funktioniert? Wir werden keine Titanen machen. Unsere Definition von durchspielen heute ist einfach nur, dass wir praktisch das Spiel, also den Endboss besiegen, beziehungsweise alle Bosse, dadurch, dass auch die Flüche da drin sein werden. Und das Besondere ist das, ihr seht es vielleicht schon, an den Rüstungen. Jeder vertritt heute eine der Hauptrassen in diesem Spiel. Dreht euch mal um, Jungs. Rassen. Rassen. Ja, der Völker. Ja, der Völker. Wir sehen hier links Schneile. Er macht heute die Giron. Ich bin heute für die Gerudo zuständig. Man kennt es. Ocamsen ist hier als Sora unterwegs und Linkatsu ist da als Orni. Wie das funktioniert, ist ganz folgt. Ihr seht es vielleicht schon. Die Aufteilung ist deswegen so, weil wir so praktisch die ersten Heiden Siegrunden hochgeladen haben. Bei mir war es in Gerudo, bei Schneile in Gironia und so weiter. Deswegen vertritt jeder heute das Volk. Und wir wollen heute zusammen erstmal gleich hier, ihr seht es, das Plateau durchspielen. Das Coole hier dran ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier runter rennen würde, ja, und da hinten, man sieht es in der Ferne, den Turm aktiviere und die anderen Jungs hier einfach stehen bleiben auf der Spitze hier. Dann wird bei mir die Animation getriggert und bei den Jungs kommt einfach der Turm hoch. Sie können sich hin porten, als hätten sie ihn selbst aktiviert. Also man kann praktisch schon sagen, dass wir alle zusammen spielen und wir einen Save-File haben im Prinzip. Oder zum Beispiel könnte Ocamsen auch einfach den Schrein da hinten aktivieren gehen und machen gehen. Wenn er den abschließt, bekommt er das Zeichen mit der Bewährung, wir bekommen das auch, ohne da drin gewesen zu sein. Das ist cool. Wenn wir dann da nachträglich reingehen, ist alles geklearrt. Man sieht die Gegner tot, die Teile liegen noch da rum. Aber das werden Leute doch schon sehen. Also wir müssen jetzt nicht auf jedes Detail eingehen. Aber wir machen einfach, oder? Demonstrieren, oder? Ja, cool. Können wir machen. Ich gehe gleich den Turm aktivieren. Wir können ja zusammen hin. Machen wir zusammen. Und was noch ganz wichtig ist, das würde ich wenigstens noch sagen. Wir werden, nachdem wir das Plateau gemacht haben, geht jeder in seine Region. Wir werden trotzdem noch alle im Voice-Chat bleiben. Das heißt, ihr hört alle. Ich darf heute die Bosse nur mit Gerudo-Sachen besiegen, Ocamsen nur mit Sora-Sachen und so weiter. Das heißt, jeder sucht danach Teile, die er benutzen kann, dann treffen wir uns wieder und dann besiegen wir das Spiel. Jeder sucht die Waffen seines Volkes und kann nur damit kämpfen. Richtig. So sieht es heute aus. Ein finales Mal BOTW. Und man darf auf dem Weg zu seinem Dorf auch Schreine absolvieren, denn man teilt sich nämlich die Zeichen der Bewährung mit den anderen. Ja, das ist auch sick. Wenn ich jetzt einen Schrein absolviere, dann hat Schneile ebenfalls ein weiteres Zeichen der Bewährung. Heißt es aber, jeder macht vier Schreine, weil das Ding ist ... Ja, ich würde sagen, jeder macht vier Schreine. Ja. Oder wir können auch schauen, wie viel wir schaffen einfach. Vielleicht produzieren wir jetzt auch zwei. Ja. Je nachdem, wie viel vorbei auf dem Weg liegen, oder? Genau. Nehmt einfach mit, was ihr findet. Und auch ganz wichtig, falls ihr euch denkt, das ist jetzt zu einfach, die Rüstung ist bei uns allen, ihr seht es hier, auf Level 1. Das heißt, die ist praktisch schwächer als die Phantom-Rüstung. Das heißt, wir haben auch nur drei Hertz, das wird extrem schwer. Das ist jetzt nicht so, dass wir einfach durchlautschen. Es wird schwer, es wird schwer. Ja, ja, ja. Wir wissen nicht mal, ob wir es schaffen, aber wir sind guter Dinge. Komm. Wir sind zu viert. Wir sind zu viert. Los Leute. Los Leute. Wir gehen los. Oh mein Gott. Und wir sammeln auch schon mal ein bisschen essen, oder? Genau. Ich habe übrigens bei Gott keine Ahnung, wieso ich blaue Rüstung habe. Ich habe nichts gemacht. Ich habe ganz normal reingeladen. Ja, ich habe auch die blaue Rüstung. Bei uns ist die nicht blau. Meinen ist auch blau. Oh mein Gott. Okay, super. Und alle blau. Jawohl. So, so, so. Mach mal 100%. Ja, mach natürlich auch alle 900 Cockserts. Das haben wir noch nicht erwähnt, stimmt. Ja, natürlich. Nicht den Apfel einsammeln von dem alten Mann, weil der quatscht uns voll. Der quatscht uns voll. Okay. Der quatscht uns alle voll. Bei mir, es gibt manchmal die Cam so ganz komisch, wenn ich eine Waffe aufsammle. Ich hoffe, dass du es hörst. Ja, aber same, same, same. Ja, okay. Leute, macht mal schneller, ihr seid so langsam. Okay, Leute. Absolut. Let's go, let's go. Dürfen wir die Axt aufsammeln, oder ist das deine Axt? Ne, die Axt dürfen wir nehmen. Nein, auf dem Plateau dürfen wir alles einsammeln. Wir dürfen alles auf dem Plateau einsammeln. Wir dürfen auch alle doppelt einsammeln, ne? Also jeder kann sich für sich nehmen. Warte, die dürfen wir gar nicht nehmen. Doch, natürlich dürfen die Axt nehmen. Lass uns zusammen gegen den Bockplanier kämpfen. Ok. Ja, lass uns zusammen gegen den Bockplanier kämpfen. Warte, 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 warte. Wir kämpfen zusammen gegen den Bockplanier. Okay, ich schlag zuerst, ich schlag zuerst, aber auf. Der ist One-Hit. Und? Oh, er kriegt Schaden. Er kriegt Schaden. Er kriegt von mir auch noch mal Schaden reingedrückt. Der hat mich gerade weggenockt. Nice. Ich hab Lino war das, oder? Lino war's lust? Tut mir leid, jo. Das muss ich noch mal kurz hinzufügen. Ihr habt das vielleicht gesehen. Er läuft bei jedem Einzelnen, aber der Schaden, die HP von den Gegnern sind geteilt. Nur, dass ihr's wisst. Also es ist nicht laggy, das ist so. Die Gegner sind immer an einer anderen Stelle. Das ist nicht ganz gut synchronisiert. Aber der Schaden oder die Lebensanzeige ist synchronisiert. Genau so. Kill den Bockplanier! Auf ihn, auf ihn! Pack die Ferne! Auf ihn! Kill den! Verkloppt ihn! Verdammt, das wollte ich nicht. Ah! Schön. Ich hau jetzt mit der Rute. Bam! Ich seh sogar, dass er... Diesmal hab ich gesehen, dass er ihn angegriffen hat. Ja, same, same, same. Ich hab ihn im Schock. Los, Leute, zum Turm, zum Turm! Let's go! Ab zum Turm! Ich wollt grad sagen, lass die... Die Heiliger Hose, aber nee, nee. Nix mit der Heiliger Hose. Nix mit der Heiliger Hose. Ja, okay, okay. Wir holen uns zum Turm! Oh, hier. Das Hyrule-Gras. Denkt an Essen! Denkt an Essen! Wir brauchen... Oh, hier ist Hyrule-Gras! Können wir noch ein bisschen rauchen? Ja. Ja, 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 hallo. Hier ist auch noch Hyrule-Gras. Hier ist noch ein Schleim drin, den hol ich mir. Oh, wow, das ist vor mir gekehlt. Jungs, da vorne ist ein Boblin. Guck mal, wie schnell einfach Zeldermeister ist. Zeldermeister macht einfach Speedrun, Junge. Okay, los Leute, da seht ihr den Boblin, der uns den Weg versperren will. Den zeigen wir uns, was wir von ihm halten. Auf geht's mit Gebrüll! Let's go, auf geht's mit Gebrüll! Auf geht's mit Gebrüll! Auf ihn, Dungs! Auf ihn! Junge, wir haben einfach eine Armee! Er hat keine Chance, er hat keine Chance! Ich schlag ihm eine rein! Bam! Er hat keine Chance! Los, Lungs! Haut drauf da! Bam! Ja, schön, oh yes! Halte, jetzt haben wir einfach eine Armee. Sammeln, die Eiters ein! Sammeln, die Bafel ein! Jetzt haben wir einfach auch eine Armee! Stimmt, die Pfeile sind ganz wichtig! Ich hol mir noch den da oben. Oh, Leon Hund schon wieder oben. Der hat sich schon fertig gemacht. Let's go, let's go. Ja, easy. Oh, ey, geil. Ich kann auch die ganzen Sachen einnehmen. Die Pfeile hier, geil. Die brauchen wir. Ja, 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 ja. Auch ein Bogen. Auf dem Plateau dürfen wir noch alle Waffen nutzen. Erst später. Ja, ja, auf dem Plateau dürfen wir erstmal alle benutzen. So, ab zum Turm, Jungs. Ab zum Turm. Wir sollten hier auch einige Pfeile noch mit looten, weil später wird es ziemlich schwierig, da welche zu kriegen. So, wer aktiviert jetzt den Tower? Das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt erst mal von außen sehen. Wir bleiben draußen, wir bleiben draußen. Ich aktiviere den jetzt. Ich bleibe auch draußen. Seid ihr bereit, Jungs? Yes, let's go. Okay, anstellen. Let's go. Ich stecke jetzt den Stein rein. Es geht los. Ja, man sieht sogar. Ich stecke ihn rein. Ja. Ich wollte gerade ranzoomen. Warte, wir können gleich gucken. Bei mir wird jetzt die Cutscene spielen und bei euch geht er einfach so hoch. Das ist so cool. Ja, der ist einfach inszeniert. Es ist einfach geil. Wisst ihr, warum es so geil ist? Ich freue mich auch gerade so. Einfach deswegen, weil... Oh, warte mal kurz. Was passiert, wenn ich jetzt da oben draufstehe währenddessen? Oh, das ist eine gute Frage. Was sollst du mich hier oben draufstehen? Ja, der Turm. Leute, der Turm. Ball mich, ball mich, ball mich. Der Turm geht hoch. Der Turm geht hoch. Nein, der Turm geht schon hoch. Schnell. Schnell, Leon. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Nein, der hochrennt, Alter. Ja, jetzt. Und jetzt? Ja, komm gleich. Jetzt ist er da. Was passiert? Ich bin im Turm drin. Die gerade im Turm drin. Nein, wirklich. Oh, no, was jetzt? Oh, nein, was passiert? Die Influencer. Und das coole ist, wir haben jetzt alle die Karte. Alle vier. Ja, was machen wir jetzt? Kannst du dich kennen? Kannst du dich übersteuern? Du bist wirklich besser drin. Ja, ja, seht ihr nicht? Ich bin eigentlich besser drin. Ich kann von innen hochklettern. Du bist innen drin, ey. Ist das nice. Einer von euch übersteuert so doll, Digga. Ihr schreit hier alles zusammen. Ja, Mann. Ich glaube, das ist ein Katsu. Ja, weil du mich so hochgestellt hast. Kannst du, kannst du den, äh, nimm mal die Teleport-Dings, damit Schneide raus kann. Ich kann raus, alles gut. Ja, ich kann mich rausporten. Weil mir ist immer noch die Animation, Jungs. Ja, es gibt die, es gibt die, es gibt die, es gibt die. Ich port mich aber schnell hoch. Ich skipp doch schon, ich skipp schon. Kannst du dich hochporten? Ja, ist das dumm, ey. Ja, ich kann mich hochporten. Wie gehen wir dann alle hoch? Wie kommen wir alle hoch? Ich mich nicht. Jetzt ist noch orange bei mir. Doch, es geht, es geht, es geht. Und Freunde, ihr seht das auch bei mir im Stream. Ihr seht hier, an der Karte können wir immer orten, wo die Jungs sind. Das heißt, bin ich so lange her, hier unten in Gerudo hänge und meine Sachen sammle. Ja, ich hab, ey, lol. Da bist du aber auch orange. Der ist ja oben bei mir auch orange. Jut, ich muss dich mal kurz. Könnt ihr, wenn ich jetzt hier unten in Gerudo bin, könnt ihr einfach sehen, sehen wir, wo wir sind. Und wir können auch auf der Karte sehen, wo die Jungs sind. Das ist immer mega cool. Hochklettern, richtig aufwändig. Ist das weird? Geil ist das. Wer ist das? Hallo? Hallo, hallo. Ich bin's. Linkazos hier, Schneide ist da. Ich bin da, ich bin da. Ich bin auch da. Ah, hier, was geht, was geht, was geht. Okay, Leute, 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 Challenge, Challenge. Das ist so verbackt. Es machen nur die Leute weiter, die es schaffen, den Fall-Damage-Cancelling-Dick zu machen. Ich war gar nicht. Ja, okay, das schaff ich, das schaff ich, das schaff ich. Schaff das auch. Das schaff ich. Ich guck mal, ich hab's geschafft. Yes, I did it. Ah, okay, ich komme, ich komme, ich komme. Okay, der nächste, der nächste, der nächste. Let's go, let's go. Ich hab's geschafft. Nacheinander, nein. Ich hab's auch geschafft, ich hab's auch geschafft. Yes. Ich hab's eigentlich mal. Digga, du bist runtergeklettert, du verheb. Was? Ich bin gestorben, als ob ich gestorben bin. Was? Ich hab so oft gemacht, Digga. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Das machen wir noch mal, Schnauze, Alter. Hoch mit dir, Zelda-Meister, musst noch mal machen. Nein, Junge, ich bin gesprungen. Hallo, nochmal. Ich bin normal, Zelda-Meister, du hast gar nichts gemacht. Was sagst du hier, Chat von Zelda-Meister, hat er gecheatet? So, hab's geschafft, hab's geschafft. Was hat er gemacht? Nein, ich bin nicht. Er hat schon gecheatet. Chat, sag's uns. Ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen, Chat. Ich bin rausgeschnitten. Ich bin rausgeschnitten. Ich bin rausgeschnitten, Alter. Er hat gecheatet, er hat gecheatet. Zelda-Meister hat gecheatet. Sein eigenes Chat sagt das sogar. Nein, nein, nein. Ich hab's geschafft. Die Leute haben dich richtig zugekommt. Aber Zelda-Meister hat's geschafft. Komm, Zelda-Meister, mach. Der Meister ist kein Meister. Glaub dich, du Blusche, ey. Jemand schreibt, der Meister ist kein Meister. Der Meister ist kein Meister. Oh, der ist absolut. Digga, der Titel wird dir genommen. Nein. Der Titel wird dir genommen, Zelda. Nein. Hier, guck mal. Berti schreibt, er hat das geschafft. Nick Pläsch schreibt, er hat das geschafft. Niemand hat das geschafft. Nein. Ja, die lügen für dich. Nein, die lügen für dich. Ich hab mir das hinter sich geschaffen. Verdammt, 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 verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Du bist nur Schneider. Ich bin hier bei dem Bocklinn-Lager, beim Bocklinn-Lager. Welches Bocklinn-Lager, the fuck? Seid ihr nicht da? Welches Bocklinn-Lager? Oh, ab dir rechts, dir rechts. Achso, da ist er schon dahinter, er kämpft schon. Er kämpft schon, er kämpft schon, er hat auf dich gewartet, weil du tot warst. Ey, warte. Wieso kämpft er schon? Guck mal, er macht schon die ganzen Mobs fertig. Ja, ohne. Er macht alles ohne uns. Aber ist er da? Ja, ja. Jawohl. Ey, nein, der ist tot. Danke. Ey, danke für die Truhe, Jungs. Aber kurze Frage, bei mir ist noch nicht, ach, jetzt ist der Turm blau? Ja, der ist total komisch irgendwie. Der Turm war total verpackt irgendwie. Okay, gehen wir zum ersten Schrein. Ja, lass mich noch die Truhe hier einsammeln. Die Truhe, die Truhe. Ah, ich seh dir okay. Und dann ab zum Schrein. Guck mal, Zelda Meister, nehmt schon mal den Inhalt der ganzen Truhe hier. Ja, ihr müsst die mitnehmen, da sind ganz viele Pfeile drin, die brauchen wir später. Stimmt. Er ist ein Reiseschwert, Bro. Oh, in den Kisten. In den Kisten, meinst du? Achso. Ja, hier, hier, hier. Genau, in den Kisten. Ja, true. Und mega viele Äpfel sind hier auch drin. Hier schreibt jemand im Chat, Jui Update schreibt, ZM hat's geschafft. In Klammern, wann bekomme ich mein Geld? Na ja, er hat's also nicht geschafft. Ah ja. Leute, ich hab schon 20 Pfeile, was geht? Ich hab auch schon. Ich hab sieben, weil ich mich voll 17 verschossen hab. Leute, kann ich mal bitte kurz mein Audio nochmal umadjusten, weil Link hat's... Ja, mach mal, mach mal. Ich rede mal die ganze Zeit. Hallo, ich bin der Link hat's. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Ich muss kurz einen Talk zurück, da kommen's nie die Jungs das. Weil ansonsten ist Link hat's bei mir einfach zu... Warte, kann ich, kann ich Zelda Meister damit eigentlich abwerfen? Mach das noch kurz. Mist. Okay, das war daneben. So. Zelda Meister trifft es. Warte, 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 warte mal bitte. Nee, das trifft nicht. Wir sehen den Stand auch gar nicht. Wir sehen nur, wie du wirfst, aber wir sehen den Stand nicht. Nee, das ist ein Fass, das ist ein Fass. Nochmal kurz weg, äh, leise. Ich mach jetzt, äh... Redet mal. Hallo, ich bin der Lino. Hallo, ich bin der Dekatso. Ich habe einen schönen Tag, denn wir spielen jetzt alle Zelda Breath of the Wild zusammen zum Viertieren-Chat. Das gibt es doch gar nicht. Ich rede einfach weiter. Guck mal, ich brate jetzt, ich brate jetzt mein Fass. Warte, warte, warte bitte nur Link, Katso. Ey, es geht, es geht wirklich. Ich bin wirklich in einer Minute fertig, wenn ihr kurz leise seid. Mann, es geht nicht, es geht nicht ganz auf. Sag mal bitte kurz leise. So, Link, Katso, nochmal? Also, ich werde jetzt hier ein bisschen mit meiner Waffe rumschlagen. Sehr schön. Warte, jetzt gleich tanzen. Ja, ich hab dich getroffen. Warte. Hallo, da bin ich, da bin ich, da bin ich. Warte, warte jetzt. Hallo, hallo, hallo. Ich bin Okamsen. Ich koche mir gerade ein Fass, weil es lecker schmeckt. Ein Fass kocht es nicht. Oh, jetzt ist es weg. Oh, hat er Brocken, Scheiße. Jetzt ersetzt es noch Schneide. Ja, 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 was gibt es? Warte, warte, warte. Du musst du mir die Outstack-Umstände oder was? Ja, so, jetzt nochmal. Ja, 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 was soll ich sagen? Ich koche meine Zeit. Ich freue mich auf Theotheker. Übrigens, in 13 Tagen kommen Theotheker aus, weil sie es nicht wusstet. Nochmal? 13 Tage einfach, das ist schon sexy. Lino, du triffst mich nicht. 13 Tage, na. 13 Tage einfach, oh mein Gott. Warte mal, einmal noch, einmal noch bitte Schneide. Ich rede doch die ganze Zeit. Versuch mal Leon zu essen. Leon, stimmt, komm mal hier drauf, komm. Wir sollten es haben, wir sollten es haben. Okay, ich springe jetzt drauf. Ich springe jetzt auf den Kochtopf. Ich lass mich jetzt drehen. Hey, du kriegst doch eh keinen Schaden, oder? Kriegst du da Schaden? Äh, warte. Ich glaube, du kriegst als einziger keinen Schaden, oder? Jawohl, ich durfte es haben. Wegen der Geronenrüstung? Ich fange doch an zu brennen, irgendwie. Bei mir bist du gar nicht drauf. Hä? So, Chat, dann schreib mal bitte kurz rein, alle um diesen Kochtopf schlägen. Wie dumm, Alter. Wie so ritual einfach. Doch, doch, ich hab nur... Oh, ich hab nur... Warum hab ich doch anzubrennen? So. Ich hab ja noch kein Brennen aktiv, ne? Weil Brennen kann ich trotzdem noch. Stimmt. Ah, okay. Ich hab sogar die Schneeschuhe. Das heißt, ich kann einfach durch den Schnee laufen, ganz schnell. Ja, stimmt. Du hast am einfachsten. Du brauchst kein Chili machen. Ja. Toll. Stimmt, wir werden alle über Öl sterben. Aber ich kann Wasserfälle einfach hoch. Ich kann einfach easy Wasserfälle hoch. Oh, stimmt. Du kannst einfach den Wasserfälle hoch. Oh, wie geil. Der Meister kann nichts. Der Meister kann nichts. Der Meister kann nichts. Der Meister kann nichts. Ich kann in der Wüste rumlaufen. Das ist für mich auch ganz praktisch. Ja, jetzt wollen wir vielleicht einen Schrein machen hier. Ja, geht mal rein. Aber ich bin ja schon hier vorne, ne? Ich bin ja schon hier vorne. Wir müssen aber mit, ansonsten kriegen wir das Modul nicht. Oh Gott, schaff ich's da rüber? Oder ertrink ich jetzt? Ich hab übel wenig Samina. Ja, ist Volonit. Kommt mal alle hier auf? Oh, oh, ich glaube, ich ertränke hier noch. Junge, du hättest dazwischen stoppen müssen. Nein. Kuncin hier ist. Ich mach das. Guck mal, der Meister schafft das auch ohne. Zack. Mir ist beim Cutten von Athen richtig aufgefallen, Zelda Meister kann einfach nicht mit der Ausdauer umgehen. Der springt die ganze Zeit an der Wand so und dann aber erst mit der Ausdauer und er sauft einfach so. Junge, siehst du das nicht? Bei den fliegenden Inseln ist das auch passiert. Dadurch hat er eine Runde verloren einfach. Nein, ich kann das. Nein, ich kann das. Nein, ich kann das. Ich kann das. Ich öffne hier noch. Oh, der Schrein ist offen, der Schrein ist offen. Ja, ja, ja. Wollen wir rein? Woll. Ja, ich bin schon drin. Bitte nicht Zelda Meister haten. Nein, ich bin schon drin, Leute. Fein da. Ich hätte den Bomben schrein sowas von skippen, Alter, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ey, keine Skips hier. Doch, 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 er hat alles geskippt. So, jetzt können wir uns einmal hier das Modul abholen. Ja, mach das Modul holen. Let's go. Ich seh niemanden hier drin, Gast. Du stehst einfach in mir, da basically. Ich seh euch noch nicht. Ich seh niemanden hier drin. Doch, doch, ich seh euch alle. Oh Gott, oh Gott. Ihr seid alle in mir drin. Wir hängen einfach alle ineinander, wirklich. Wir müssen es aber alle abholen, glaub ich. Ja, ja, klar. Ja, wir müssen es alle abholen. Digga, das ausschaut. Ne, der meiste wird nur gemobbt, schreit jemand bei mir. Ja, schon. Das halten wir jetzt live fest. Ich werde hier in der Runde nur gemobbt. Das ist unglaublich. Aber der mag das auch. Das sagt er aber nur nie. Ja, ne, eigentlich nicht. Ne, der mag das auch. Wollen wir mal ein bisschen Klitsch machen? Ja, ich hab auch überlegt, ob wir, aber ne, das ist okay. Nur mit Volkwaffen. Nur mit Volkwaffen. Zack, und dann einmal hier. Hau rein, Mo. Okay, Jungs, ich bin in der Schreie. Freund, Elmo, was geht? Wo seid ihr? Schneider und ich machen gerade den Schreien fertig. Ich seh euch nicht. Ich seh euch nicht. Switch mal, Rüstung. Ach, die sind da hinten. Die sind da hinten. Die sind da hinten. Let's go. Guck mal, die sind schon vorgerannt, die Asi. Komm, mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Guck mal, die sind schon da drüben. Ich hab ihn. Die haben, ey. Die haben die Unniss gemacht. Ich hab ihn pariert, Alter. Ihr seid viel zu schnell. Chillt mal. Ihr rennt hier voll durch. Ja, das ist genau gestorben, als ich meine Axtre über dem Kopf gezogen habe. Was passiert, wenn ich dir das Ding auf dem Kopf brate? Gar nichts. Dann passiert gar nichts. Warte, die kann man doch einfach rüber mit dem Schild, oder? Ja. Ja, okay, kann man auch so machen. Warum ist es noch in der Truhe, Jungs? Hey, schafft man es mit einem Schildschirm rüber? Ja, man schafft es mit einem Schildschirm. Ja. Geht aber schon immer. Reiseboot. Was? Oh, wusste ich gar nicht. Yo, was ist mit Schneider passiert? Ich hätte hier einfach so Breakdance gemacht. So, Jungs. Und was ist in der Truhe? Jeder einfach in so eine unsichtbare Truhe geht. Boah, yo. So, ich mach jetzt hier den. Ihr seid einfach durch die Tür gegangen. Das musst ja nur du machen. Das wird auf. Ja, es passiert jetzt. Stimmt, was passiert jetzt? Gleich bekommen wir alle den Spirit auf. Ja, platzt jetzt einfach dieser Käfig auch? Ja, guck mal. Ja, ich glaube, ja, pass auf. Oh mein Gott. Seht ihr das? Schau, was passiert. Warte, macht er gleich. Ich lade gerade noch nichts. Ich habe jetzt ein Zeichen der Bewährung bekommen. Kriegt ihr das auf? Streamt Lin Katsu? Nee, er streamt als einziger nicht. So, ihr müsst gleich das Zeichen der Bewährung bekommen. Es dauert nicht. Ja, lol. Das ist das Spirit auf. Let's go. Okay, wir können raus, wir können raus, wir können raus. Oh, wie gesagt, Käfig weg. Das müsste auch automatisch passieren, oder? Wären wir automatisch rausgeportet? Nee, nee, wir werden nicht automatisch rausgeportet. Nee, du musst mit dem Ding sprechen. Du musst auf Untersuchen klicken. Wir porten uns einfach raus. Oder rausporten. Okay. Sehr schön. Oh, ich bin so happy, dass mich der alte Mann nicht voll labert. Ja, ich muss tanken. Mich labert er die ganze Zeit voll. Ja, du musst es machen. Oh, nee. Guck mal, jetzt labert Selder Meister erstmal. Welchen Schreien machen wir als nächstes? Bombenschreien. Bombenschreien, let's go. Wartet mal auf mich, wartet, ey. Aber das hier erstmal noch ein bisschen Truhen sammeln. Ja, hier neben uns sind die Pfeile. Feuer und Eispfeile hole ich mir jetzt. Warte, wo? Warte mal noch, warte mal noch. Wo sind Pfeile? Warte mal noch. Warte mal auf Selder Meister, bevor wir gehen. Ich geh noch nicht, ich will nur die Truhen aufmachen hier. Mich labert nicht durch. Ist es bei euch auch gerade, wird es bei euch auch gerade dunkel? Ja, bei mir auch. Das sieht doch schön aus bei mir. Wir brauchen es sehr lange einfach. Dann sieht das echt schick aus. Wieso hatet ihr Selder Meister? Tun wir doch gar nicht. Nein, Leute. Oh, jetzt ist bei mir auch dunkel. Hey, das ist alles nur Spaß. Alles Spaß, Freunde. Das ist alles Spaß, Leute. Wenn wir uns nicht mögen würden, würden wir nicht zusammen aufnehmen. Wartet, hier sind übrigens Truhen in dem Wasser drin. Holt euch die mal hoch. Da gibt es auch noch Sachen. Bin gerade dabei, bin gerade dabei. So, so, so. Echt? Und denkt an die Platte. Ihr müsst die Platte mitnehmen hier. Announce sagt, die Gerude-Hose im Blau sieht wack aus. Ich finde die eigentlich echt schick, muss ich sagen. Ich mag die. Ja, wir machen 100 Prozent, genau. Wir machen 100 Prozent. Ja, 100 Prozent. Announce, was ist los mit dir? Warum bist du nicht in meinem Chat? Du musst doch moderieren. Was soll denn das jetzt hier? Ja, Announce ist... Ich fühle mich gerade ein bisschen verraten von dir. Die sind noch ein paar Fische, die hole ich mir. Ja, Fische, Fische. Stehen geblieben. Mit der Bombe. Ach nee, wir haben keine Pfeile. Nein, ich habe die Fische. Ah, ich habe eine noch. Fische sind mir egal. Fische sind mir egal. Ich hole mir die Pfeile. Ich bin da. Besser ist es, Announce. Oh, jetzt kommen hier Fledermäuse. Oh je, oh, okay. Was machen die denn alle? Kann man? Oh, die sind jetzt aggressiv. Ey, haut ab, ihr Stinker. Aua. Ich hole mal einen Kroc da vorne. Moment mal. Bam. Jawoll. Ja, wir bekommen alle, glaube ich, einen Kroc-Samen dann, oder? Ja, ich glaube auch. Hol mal einen Kroc, oder? Das kann man doch mal machen. Ja, ich probiere mal. Ich hole mal die Pfeile. Wie kommt man hier nochmal rüber? Du musst die Leiter aus dem See hier nehmen. Oh nein, das dauert ja ewig, bis ich den hier habe. Warte, Leiter? Hier ist eine Planke. Oder was ist ein Schirrsprung? Die brauchen wir. Schirrsprung geht auch. Kriegt ihr jetzt einen Kroc-Samen? Ich habe gerade einen Kroc geholt. Äh, wenn schon kurz vorzunehmen. Ich habe noch keinen, aber der kommt gleich, glaube ich. Moment. Ja, der wird gleich kommen. Jawoll, ja. Ja, wir haben alle einen Kroc-Samen bekommen. Seht ihr das, Freunde? Es ist alles. Wir haben praktisch den gleichen Spielstand und so können wir zusammen BOTW durchspielen. Warte, was ist, wenn ich jetzt den Kroc hole? Das ist so cool. Wird es dann doppelt gewertet? Ich schau mal. Jetzt ganz vorsichtig rüber. Einfach alle 3600 Kroc sammeln. Ja. Alle 3600. Äh, da kam der Sound-Effekt, aber es ist nichts passiert. Äh, okay, dann warten wir den schon. Ja, okay, cool. Was weiß ich, wenn ich das jetzt mache? Ist cool gemacht. Man kann auch mit Shield-Samen rüber, wie lame einfach. Äh, wusste ich auch nicht, wusste ich auch nicht, wusste ich auch nicht. Hätte ich ja jetzt auch machen können. Ich hole auch noch einen Kroc. Ja, wartet mal. Habt ihr den hier mit dem Stein schon im Baumstumpf? Oder welchen habt ihr geholt? Den hab ich ja gerade gemacht, jaja. Okay. Ihr müsstet jetzt alle noch einen Kroc-Samen bekommen haben. Oh mein Gott, ich werd den Kroc-Samen bekommen. Ja, klar hab ich ja. Ja, easy. Aber wir haben den am Anfang im See mit den Seerosen gar nicht genommen. Ist doch scheißegal, wir brauchen die doch eh nicht. Ja, ist doch scheißegal. So, Jungs. Lass uns rein, oder? Ja, ab zum Bombenchrein. Also ich muss an Kakariko vorbei, tatsächlich. Ab zum Bombenchrein. Ab zum Bombenchrein. Warte mal, Schneile, eigentlich könnten wir den Anfang zusammen gehen, tatsächlich. Weil wir beide müssen in den Osten. Ja, Zelda-Meister und ich gehen auch den Anfang zusammen. Ja, und ihr könnt bei den Westen gehen. Wir gehen zusammen zum Tatori-Band. Ja, okay, perfekt. Der lasst zusammen auf jeden Fall los. Ja, das ist richtig geil. Wir können uns ausbitten. Wir können uns ausbitten. Wir können uns ausbitten. Wir bleiben zusammen, so sieht das aus. Nochmal so Zeit-Info, wer von euch macht ein Video hier raus? Äh, ich, ich auf jeden Fall. Moin Lenny, was geht? So, Jungs, zum Schreien geht's. Ja, hier nach werden wir uns aufteilen. Dann geht jeder nochmal seine Waffen holen und dann geht's zum Bosskampf. Der Bosskampf wird echt fein, der Bosskampf. Es fühlt sich so geil an, muss ich sagen. Das ist so tricky, zu vier Zelda Blood and Blood zu spielen. Ja, Mann. Oh, das allererste Mal. Hier sind noch Camps, dass die ausräumen für die Pfeile. True. Ja, das rechte Camp. Ja, das rechte Camp. Das rechte Camp ist gut. Aber wir können eine Bombe auf sie schmeißen. Die wollen einfach nur chillen. Die wollen abends so ein bisschen am Netflix gucken. Aber die haben noch kein Bombenmodul. Ja, aber die haben da Bombenfässer. Ach, das meinst du? Ja, okay. Den Stein runterwerfen, den Stein können wir runterwerfen. Komm, wirf, 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 wirf. Bei mir sind sie schon abgehauen. Mach die Schaden, wenn ich... Oh, ich seh's noch nicht, ich seh's noch nicht. Nein, ich hab mich selbst getroffen. Oh, jawoll. Ja, wir können auch auf Pferden reiten. Wir können auch auf Pferden reiten, aber es sieht sehr scuffed aus. Ja, das müssen wir euch aber auch zeigen. Das ist mega lustig. Hier ist noch was zu essen. Sick and scared steak. Stimmt. Grillwild. Scared steak. Oh, zwischendurch. Jetzt ist es bei mir wieder hell. Oh, was zur Hölle? Jetzt ist es wieder hell. Egal. Was ist jetzt passiert? Bei mir nicht. Jetzt ist es auf die nächste Sekunde ultra hell geworden. Ja, bei mir auch. Same, same, same. Bei mir nicht. Beschweren kann ich mich dann nicht. Doch, jetzt, jetzt, jetzt ist es hell. Ich mach noch den Totenkopf hier. Ich mach noch den Totenkopf hier. Alter, what the fuck. Ich mach noch ultra komisch aus gerade. Jungs. Okay, es ist wieder hell geworden. Ich töte jetzt einen Wächter. Was? Wie weit bist du denn? Ich mach jetzt den Totenkopf. 3, 2, 1, 2. Leon Schilmer, wir sind gerade mal bei dem Lager. Boom. Oh mein Gott. Warte, ich töte den Dings. Ja, töte den. Den blauen. Den blauen. Okay. Wir gucken jetzt zu. Komm, wo kam's? Los. Blau gegen blau. Ich lass nochmal hochgehen. So. Oh ja, stimmt. Ich lass auch nochmal hochgehen. Das ist ja wohl okay. Hier oben ist noch einer. Er lebt noch. Hier oben. Tötet den da oben. Tötet den da oben. Er tut mir voll leid. Oh. Lack ihn. Er ist so traurig. Er ist alleine. Sehr Spaß mit dem. War das das? Ja, das war's. Ich find's komisch. Manchmal werden die Gegner gesinkt und manchmal nicht. Tötet mich da vor der Truhe? Außer Random Scans, glaub ich. Du stehst bei ihm auf. Nein, das Leben, aber nicht die Animation und so. Oh, guckt mal, wie viel hier drin ist. Boxstöcker. Oh, spiked Boko Club sogar noch. Ja. Aber ich kann ihn nicht aufsammeln. Denkt aber dran, dass wir nach dem Plateau alles wegwerfen. Macht ihr mal euren Stuff da. Lino, nimmst du eigentlich auf? Ja, ich nehme auf. Ach so? Mein Lieblings-Titan ist, by the way, Vamedo. Nee, nee, nicht Vameda. Nee, hab ich grad vorgelesen. Die gute Vameda. Nee, hab ich grad vorgelesen. Meiner ist, glaub ich, war Nabores. Und was ist euer Lieblings-Titan? Meiner ist Vamedo. Weil du kannst einfach so richtig weit im Himmel so im Flug kämpfen, war so cool. Ja. Das war auch der Letzte, den ich gemacht hab. Ja, ich war Vamedo. Rudania. Wollt ihr zusammen den Wächter töten? Lasst zusammen den Wächter töten. Jawohl. Ich hab schon einen gefützt. Warte, hier ist noch eine Truhe am See. Holt euch mal die Truhe aus dem See hier. Kann ich mit der Truhe Fische töten? Ja, das geht. Oh, Stirn, warte, lass das probieren. Das ist eine gute Idee. Boah, ich erschlag grad alle Fische mit der Truhe wie assi. Bei mir geht das grad nicht so. Kann ich die nicht erschlagen? Ich töte jetzt direkt mit der Truhe. Hier sind nicht mal Fische bei mir im See. Fische töten mit der Truhe. Ich töte jetzt den Wächter mit der Truhe. Ich hab keinen Fisch im D. Ich zerschlag hier die Fische. Ist ja voll grausam. Das geht nicht. Da nimmt kein Schaden davon. Schade. Oh. Welchen greifst du an? Oh Gott. Der direkt vor dem Schrein. Also einen hab ich erwischt, die anderen sind hartnäckig. Ah, jetzt seh ich dich. Oh. Ja. Ich hab mich jetzt auch getriggert. Oh, der Wächter ist die... Warte, warte. Ich reflektiere. Krieg ich den noch? Bam. Jawohl. Oh, gut. Einer reicht. Einen parieren reicht. Ja, stimmt. Einmal parieren reicht. Den anderen hab ich, wie gesagt, schon besiegt. Den anderen hab ich schon besiegt. So rein, Jungs. Rein in den Schrein. Das sind, glaub ich, drei, die es hier gibt, ne? Erst müssen drei sein, die es hier gibt. Nintendo Switch Shirt. Let's go. Nintendo Switch Shirt. Ja, Bashi schreien. Jawohl. So, ich bin dann mal unterwegs. Hey, jetzt kommt bei mir der alte Mann. Jawohl. Jetzt kommt bei mir der alte Mann. Oh nein. Oh nein. Tschüss, Leute. Ich hau da mal rein, ne? Ich bin auch schon drin. Wir müssen ja nicht mit rein. Wir müssen nicht mit rein. Also, ich bin der einzige Mann, der nicht kommt. Der alte Sack hier. Ja, ihr könnt ja einfach nur das Modul rausholen. Wir machen dann, ich hol mit Schneider. Du, ein nerviger Specht. Wieso kommt der jetzt? Ja, oder? Weil, seltener Meister war ja schon da, ne? Leute, ich möchte jetzt nochmal an die ganzen Schatzfragen. Ich bin ja jetzt zweiter stehen, Alter. Denkt ihr, wir schaffen es, BOTW zu viel durchzuspielen, ohne dass ein einziger stirbt? Das würde mich interessieren. Ich bin voll gestorben. Nein, ich sag... Leon ist schon gestorben. Ja, nee, das zählt nicht. Also, ab jetzt, meine ich. Nach dem Plateau. Ich sag... Schneider stirbt als erstes in der Lava oder so. In der Lava. In dem Lavapitz oder was. Aber ich glaube, ich sterbe. Ach, maybe. Achso, nein, 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 da sterbe ich ja nicht. Da verliere ich nur ein Herzbund. Denkst du? Na, ich sterbe nicht, ich sterbe nicht. Also, es würde mich wundern, wenn ich sterben würde. Hä? Die Tür... Ich... Jetzt komm nicht rein. Weißt du, was aber auch doof ist? Ich muss... Weißt du, du bist richtig lame, weißt du das? Du bist richtig lame. Guck mal, wo macht man das? Ja, du hast dich drüber gebombt, ich weiß. So macht man das nämlich. Hab ich im Speedrun gesehen. Ich möchte heute einmal BOTW durchspielen, mein Junge. Und dazu gehört es auch, einfach das Spiel legit durchzuspielen. Ja, ja, ist klar. Vader-Fan, Frank. Wie findet ihr Star Wars? Star Wars ist ja auch vorlesen. Ihr beide seid ja übelste Fans, oder? Ja, kann man so sagen. Eine 10 ist eine 10. Ich würde sagen, es ist eine 7,5. Zumindest die alte Trilogie und die Prequels. Ich kann gar nicht das Saus antworten. Ja, aber ich auch. Die Sequels sind eher eine 3 von Söhnen. Die Sequels sind so schlecht, dass ich sie mir nicht nochmal angucken würde. Ja, die werde ich mir auch nicht nochmal angucken. Ey, was ist eure Meinung zu 1 bis 3, die Prequels also? Die waren gut. Ich kenne richtig viele, die es nicht feiern. Doch, gerade der dritte Film. Die, die damit aufgewachsen sind, die mögen es. Ja, das denke ich auch. Ich fand Teil 3 eigentlich gar nicht so schlecht. Gerade der Fight zwischen Obi-Wan und Dings. Ja, ich finde den auch nicht schlecht. Deiner auch, meiner auch. Ja, Safe ist Teil 3 der Beste. Objektiv einfach der Beste. Oh, Mist. Aber wie gesagt... Seltenerweise, wie offiziell... Hä, warte, irgendjemand konnte das gar für mich aufsprengen? Oh, cool. Ich hab das gerade aufgesprengt. Wir haben den Schritt schon gelöst, oder? Kann das hier jemand für mich aufspringen? Warte, ich schau mal. Warte, ich komm mal. Oder kann ich das für dich aufspringen? Ihr könnt das gegeneinander aufspringen. Ja, ihr müsst dann in der Nähe sein. Ja, es geht wirklich, es geht. Hey, geil. Ihr müsst einfach in der Nähe sein. Ihr müsst quasi in Sichtweite sein, ja. Ach, deine Plattform ist anders. Ja, okay. Er schwebt in der Luft, Alter. Ist das geil. Wie dumm das aus. Haben wir jetzt schon ins Böhl-Obe eigentlich? Nee, wir haben den noch gar nicht. Ja, guck mal, die haben es schon aufgesprengt. Lass weiter. Wir haben auch schon ins Böhl-Obe eingesammelt. Ach so, du hast schon. Ah, ja, ja. Wir kommen hin, wir kommen hin. Können wir direkt raus. Hab ihn auch. So, bitteschön. Raus hier. Dann wohin geht's jetzt? Ab in den Süden, in den Norden. Wir können auch die Dings, wir können uns auch die Schreide teilen. Wir können auch von mir aus machen, dass Lino, weil er jetzt die Kälteschutz hat, dass er schon direkt zum Köln-Obe-Stein geht und wir gehen zum Stasen-Stein. Darf ich mal kurz unterbrechen, weil ich es bei mir gerade im Chat sehe? Leute, wenn ihr euch gegenseitig irgendwie, ich weiß nicht, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber kloppen wollt, dann geht bitte woanders hin. Wir wollen hier heute einfach nur Spaß haben und wenn es sich hier keiner benimmt, dann muss ich kicken, aber ich möchte das eigentlich immer nicht, weil ich das doof finde. Und auch keine Fragen mehr bezüglich Zelda-Meister und so, wir machen das literally alles aus Spaß und Zelda-Meister wäre ja nicht hier, wenn es jetzt irgendwie 2 gehen würde. Ich kann gerade rumlaufen, aber ich habe ein drittes Zeichen der Bewährung gekriegt. Achso, Anon fragt, wozu meine Mods? Ja, Willi und DK können gerade nicht, weil der Stream halt auch relativ spontan war. Habt ihr auch drei Zeichen der Bewährung? Ich habe zwei. Ich habe zwei. Hä? Ich habe drei. Ich habe zwei. Okay, Calvin, okay, Calvin. Ich habe auch drei gekriegt. Du hast einfach... Hä? Ich habe auch ein drittes Zeichen der Bewährung gekriegt. Ihr seid Cheater. Geil, okay, wir haben einfach drei. Oh, schade, dass wir nicht Master-Modus sind, sonst könnten wir jetzt die Leute setzen. Ich muss jetzt wirklich nicht mal auf die Temperatur abgeben. Oh, Master-Modus wäre heftig. Geil. Du hast es echt gut. Stimmt, du brauchst ja gar nichts. Ja, sonst wollen wir uns aufteilen. Der eine geht zu dem Schreien. Ich kann direkt zum Cryo-Schreien laufen. Link Hatz, du, gehst du mal zum Cryo-Schreien, dann können wir dort... Ey, Leute, guckt euch das an. Wir laufen einfach zu viert hier rum. Neben mir Ocamsen, da oben im Baum ist Schneide drin. Ja, ist das geil. Einfach zu viert. Warte, echt richtig Spaß. Was passiert jetzt? Einfach geil. Wow, das ist schon cool. Schwebt der jetzt? Er schwebt da oben weiter. Könnte das noch ein Lager. Ist der Baum bei dir jetzt auch weg? Nein, nein, nein. Warte, lass mal bitte auch stehen. Der ist schon weg bei mir. Ich habe den schon gefällt. Stimmt, du kannst nicht ein zweites Mal kaputt machen. Schade. Zack. Zitadelle der Zeit, bitte, was? Ui. Ich raub hier gerade ein Lager aus, Jungs. Wir haben gerade die Anzeige Zitadelle der Zeit so her. Ah ja, sieht aber nicht so aus. Also ich muss erst mal zum Dings gehen, zur Kochstation, sonst sterbe ich halt. Du kannst mir helfen, hier sind gerade Bobblins. Ja, ich bin dabei, warte, ich snipe, ich snipe. Jawohl, hol sie raus aus dem Hinterhalt. Nein, verdammt. Komm, weg mit ihm. Boom. Ich habe ihn. Schön. Guck mal, zusammen haben wir das Lager ausgenommen. Sehr gut. Teamwork. Jawohl. Okay, lass noch das Honig da holen. Ja, können wir machen. Dann musst du dich aber beeilen, weil die Dinger sind recht garstig. Nein. Töte die, töte die, töte die. Einfach auf den Honig schießen, dann greifen sie die Bobblins an. Oh. Ne, die haben wir schon, naja. Ja, ja, die sind schon tot. Okay. Das sind zu eingestürftig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier ist noch eine Truhe, die nehme ich mit. Bockschild nehme ich auch noch mit. Schade, ich dachte, ich überlebe das. Wie oft ich das lesen muss, ne? Bogen anklickt. Ich mache Windbomben ja immer, indem ich den Bogen ziehe und in die Richtung ziele, ne? Und jedes Mal steht bei mir im Chat, du musst den Bogen nur anklicken. Du musst ihn wirklich nur anklicken. Ich weiß, dass ich das muss, aber ich kann mit dem anderen besser umgehen. Ich will sie auch nie an. Du musst sie einfach nur anklicken, Mann. Wieso machst du es nicht? Schneile, klick doch mal an jetzt. Schneile, klick doch einfach an jetzt. Oh, jedes Mal, ne? Lass mich da einfach machen. Okay, jetzt habe ich aber gerade neu geladen. Jetzt habe ich auch nur noch zwei Teile. Ja, aber du kamst, du bist jetzt beim... Oh, guck, Freunde, guckt mal da hinten. Lecker, lecker essen. Bam. Eins. Nein, das andere fliegt weg. Ihr habt jetzt auch einen Krog-Samen dazu bekommen. Oh, danke. Leute, danke. Das haben wir geflügelt. Mmh, lecker, lecker. Ich koche jetzt erstmal ein bisschen was mit... Ich koche jetzt ein bisschen mit Heimelgras. Random kommt dieser Klicksound, wenn du noch einen Krog hast, so. Oh nein, hier sind ganz viele Gegner. Oh, ich laufe, ich laufe. Wo genau bist du jetzt, Lino? Wir können doch auf der Karte gucken, guck mal. Ah, ist der ohne Katze. Ey, guckt euch das an, Leute. Man kann auf der Karte einfach sehen, wo die anderen sind. Das töte sie. Das ist so cool. Die Katze ist gerade hier oben. Wer hat gerade die Honig-Dings getötet? Die Honig-Bock-Blinds? Honig-Bock-Blinds? Die wurden wahrscheinlich bei dir jetzt erst getötet, weil du jetzt erst gerendert hast. Die haben wir gekillt. Die wurden wahrscheinlich jetzt erst gerendert. Guck mal, hier ist auch noch Chili. Die brauche ich unbedingt, weil ich muss ja auch ins Hochzebüger. Junge, wie weit spotten mich denn die Chefdienen? Oh, Chili, jawohl. Freunde, die brauchen wir. Also, ich habe mir jetzt mein scharfes Kochobst gemacht. Ich bin ready. Okay, so schön. Wie mache ich das? Einfach irgendwas mit Chili. Das reicht schon. Und ein Apfel. Ach, Kochobst. Du hast das, ach so. Stimmt, man braucht einen Barsch. Ja, aber das ist nur, wenn du das Winterwarmst haben willst. Ja, schön, sehr schön. Winterwarmst kriegst du aber auch oben auf dem... Ein Fleisch oder so. Ich probiere es einfach. Ach nee, man braucht ein Bild, ne? Leute, Seldermeister, komm mal kurz zu mir. Sag mal, ob ich schwebe bei dir oder nicht. Wo bist du? Beim Baumstamm. Also genau bei der Schlucht. Komm mal her. Ach da, ja. Schau mal, ob ich schwebe. Schwebe ich oder siehst du den Baumstamm? Nee, du schwebst tatsächlich. Was? Guck mal. Er schwebt einfach. Warte, ich komme mit. Ach so, ihr seid da vorne. Läuft. Junge, hör auf. Du Assi. Ich? Sag mir ein bisschen voraus. Sag mir ein bisschen voraus. Ach so, ich dachte, du wolltest mich treffen. Nee, ich wollte nur den Baum. Und du schwebst aber auch einfach, aber rechts irgendwie. Das ist so cool. Jawohl. Nein. Psst, puh, 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 puh. Okay, komm. Du den Linken, ich den Rechten. Okay. Warte. Psst. Okay, wir sneaken uns an. Psst. Mal leise, 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 okay? Psst. Wie geil ist das? Ruhe. Aber nicht wecken, okay? Psst, puh, puh. Ja, okay, lass es das nicht. Sneak Strike oder was? Nimm die Axt, nimm die Axt. Ja, ja, Sneak Strike. Okay, drei, zwei, ich bin ready. Drei, zwei, eins, jetzt. Ich kann doch nicht. Nein, warte, ich schnack jeder mal so. Junge, du hast gefehlt. Nein, du hast bei mir schon zu früh, ich war noch nicht da. Achso, bei mir warst du schon da, ach man. Ist egal. Warte, habe ich ihn für dich geweckt sozusagen, oder wie? Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich glaube schon, aber du hast ihn auch für mich gekehlt. Vorne, ihr sind noch Äpfel an den Bäumen, nehmt euch die ruhig mit. Alter, seht ihr, ne, ihr seht das so gescheuze nicht. Einfach fällen, einfach fällen. Ich bin auch gerade dabei. Aua. Oh, hab ich dich. Du hast mich gerade weggeschleudert. Was? Ja, dass ich übe, weggeschleudert. Mit deiner Axt. Echt, bei mir warst du weiter daneben. Oh, jetzt wird wieder. Das heißt, wir können uns hochporten. Das heißt, wir können uns hochporten. Ja, ihr könnt euch hochporten. Jawohl. Ah, ne, kann ich noch nicht. Wo kamst du? Wir gehen erst mal den Schrein hierholen, oder? Wir gehen zum Staserschrein, ja. Ja, wir gehen zum Staserschrein, wir holen uns Cryo. Warte, ist Schneide bei dir? Ich bin hier, ich bin hier unten. Der Schneider ist denn da unten irgendwo? Ich klette erst auch gerade die Wand hoch. Okay, los, hoch. Hoch, Jungs. Ey, wer jetzt ist, dass es oben ist, ist ein Loser. Ich werde es nicht sein. Oh, ich habe hier noch einen Pilz eingesammelt. Bam. Spurt Pilze immer ganz wichtig. Spurtlinge. Spurtlinge, ja. Ich habe jetzt alle besten Spawnpunkte davon. Oh Gott, jetzt bin ich fast runtergefallen. Echt? Ach ja, wegen der Spur. Ja, weil ich gestern 45 davon handen musste. Oh Gott. Hä? Was war das bei mir gerade? Seldameister stellt sich auch an beim Klettern, wahr? Ne, bei mir hat er sich einfach gerade nicht festgehalten. Oh mein Gott, war das close. Das passiert hier manchmal auch bei mir. Wie überhol ich Seldameister bitte noch? Wie ist das möglich? Hä, ich sehe dich nicht mal. Wo ist Schneider? Direkt hinter dir, Bro. Direkt hinter dir. Hä, ich sehe dich nicht aus irgendeinem Grund. Hä, ich sehe dich auch nicht. Aber einholen kann ich, glaube ich, auch nicht mehr. Nein, was ist das denn? Ich bin tot. Er hat einfach losgelassen. Ich glaube, Leon... Ja, das passiert bei mir so oft. Digga, was war das denn? War Leon an der gleichen Stelle oder warum? Ich bin der Erste, der im Schrein ist. Weil er wollte sich hochziehen und dann, als er sich hochgezogen hat, war das, als wäre er ein Objekt gewesen. Und er hat mich wieder runtergeschubst. Äh, Leon, ich wurde auf der anderen Seite. Warte, Leute, könnt ihr mal den Schrein aktivieren, dann porte ich mich rein. Haben wir schon. Haben wir, ich bin schon drin. Ich bin auch schon drin. Das ist ja eine Frechheit. Herr über die Zeit. Mal gucken. Hier, wenn ich, oder? Ja, aber Jungs, was sollt ich denn da machen? Du weißt, wie es läuft, Bro? Warte auf mich, warte auf mich. Als ob du es vergessen hättest, du Depp. Ich mach eine Windbombe rüber. Ja, ich versuch's auch, okay? Mal gucken, wer es dir erst schafft. Schnell rein hier zu den Jungs. Wollte eigentlich nicht schwer sein. Ich find das todeschwer, ich find das todeschwer hier. Ich find's auch geil, wie wir alle in einem Schrein sind, nur den Katzen macht grad einen alleine. Ja. Kann man auch machen, kann man auch machen. Aber der ist auch nervig. Von da rüber zu laufen ist nervig. Ihr müsst euch dann nur noch das Modul abholen, dann habt ihr's. Yes. Jawohl. Soll ich auch versuchen, mit einer Windbombe hier mal rüber zu kommen? Hab ich noch nie... Ja, okay, okay, let's try it. Okay. Also, ich heim mich aber kurz gegen, weil ich bin ganz schön low. Jawohl, mach ich auch. Ey, Freunde, schaff ich die Windbombe? Ich hab das noch nie gemacht hier in dem Schrein. Okay. Ach, da die Windbombe. Eins in den Chat. Bitte, kommt schon, Jungs. Ich mach das. Ich schaff das. So, also. Schneider, bist du fertig mit dem Quatschen? Und... Ja, jetzt... Sorry. Wo seid ihr denn? Seid ihr auch in dem Dingesschrein hier? Ja, ja, siehst du uns nicht? Warte, sollen wir Rüstung switchen? Naja, ich... Ach, hier, ihr seid blöde mir. Okay, warte. Oh, Jungs, bekommt ihr ihn? Warte, gleich. Aber wir dürfen uns nicht anvisieren. Oh ja, ich hab den Spirit auch bekommen. Ja, ich auch. Danke. Okay, wartet. Jetzt hab ich schon vier. Dann brauchen wir das hier einmal. Cheater. Dann brauchen wir... Ich rüst' kurz alles aus. So, und jetzt müsste es eigentlich gehen. Zack. Oh, ich visier aber Leon an. Soll ich es zuerst versuchen? Okay, probier es zuerst. Wer macht zuerst? Wer macht zuerst? Achtung. Schneider macht zuerst. Okay, mach, mach, mach. Jawohl. Au, du hast mich runtergebrochen. Nein, oh mein Gott, ich bin runtergebrochen. Ihr habt euch beide weggeschleudert, ihr Deppen. Nein, er hat mich weggeschleudert. Ja, ich weiß, er hat dich weggeschleudert. Ich mach das jetzt, ich mach das jetzt. Ich bin ihm dieses Ding abgepreist. Sicherheitsabstand, Leute. Aber ne, Jungs, schaut mal, ihr habt jetzt auch schon das Cryer-Modul. So, Freunde, so macht man das. Zack. Jetzt machen wir hier so. Du hast recht. Zack. Sicherheitsabstand, nee, das ist das schlechte Winform. So macht man das. Ich bin drin. Ich bin drüber geflogen. Nein, ich bin zu weit. Oh, was? Weil mir ist das aus der Zette gefailt. Ich bin komplett drüber geflogen. Hallo Schneider, mach. Nee, erst mal Okami. Erst ich? Okay, okay, okay. Ja, wir wechseln uns ab, wir wechseln uns ab. Ja, ich muss auch. Ich komme auch. Oh, was? Nein, das war zu steil. Das war zu steil. Leute, ich habe hier einfach noch die beste Windbombe von uns gemacht. Was soll das denn jetzt? Meine war auch gut, aber ich bin leider abgeprallt. Achso, ich bin dran, ich bin dran wieder. Ja, ja. Weg da, weg da, weg da. Oh, die geht ja so. Wo willst du hin? Junge, du gehst ja sonst wo. Ja, verdammt. Ich wollte eigentlich da drüben landen, aber es hat nicht ganz funktioniert. Weil ich mache das jetzt. Ich wollte da drin landen. Okay, wer es der erst schafft, kriegen wir hin. Ja, ich muss beiseite. Lino denkt sich dagegen so, Alter, mach doch einfach nochmal. Ich bin jetzt auch schon da. Ich bin jetzt auch da. Lino ist auch schon da, Junge. Stimmt, Lino ist auch schon da mittlerweile. Wir haben auch ein ganzes Schreiben der Zeit gemacht, Alter. Wie lange wir brauchen. Leute, jetzt geht es los, es geht los. Warte, ich schaffe es. Zack. Macht doch mal jetzt. Wo seid ihr denn? Du bist anders vorbeigelaufen. Das kann doch nicht sein. Warte, da drüben. Was, hast du es geschafft? Ja, ich bin hier drüben. Let's go, Alter. Ah, da, ich seh dich. Seht ihr mich? Wir da drüben. Chillt einfach. Wie geil ist das bitte? Schneid es dann weg, da Linkatze. Der bombt dich sonst weg. Oh nein. Und, hat es geschafft? Gut, 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 gut. Sehr schön. Ey, perfekte Landung. Habt ihr es? Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, war das knapp. Wo bist du? Ich seh dich nicht. Ich bin hier hinter dem Schreien. Hinter dem Schreien genau in der Ecke. Ich schaff das, Jungs. Jetzt. Die war sehr, sehr schön. Warte, in der Ecke? Was meinst du? Hier, hinter dem Schreien. Hinter dem Pister. Nein. Du bist direkt beim Pister gelandet? Was kannst du mir nicht erzählen? Ich mach kurz. Ah, Mann. Da bist du gelandet? Ja, ich bin genau. Okay, deine Windbombe war krasse. Die war richtig gut. Die war richtig gut. Wie kann ich denn da? Das ist ja eine Frechheit. Das war schon heftig, Junge. Du musst mal beiseite. Ich visier dich sonst an. Ja, ich starb noch. Ich war nämlich hinter der Kugel. Also vor der Kugel. So. Probier's nochmal. Vor allem, es ist ja nicht die Bede. Jetzt, die ist gut. Die ist gut. Wir haben ja jetzt vier Spirit Ops, aber ich hab ja noch kein Cryo-Modul. Es geht doch nicht. Doch, hast du nicht? Ich schon. Logischerweise nicht. Ich war ja nicht hinter dem Schreien. Aber ich hab das Stasis-Modul, obwohl ich nicht... Ja, aber ich hab kein Cryo-Modul. Ich hab ein Cryo-Modul. Kann doch nicht sein. Hä, dann hol's. Ich fliege immer zu den Wolken. Nein, du musst es holen gehen. Ja, oder hab ich es auch gekriegt, zufälligerweise. Oh nein, ich hab's verkackt. Leute, hört mal auf Niva und lasst alle ein Like da. Das geht doch nicht. Wir spielen hier gerade zusammen BOTV. Also, da sind doch mindestens 500 Lives drin. Ich bitte euch. Ich geh jetzt zum Dingenschreien, hol mir das Cryo-Modul. Und Freunde, dann können wir uns auch schon aufteilen. Dann werden die Waffen geholt. Und dann klatschen wir die Bosse weg. Weißt du, was ich selbst finde? Ich werde nicht geheilt, weil ich den Schreien nicht aktiviere. Das heißt, ich muss mich immer wieder... Doch, ich hab das Cryo-Modul auch. Ich hab das Cryo-Modul. Ja, eben. Du müsstest nicht holen. Ihr habt das doch schon alle. Echt? So, wir automatisch hinzugefügt. Ja, ja. Eine vergessene Welt, neuer Eintrag. Das ist ja cool. Das heißt, wo treffen wir uns? Lass uns noch zusammen auf den Turm treffen. Ja, wir gehen jetzt zusammen... Zur Zizadelle, oder? Wollen wir das Stasis-Launch mal machen? Okay, lass mal probieren. Okay, können wir machen. Ja, warte. Ich bin jetzt schon zum Schrein des Lebens geportet. Okay, mach du zuerst. Mal gucken, wie es aussieht. Ich muss weggehen. Ich mach nur der Axt. So, Lino, komm zur Zizadelle. Bei mir schlägst du einfach ganz normal diesen Stein. Aber das geht nicht. Du musst dich festhalten. Ah ja, perfekt. Digga, ich hasse es. Was ist mit dir passiert? Ja, der Stein ist weggeflogen, aber ich bin sofort abgefallen. Das ist passiert manchmal. Wir machen so. Ich speichere kurz eine Nacht neu. Warte, wo kann man sich am besten festhalten? Ich glaube, hier. Ja, okay, ich hab eine Idee. So, ich bin jetzt wieder an der Klippe. Wenn du ready bist. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Mein ganzer Checker auf Twitch. Lasst doch mal ein Like da, Leute. Genau, lasst mal ein Like da. Ja, lasst doch alle mal ein Like da. Lasst doch auf Twitch, alle mal ein Like da. Alle mal ein Like da und lassen auf Twitch. Auf Twitch aber nur, nicht auf YouTube. Ja, auf Twitch müsst ihr mit Prime reinzappen. Ja, okay. Bist du ready? Machst du, Bro. Oh, die Windbombe. Die Windbombe. Oh, 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 oh. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung er schlägt. Ich bin so doof. Ich bin, ich hab die perfekte Windbombe gemacht und ich habe vergessen, dass ich noch keinen Paragliter habe. Oh mein Gott. Ja, ich hab auch zu lange gebraucht. Oh Mann, warte, ich glaub nochmal neu. Die war perfekt. Ich wär vom Spawnpunkt einfach direkt zum Turm gekommen. Ich hab mich geportet, ich stepp. Ey, aber jetzt mal ernsthaft, Freunde. Wem von euch passiert das auch? Ihr fangt ein neues Spiel an und ihr vergesst einfach, dass ihr keinen Paragliter habt. Das passiert bloß ständig. Immer so. Das kümmer. Auch, das hat nicht ganz funktioniert. Nein. Ja, okay, das wird schwierig. Warte, ich krieg's hin. Mein Stein ist wieder da. Pass auf. Ich bin jetzt der wahre Sädermeister. Moment, Moment, ich lag grad neu. Ja, ich seh's. Warte auf dich. Freunde, wir können uns auch schon ein, ähm, na komm, sag schnell, ein Herz holen, wenn ihr wollt. Was geht, Jules? Warte mal noch. Okay, so, jetzt aber nochmal. Ich glaube, ich hab' mir Stamina. Ja, Jules, die Woche war echt ein bisschen krass. Die Woche war echt ein bisschen sehr krass. Oh Gott. Ich hab' Blut, Mond. Was packst du, Bro? Packst du. Hä, es geht nicht. Ja, voll schwer irgendwie, ne? Es geht es nicht, aber ich, 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 ich hing wirklich dran. Weißt du, was sollst du machen? Ich kann das nicht machen, pass auf. Ah, Dicker, ich bin One-Shot, pass auf. In Katz, du bist du oben? Ich bin unten in der Zitalette drin. Oh, ich komm, ich komm, ich komm mal. Was auch immer du grad machst, ich weiß es nicht, aber. In Katz, so, hallo. Hab' ich auch probiert, jetzt hab' ich auch probiert. Hab' auch kein Ausdauer gehabt. Ah, da bist du. Da ist er, da ist er, da ist er, hallo. Ey, das macht so viel Spaß, das zusammenzuspielen. Ey, komm her, komm her, komm her, hier sind noch Feile. Was, seitlich? Darf man nicht seitlich sein? Ja, ja, die Feile kannst du alle mitnehmen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich glaub, vielleicht fällt man ab irgendwie. Das ist ein bisschen weird. Ja. Okay, das wusste ich nicht. Wir können ja eigentlich schon mal all unsere Sachen wegwerfen. Ja, lass uns die das Ende laufen. Hab' dir schon mal, hab' dir schon mal den Dings, den, äh, festen Bums hier. Hab' du abgeschlossen, ohne, ähm... Nein, 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 warte, warte, wo bist du hin? So, alle Sachen wegwerfen, zack, zack, zack. Bist du zum Lager gegangen? Ich muss mich mit allen zusammen wegwerfen, sammle noch mal alles auf. Ja, aber das kannst du nicht, äh, siehst du gar nicht. Warte mal, schneide, schneide. Wollen wir das Camp besiegen oder was? Nee, nee, aber guck mal nach oben, guck mal nach oben zum Berg. Ja. Mach' jetzt auch Fall Damage Cancelling. Ich bin ein bisschen... Ich weiß nicht, ob du mich sehen kannst, du siehst das auf der Map, oder, wo ich etwa bin? Okay, also hoch, oder? Dass hoch geht's. Ich würd' sagen, ja. Ja, doch, genau. Okay, warte, wir triggern schon den alten Mann. Wir sind schon in der Zitadelle. Warte, bekommt ihr dann sowieso auch... Ey, ich bin neben dir. Ich bin direkt neben dir gelandet. Ja, was? Wo bist du? Nein, 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 jemand bin nicht, jemand bin nicht. Was soll ich grad sagen? Ja, ich bin hinter dir. Oh, lol. Ach, du bist auf der Seite, brah. Ich hab' das Zeug, ich hab' die falsche Richtung geguckt. Oh, wirklich? Mann, das war so episch, grad. Ey, das ist so cool, dass sich zwei, einfach zwei Zweierteams... Wir gehen gleich in den Westen, wir gehen in den Westen erobern und ihr macht den Osten. Ja, Mann. Jawoll, Alter, geil. Wir erobern den Westen. Ja, los, lecker, Kato. Der Westen, ey, wie geil. Wir erobern den Westen. Wie viel hab' ich verpasst? Oh, das Plateau etwa. Oh mein Gott, ich hätte Dings, ich hätte B2B machen können, natürlich, Alter. Ich überspring das Ding. Nee, kann ich nicht, oder? Kann ich? Doch, kann ich, kann ich eigentlich. Hätt' ich machen können, schade. B2B übel schwer hab' ich noch nie gemacht, glaube ich. Bulletin Bounce macht so Bock. Bulletin Bounce ist wirklich richtig easy. Ich hätte wirklich einmal probiert, hab' ihn sofort hingekriegt. Denkt dran, hier in den Fässern, in den Krügen sind Dings drin. Ja, ich hab' das Parasägel. Holt ihr euch Herz oder Ausdauer? Herz. Absolut. Herz, ich hab' das Parasägel. Okay, danke dafür. Dankeschön. Habt ihr's auch bekommen? Ja. Aber ich soll jetzt zwei haben. What? Das wäre ja well. Ja, zwei wahrscheinlich. Weil ich war gleichzeitig... Nee, die Key-Items kann man nur einmal sammeln. Das ist wie mit den Quarks sammeln, die kann man auch noch nicht mehrmals haben. Warte, darf man die... Also, welche Waffen droppen wir jetzt hier, ist die Frage? Alle. Alle, die nicht deine sind, die du brauchst. Auch keine Bögen, kein gar nichts. Nee, gar nichts. Für Dings, für Windbomben. Warte, kommt her, kommt her, Jungs. Wir droppen alles... Nee, ohne Windbomben, wir laufen zusammen. Wo seid ihr denn? Erstmal beten, bitte. Wir beten und... Ich hab mir grad schon Ausdauer geholt. Ich bin schon am beten. Ihr wollt euch Ausdauer holen. Ich will mir auch Ausdauer. Digga, ich für den Flex, einfach für den Flex, weil ich sowieso nicht sterben werde. Ich brauche auch Ausdauer. Obwohl fürs Gebirge wäre Ausdauer für mich halt auch wichtig. Ich nehm auch Ausdauer. Ich find's auch besser. Ansonsten komm ich da, glaub ich, sogar gar nicht hoch. Alter, Zelda Meister hat seine Beine einfach um meine Schultern so geschlungen. Richtig komisch sieht das aus. Ja, nehm mich ungepackt. Ja, guck mal, wie das aussieht. Bei mir sieht's ein bisschen anders aus, aber auch sehr interessant. Er ist auf meinen Schultern drauf gewesen. Ja, Hungerpack, irgendjemand muss ja tragen. Ja, genau. Junge, ich häng in deinem Nacken, schreibt Unknown. Du hängst gar wirklich in meinem Nacken. Okay, Jungs, ich würd sagen, wir gehen jetzt alle... Jawohl. Alle Waffen droppen, alle Waffen droppen. Nein, 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 noch nicht. Wir gehen hoch zum alten Mann und ab dem Punkt droppen wir alle und dann teilen wir uns auf, okay? Okay, okay, okay. Das ist cool. Hoch da, Jungs, hoch. Das ist, glaub ich, gut. Erstmal, weil ich stumm zünden, Spaß. Ja, Mann, dachte ich auch grad so. So, Lenkatsu, wir gehen dann weg. Es gab mal... Oh, wer ist zur Hölle? Jetzt beginnt der geile Part, schreibt Ja. Alter, jetzt. Ich hab mich hochkatapultiert. Jetzt wird's geil, jetzt wird's mal. Freunde, jetzt geht es los. Ganz kurz mal, habt ihr's gerade gesehen, dass ich hochkatapultiert wurde? Ja, bei mir wurdest du auch hochge... Eigentlich warst du unter mir bei der Leiter und dann warst du oben. Ja, auf einmal war ich ganz oben. So, Jungs. Oh mein Gott, das Wetter ist auch so cool. Wie cool das aussieht. Bei mir ist es schon dunkel, ne? Bei mir ist es dunkel. Wir spielen jetzt zusammen BOTW durch, los. Ja, das ist so ein... Sechs Jahre ist es her. Warum sammelst du das ein, wenn du es eh gleich wieder droppst, Schneider? Das ist tatsächlich ein Punkt, ja. Okay, Leute. Wie ist denn das Wetter bei euch? Bei mir ist es grad so Dämmerung. Bei mir auch Dämmerung. Wir haben auch immer gleich. Wir haben immer gleiches Wetter. Okay. So, wir warten auf den Cut so und dann wird losgekommen. Beide kann ich leider nicht droppen, ne? Jawohl. Ne, feinbeiden wir auch. Jetzt nochmal alle ein Herz in den Chat, bitte, weil das ist wirklich einfach das schönste Event, das ich bisher an BOTW gespielt habe. Guck mal, Lino, die Lahm, äh, die Tarntüte, ey. Liga, ich hab alleine einen Schrein gemacht, jetzt redet ihr mal. Ja, warum ist jetzt so lang? Was macht ihr jetzt? Wir gehen jetzt alle in unsere Gebiete. Wir gehen jetzt alle in unsere Gebiete. Also ich geh nach Gronja und sammle da mein ganzen Stuff. Oder Richtung Gronja, Todesberg und sowas. Warte, ihr müsst, guck mal, ihr müsst wahrscheinlich durch den Ausgang gehen und wir beide müssen hier durch, oder? Naja, mehr oder weniger. Ne, eigentlich musst du auch in die Richtung. Selder Meister, wir gehen erstmal ein Pferd holen und laufen dann zum Satori-Berg, oder? Ja, lass auch mal ein Pferd holen. Okay, lass ein Pferd holen, Schneide. Also holen wir uns doch alle. Also, alles droppen, alles droppen. Okay, alles droppen. Ich hab schon alles gedroppt. Außer Pfeile natürlich, aber kann man eh nicht droppen. Nee, kann man nicht droppen. Also, ich verstehe sie halt. So, alles weg, Freunde. Ich vertrete heutige Udo. Alles weg. Okam sind die Sora, Schneide die Gron. Aber wie wollen wir kämpfen, wenn wir keine Waffen haben? Gar nicht, bis wir Waffen haben. Gar nicht, du musst Waffen holen. Viel Spaß. Hä, was? Wie wollen wir denn, wie wollen wir denn, äh, leichte, äh, also, leichte Kraft-Promo zu machen? Ach, Bomben, stimmt. Dann musst du doch gar nicht. Genau. Ja, okay. Einmal die Bomben nutzen und ansonsten geht auch keine Windbombe mehr. Wir müssen jetzt fliegen. Let's go. Deswegen holen wir den Katz und ich uns ein Pferd. So, den Katz, so bist du ready? So, Freunde, doch ein erstes Mal. Alle einsteigen. Kommt alle her. Alle versammeln. Ja! Einsteigen! Jetzt schlagen wir alle an. Let's get's los! Dann holen wir uns die Waffen und wir sehen uns wieder, wenn wir alle equipped sind und dann besiegen wir das Spiel. Wo treffen wir uns? Wo treffen wir uns wieder? Wo treffen wir uns wieder? Am Schloss, am Schloss, vor dem Schloss. Turmgustung gibt. Ja, würde ich auch sagen. Okay, dann treffen wir uns dort wieder. Oder wir treffen uns alle nochmal bei der Zitadelle und machen dann gemeinsam einen Bosswalk zum Ding ins Rüber. Nein, 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 lass da treffen, lass da treffen. Okay, gut, dann treffen wir uns beim Brunnen, ja? Sehr gut. Ja, ist beim Brunnen. Okay, dann wir laufen los! Let's go! Steine, warte auf mich! So, wo müssen wir hin? Wir müssen zum Satori-Berg rüber. Wir müssen hier rüber. Oh, der leuchtet, siehst du, da leuchtet der Satori-Berg. Schneide, vergiss nicht, wir wollten zusammen los. Bei mir leuchtet er nicht. Wir haben ja Parasegel, ich hab schon ganz vergessen. Bei mir auch nicht. Einfach cool. Unfair einfach. Ich war auch gerade voll dran gewöhnt, kein Parasegel zu haben. Warte, ich hab das vergessen, dass wir Parasegel haben und bin runtergelaufen. Ja, weil wir es selber nicht eingesammelt haben, deswegen war das so weird. Boah, da kocht sogar jemand. Nein, lass mal jetzt ein Pferd sehen. Ich geh schon mal zum... Ja, erstmal direkt ein Pferd holen. Erstmal direkt ein Pferd holen. Wo gibt's denn die? Nein, wir gehen und noch kein Pferd holen. Willst du jetzt schon ein Pferd holen? Ich hol das Pferd, Gerudo. Ja, ich will direkt am Anfang ein Pferd holen. Hau dich ein Pferd, hä? Ich hab's heilig. Okay, gut, dann gehen wir ein Pferd holen. Komm mit. Warte noch kurz, warte noch kurz. Ich bin noch nicht da. Ich geh nur noch zur Mauer, weil... Ey, du rund, Junge! Ich geh auch zur Mauer. Ich komm zur Mauer. Weil hier sind überall Gegner. Ich hab's schon gerochen, ich hab's schon gerochen gerade. Echt? Oh, guck mal, hier sind die ersten Gegner. Ist er bei dir auch gespawnt? Äh, Nachtgegner? So, ich bin gleich bei der Mauer angekommen. Warte. Ah, ich bin auch bald da. Ah, ich seh dich auf der Karte. Leute, Freunde, unten rechts auf der Minimap seht ihr dieses besondere Symbol. Das ist Slinkazo. Oh, er ist noch an. Alter, hier sind noch mehr. Hier sind noch mehr. Jawohl, hier ist er. Oh, du hast ihn weggesprengt bei mir. Ja, ich weiß, ich weiß. Also, hab ich gehofft. Oh je, oh je, wir sollten uns bei allen. Okay, wie machen wir das denn? Achso, ich wollte gerade sagen. Da vorne ist ein Pferd, da vorne ist ein Pferd. Wo, wo, wo? Achso, da hinten erst. Wir springen einfach auf ein Pferd drauf, oder? Ja, ich würde sagen, pass auf, wir gehen hier hoch. Theoretisch können wir uns den Staces bauen. Hey, guck mal, die sind noch bei uns. Die sind direkt neben uns. Wir holen uns alle ein Pferd hier. Königreich Hyrule und direkt ein Blutpunkt. Hier unten sind Pferde. Springt auf. Ab zu dem Pferd, ab zu dem Pferd. Ich nehm das, Leute, wir nehmen das gecheckte. Nee, wir nehmen das weiß gecheckte. Ich nehm das schwarze. Ich nehm das braune. Nein, es hat mich runtergehauen. Es hat mich runtergehauen, das Pferd. Das braune ist schön. Das muss ich durchsperrennen. Wechselt mal eure Rüstung. Ich glaub, man sieht euch nicht. Oh mein Gott. Wir sehen euch aber. Ich seh Schneide hier neben mir direkt. Oh, nee, jetzt kommen wir direkt vor meiner Fresse. Das gibt's doch nicht. Jawohl. Ey, guckt mal. Guck mal eure Rüstung. Ich seh euch nicht. Ey, ich hab grad geswitcht. Yo, ich hab auch geswitcht. Guck mal, ihr seht Linktatsu. Ich seh nur Schneide. Ich seh nur Schneide. Ey, guckt mal. Oh, jetzt wird's wieder hell. Jetzt ist wieder hell geworden. Ich hab leider nur sehr schlechtes Pferd. Ach, da drüben seid ihr. Oh, jetzt ist hell geworden. Ey, guck mal. Linktatsu ist auch einfach in der Luft, weil es fertig angezeigt wird. Okay, Linktatsu. Hey, ihr habt alle schon Pferd. Ich hab noch keins. Unser Weg führt uns. Nein, ich bin ertrunken. Ich bin ertrunken. Ich würde sagen, wir gehen erst mal zum Stall. Alter, oder? Jetzt haben wir mal Tag geworden, okay. Ey, hier ist Wasser. Hier ist Wasser. Ich kann kein Pferd sehen. Hier ist Wasser. Also, ich müsste, wir müssten über die Brücke. Nein, hier ist wirklich Wasser. Ich kann kein Pferd sehen. Es wäre theoretisch extrem hilfreich, wenn wir den Turm aktivieren, der Hebra mit bedeckt. Ich weiß gar nicht, was ein Pferd sein soll. Also, ich mach das auf jeden Fall. Guys, hier ist fucking Wasser. Was soll ich denn tun? Also, ich krieg kein Pferd. Seder Meister, lass schon mal direkt zum Stall laufen, oder? Gibt es ja keine anderen mehr? Ich folge dir, ich folge dir. Geh voraus. Alter, das ist hier zu cool. Ja, Thor. Oh, ich hab ein gutes Pferd. Meins hat aber auch richtig gutes. Meins hat vier Spuren einfach. Mein Spiel ist gefreezed. Warte kurz. Bei mir läufst du weiter. Nein. Nein, mein Spiel ist da. Nein, du bist fake. Warte kurz auf mich. Ja, ich warte, ich warte hier. Oh mein Gott. Wir können ja schon mal gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Ich hab jetzt eine Waffe, Freunde. Wir holen uns jetzt einen Golden Claymore. Das ist ein Gerudo-Zweischwert. Holen wir jetzt auf dem Satoshi. Gerudo-Zweischwert, Alter. Ja, Zweihänder mach ich ja. So, da holen wir uns dann ganz viel Essen. Und, ja, den Zweihänder. Und dann muss ich eigentlich im Prinzip einfach nur komplett hoch ins Hochgebirge. Nein, dann drück mir die Daumen, drück mir die Daumen, dass ich jetzt nicht wieder im Wasser lande. Hier, wir müssen gleich hierhin, ins Gerudo-Hochgebirge, wo es überall eisig ist. Yes, 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 ich hab ein Pferd, ich hab ein Pferd. Und da sind überall Leunen einfach. Ich hab's richtig schwer heute, aber zusammen mit dem Pferd schaffen wir das. Jawohl. Ja, wie nennst du dich? Ich weiß noch gar nicht, wie ich mein Pferd nenne. Wo bist du, wo bist du? Wie nenne ich mein Pferd? Bei dem See, beim Ivarock. Ah, ich seh dich, ich seh dich. Ich glaube, ich nenne es Zeldameister, für good luck. Okay, dann nenne ich mal ins Inkazo, los. Aber dann reisen wir doch jetzt mit zwei Zeldameister und zwei Inkazo. Hey, die war ich noch nie. Aber hier ist doch die Dings, die ist Majora's Maske, oder? Oh, warte, was? Na gut, dann heißt der, dann heißt mein Pferd Inkazo 2.0. Ah, dann heißt mein Zeldameister 2.0. Ich hab Flecki, wen habt ihr? Ich hab den Inkazo 2.0. So heißt dein Pferd, ah ja. Ja, so heißt dein Pferd. Okay, siehst du mich, Schneide? Ja, klar, ich dich, du hast quasi in mir. Was ist das? Ja, okay. Ich kann nicht auf Continue drücken. Hä? Ich muss nochmal neu starten. Ja, start einfach das Spiel neu. Du, du, du. Also reiten wir schon mal los? Ach, Mann, sorry. Sollen wir jetzt noch warten, oder sollen wir schon losreiten? Ihr beide könnt ja schon losreiten. Wir können schon los, ich warte auf den Kazo. Okay, jetzt go Schneider. Das Ding ist, wir fangen gerade auf. Natürlich machen wir nicht 100% Geist. Nein. Ich hast so 100%, aber wir wählen jetzt alle unsere eigenen Orpha. Wie viel Stamina hat dein Pferd? Meins. Meins hat auch nur zwei. Meins hat vier. Meins hat auch vier. Ja, okay, wir haben mal wieder Lobpferde. Da haben wir mal wieder gegriffen, ne? Da haben wir mal wieder klargestellt, welches Team das Bessere ist. Maxi-Rüben. Oh, ja, stimmt. Alles auf dem Weg dürfen wir mitnehmen. Außer Waffenheit. Ja, genau. Approviant dürfen wir. Kann ja mein Pferd schon mal ein bisschen ziehen. Man kann Pferde schon vorher erkennen. Wenn Pferde dunkler sind oder einfarbig sind, dann haben die bessere Orte. Ich weiß, deswegen habe ich mir ein dunkles genommen. Ich dachte, die Gefleckten waren besser. Nein, die Gefleckten sind die schlechtesten. RIP. Voll diskriminierend, ja. Aber ganz ehrlich, mein Pferd ist echt richtig schön. Also ich finde das super. Ich schneide hier rum, Cruz, wie das aussieht. So weiß ich das. Er sieht so dumm aus. Wollen wir den Schrein da hinten noch machen? Nee, oder? Nee, scheiß drauf. Nee, das ist dieser Kackschrein. Sonst kann ich schon vorgehen. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Der ist Kack. Nein, 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 wir laufen alle von uns am Gebiet wieder. Das ist cooler. Okay, Link hat es wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Oh, da ist ein Wächter. Oh ja, mich hat auch einer gespottet. Wo bist du selber? Nee, er hat dich gespottet. Jetzt hat er mich gespottet, verdammt. Ich bin da, wo du auch gab. Oh, wie du wegcruist. Ich wurde noch nicht gesehen. Ähm, warte, ich laufe mal ein bisschen weiter. Ich sehe dich, ich sehe dich. Halt halt an, rechts am Seitenweg. Oh, das sieht so cool aus hier zusammen mit dir. Ich sehe dich nicht. Bei mir ist er nicht. Bei mir ist er nicht. Okay, los den Katzen, los geht's. Oh, da hinten ist auch einer. Aufwärts, aufwärts. Let's go. Jawoll. Oh mein Gott. Los, Freunde. Oh mein Gott, ich bin hängen geblieben. Ich bin hängen geblieben. Nein, verdammt. Schneide, wollen wir jetzt zusammen zum Ranel-Turm. Los geht's. Ranel-Turm können wir machen, ja. Ja, lass zusammen zum Ranel-Turm. Aber ohne Wächter verfolgt mich immer noch, ne? Wie lustig das so einfach aussieht, wenn ein Katze da einfach so in der Luft. Ist das geil geworden, okay. Ja, wir müssen jetzt zum Hebra-Gebiet. Oh, mein Pferd bockt ein bisschen, das will immer so rechts lang. Ja, meins auch. Wo ich zähmst ein bisschen. Immer schön streichen. Immer schön streichen. Ich mein, es wird gezähmt. Meinst du schon wieder relativ zahm? Ja. Oh, merkst du das? Das ist ein Stall. Lass uns den Schrein holen, weil ein Stall ist doch immer ein Schrein. Wir machen das. Wir machen den Schrein. Man ist ja über schnell zähm, merk ich mal. Ja, er muss aber die ganze Tuell spammen. Ja. Ach, das ist ein Bock. Ich dachte, das wäre einer von denen. Guck mal, da hinten ist ein Bock. Aber erst mal das Pferd. Lass mal weg hier. Stimmt, wir müssen das Pferd ja noch registrieren. Hier ist ein Stall, hier ist ein Stall. Stall der Ebene? Lass auch registrieren. Lass auch registrieren. Wo ist der Stall? Ach, das sind die anderen. Was sind wir? Aber hier ist doch auch irgendwo einer bei uns. Jawohl. Ran hier, Pferdi. Den Katze 2.0. Wo ist denn der? Wir registrieren. Nein, dafür braucht man doch Geld. Wir haben kein Geld. War der Südlicher? Oh nein, ich habe wirklich kein Geld. Ich habe kein Geld. Warte mal. Dahinter und hinter uns war Terry. Wir müssen ihm kurz was verkaufen. Ja. Terry. Stimmt, wir haben ja ganz viele Embers und so. Rennfahrer Schneile, schreibt einer. Ist echt so. Wo ist Terry? Terry war da hinten irgendwo. Terry ist direkt hier bei mir. Bei mir kommt der da angelaufen. Oh, Hinox. Terry. Terry, anhalten. Terry, ich gebe dir mein Geld. Gib mir mein Geld. Nein, stimmt. Da vorne ist der Stall. Da ist der Stall. Ja, okay. Jawohl, hier ist er. Wir könnten den Schrein machen, theoretisch. Auf hinter. Jawohl. Dann hätten wir vielleicht eine Bewährung mehr. So, Terry, was bekommst du von mir? Doch, lass den Schrein auf jeden Fall machen. Ja, den machen wir. So, verkaufen. Und, ah, wir haben ja sogar einen Rubin. Ja, wir brauchen einen Rubin, eine Schneile. Wir müssen was verkaufen. Wir müssen einen Rubianter verkaufen. Oh ja, ich hab's. Ja, Mann, ich hab jetzt schon 300. Was haben wir? Ich auch. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab Rodonid. Ich hab Rodonid. Ach stimmt, wir haben Rodonid. Stimmt, stimmt. Ich hoffe, dass mein Pferd halt noch da ist. Ja, mein Pferd. Oh, das ist so cool. Aber jetzt mal ernsthaft. Leute, Leute, die Leute im Chat, bitte. Wie gut sieht das Pferd aus? Ich hab's mal ernsthaft. Das sieht doch... Alter, jetzt kommt Zelda Meister 2.0. Ja, warte. Nee, der Meister 2.0. Den Katze 2.0, warte, ich schaff das. Willst du über die Brücke oder machen wir... Jawohl. Wir brauchen eine Brücke für das Pferd. Ach ja, oh. Okay, nevermind. Ich komm wieder hoch. Jetzt einfach mal richtig schön den Katze... Oh, man kann's nicht Zelda Meister. Da reicht der Bock mit dem Tod, oder? Es geht nicht so viel. Dann nenne ich ihn... Dann nenne ich ihn Pferdemeister. Ich bin doch gar nicht da. Ich bin grad ein bisschen hinterher. Pferdemeister. Ich lern mal... Dann nimm doch ZM. Warte, ich ram ihn auch noch mal. ZM 2.0. Ram ihn, ram ihn. Bei mir werden die Tasts nicht angezeigt. Komm, ich ram ihn. Yes. Ein Hit noch, ein Hit noch. Ein Hit noch. Mit Tausstatur. Ich fahre nochmal neu. Dreh um, dreh um, dreh um. Leute, ihr seht kurz meinen Cursor. Lino... Ach so. Nein, warum hab ich nicht... Lino... Ich geh hin. 2.0. Let's go, danke. Ja. Ah, nicht zünden, nicht zünden, nicht zünden. ZM und Lino 2.0. Oh, ich bin roter gefallen. Ich bin so dumm. Ja, schön. Ich bräuchte echt, ich bräuchte wirklich dringend, äh, halt Chilis, ne? Ich hab... Irgendwann macht die Bombe da weg, die macht mir Angst. Ich bin... Ich kann die gar nicht detonieren gerade, ich bin auf dem Pferd. Ach so, okay. Aber wie soll brauchst du Chilis? Du musst doch gar nicht nach Hebra. Doch, ich muss nach Hebra Hochgebirge. Geh gut hoch, Land. Das ist der Stall der Sümpfe? Das ist der Stall der Sümpfe, ja. Okay, Linkatsulas, äh, wir müssen mal, wir bräuchten echt den... Wir müssen die Türme aktivieren, Leute. Du musst irgendwann was verkaufen. Ja, das wär nicht schlecht. Ansonsten ist es halt extrem schwer, mit den Maps die Items zu lokalisieren. Ja, das geht schon. Lass erst mal, ähm, lass erst mal den Schrein machen, oder? Den Schrein hier oben. Ja, ich such den gerade. Der ist hier links, hier links, links, links. Links hoch. Irgendwann haben wir gerade redet. Ja, ich weiß, aber ich... Ich hab den Schrein gemacht, ne? Wollte eigentlich hier ausmachen. Ah, hier ist Terry, hier ist Terry. Jawohl, hochtag. Leute, wir holen uns ein Zeichen der Bewährung. Yes, Terry, Alter. Wo ist Terry, hey? Bei mir ist er da nicht. Ich weiß, das Pferd mit den Lasagnen nennen. Bei mir ist er da nicht. Bei mir ist er drin. Ey, das ist mein Job. Du hast mich gebaitet. Okay. Verkaufen. Rein in den Schrein. Reiner, reiner, reiner. Aber eigentlich können wir aufteilen. Soll ich den Turm aktivieren gehen? Ähm, sehr schön. Verkaufen. Ja, lass uns doch auch zusammen machen. Sehr schön, danke, Terry. Also, Terry, bester Mann, Alter. Terry, bester Mann, ohne Spaß. Lass uns alles zusammen machen. Ja, ich find ihn auch cool. Oh, mein Pferd ist abgehauen. Nein. Ey, was ist doch hier? Ey, ich kann das nicht abgehauen. Warte, ich mach den Turm. Du machst den Schrein. Was wolltest du jetzt kaufen? Achso, wollen wir noch Pfeile kaufen? Ich kaufe mir noch welche. Oh nein. Das ist doch das, wo die ganzen Wächter sind. Ja, das wird heftig. Viel Spaß. Oh mein Gott, Freunde. Jetzt. Oh mein Gott, der Schrein ist richtig schwer. Deswegen bin ich's. Alter, fuck. Ich hab keinen Bogen mehr. Ich glaub, ich schaff den Schrein nicht. Ich hab keine Ahnung, wie der funktioniert. Ich koch mal nochmal ein bisschen bei Bray Schneider. Oh Gott. Wie funktioniert das Schrein? Ich hab auch keinen Bogen mehr. Ich hab ja nicht mal Waffen, um mich gegen die Wächter zu sagen. Oh mein Gott. Nein. Oh nee. Das ist nicht gut. Was muss ich denn jetzt machen? Das ist ich. Oh mein Gott, ich hab Viertelherz. Nein. Ich sterb dir denn bitte. Ich sterb dir. Wo sind denn die gerade? Wir sind die Knochen, Exalforst. Warte, ich komm in den Schrein rein. Ich helf dir. Also ich bin gerade im Schrein. Also ich hab mein Pferd registriert. Sehr schön. Oh mein Gott, das sind einfach diese Knochenmoblins mit Bögen, mit den Ritterbögen neben mir gespawnt. Hä, warum seid ihr denn dort? Da waren wir doch. Hä, da waren wir doch auch. Ach nee, da waren wir noch nicht. Bist du jetzt bei mir? Oh du bist bei mir. Das ist die Türen auch. Es geht egal, dass wenn man sich einen Schrein hat und die Türen einfach aufgehen. Ja, der Schrein war einfach. Wir müssen, wir brauchen aber Bögen. Können wir nicht. Wir müssen raus. Wir können mit Bögen. Wo kam ich mit Bögen? Schreien die drin? Ich bin noch nicht drin. Ich mach den, okay, dann mach ich den schnell. Sicher? Okay, mach du den. Ich registriere mein Pferd. Warte, stimmt. Bleib da, bleib da, bleib da. Wir können schummeln, wir sind zu zweit. Stimmt, wir können schummeln. Mach rum, mach rum, mach rum. Was ist das für ein Schrein? Was ist das für ein Schrein? Das ist so ein Wasserschrein irgendwie, wo man ein Skryo-Dru verbraucht. Oh, nervig. Ich seh das Ding nicht mehr. Das ist auf der anderen Seite. Mach auf der anderen Seite, Mann. Nein, das ist hier nicht. Nee, auf der anderen Seite, wenn du da durchgehst. Das ist obendrauf, das ist obendrauf. Da komm ich nicht hoch mit dem. Verdammt, ich sag doch, ohne Bogen wird das nichts. Komm, 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 komm. Verdammt. Was machen wir jetzt? Registrieren. Nee, ohne Bogen wird das nichts. Das meinte ich. Ja, dann müssen wir, dann gehen wir zusammen den Turm holen. Okay, ja, aber das wird richtig schwer, weil das sind Wächter. Äh, Name ist Flecki, let's go. Abgeschlossen, stein ist fertig. Wir haben aber keine Bögen. Wir haben keine Bögen. Der kriegt kurz ein neues Dings, neues Spirit auf. Ja, dann lass den auslassen, direkt zum Satori-Berg, oder? Ja, dann lass den Turm beim Satori-Berg holen, gell? Hier komm ich. Gibt's da? Da hab ich nix. Ja, natürlich. Doch, doch, da gibt's. Habt ihr den Spirit abgekriegt? Noch nicht, warte, komm, wahrscheinlich gleich. Kommt sich ja gleich. Links sein. Ja, da ist er. Ja, schön. Nice, danke dir. Oh, ist hell geworden, ist hell geworden gerade bei mir. Jawohl, schön, bei mir auch. Okay, dann würde ich sagen, wir reiten rüber. Wo ist mein Pferd? Oh, mein Pferd kommt. Komm her, Pferdi. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nein, mein Pferd ist so scheiße. Nein. Okay, den Cutter. Ich red vor. Kommst du mit dir hin? Wir müssen hier längs und dann müssen wir gleich links die Brücke nehmen. Ich lauf dir hinterher, ja. Ja, komm her. Ah, lol, bro. Ich war literally vor dir. Genau in mir einfach, wow. Jawohl. So. Okay, reiten wir weiter. Ich muss mal ganz, ganz kurz auf die Brücke. Bist du noch hinter dir? Oh ja, ich bin direkt da hier. Ja, ich warte hier. Okay, easy. Junge, wie geil, wir laufen hier einfach zu zweit rum. Das ist so cool, es macht so viel was. Hier links wirst du. Oh, ich wurde abgeworfen. Es hat mich abgeworfen. Das hab ich noch nie gesehen. Das hab ich auch noch nie gesehen. Was? Ich muss meinen kurzen spannenderen Namen machen. Wieso ist Lino 2.0 so wählerisch? Das seh ich nicht ein. Oh, das, also das Pferd lässt sich. Was hast du denn? Das lässt sich ganz schnell. Das will immer rechts runter. Das hat so ein Rechtsdrang. Ich seh's, Digga, es geht einfach in den. Ich hab vielleicht Pech. Hast du das? Jawohl, ich bin hinter dir. Also dann ab zum Turm, oder? Jawohl. Oh, ich hol mir was zu essen. Ich reite einfach diese Straußen um. Oder auch nicht. Ach man. Okay, wir müssen... Wir haben ja beim Satori-Berbett alles, was wir brauchen. Ja, Satori ist alles, was wir brauchen. Das ist ja wirklich alles. Da können wir uns 10.000 Maxi-Jurian mit aufnehmen. Okay, hier ist auch die eine Erinnerung. Genau, da oben ist er schon. Das Problem ist nur, ohne... Ohne den Krok unter der Brücke. Ohne Dingens wird es extrem schwer, die Items zu lokalisieren. Brauchen wir nicht. Ich weiß, wo die alle sind. Unter der Brücke? Hier ist ein Krok unter der Brücke in Lahn. Ja, aber gut, weißt du auch, wo meins ist? Oh. Was meinst du mit deins? Ah, da beim Stein. Meine Waffe. Meine Waffe. Deine Waffe? Ja, Waffe weiß ich jetzt nicht. Ja, wir müssen den Tower holen. Ansonsten sehe ich es nicht. Ist das der da hinten? Tabanta? Ich glaube, das ist der, ja. Lass den holen. Der war wirklich einfach. Ja, okay, dann gehen wir da hin. Ey, das geht mit meinem Pferd. Komm, wir sind da rumrecht die ganze Zeit. Ja, das war ich. Das sieht so cool aus. Komm, seht ihr das, Freunde? Da vorne ist ein Katz und die gehen jetzt auf den Turm da hinten. Ich bin gerade fischen. In der Ferne der Turm. Seht ihr den? Let's go, wir haben zum Turm. Das ist so cool. Das Pferd rührt mich. Das Pferd durchspielen. Ich habe nichts gemacht, aber es ist die ganze Zeit weitergeritten. Du hast es ganz leicht einfach angetippt. Oh, mein Pferd habe mich abgeworfen. Oh, warte, ich halte an. Deswegen hat es mich ein bisschen irritiert, dass du einfach weiterläufst. Komm, ich bin da. Jawohl. Vorwärts. Ich pfeife mein Pferd kurz her. Ja, das ist der Turm. Oder auch nicht? Vielleicht hast du keinen Bock. Jawohl. Oh, das ist der von der Ebene. Guck mal, hier ist ein links. Maxi-Trüffel. Mein Pferd gehorcht mir aber auch noch nicht so. Ja, meinst du auch nicht? Das ist jetzt gleich bei der Brücke, musst du aufpassen. Ganz langsam reiten. Okay, weiter geht's? Das Pferd nicht runterfällt am Ende. Okay, versuche ich. Auf dem Rannellturm. Guck mal, da hinten ist war Medoh. Oh, das sieht so cool. Als ich das erste Mal in BOTW gespielt habe, muss ich auch sagen, war Medoh einfach cool. Es ist einfach so ein Flugzeug. Wo gehst du hin, Schneile? Also hier jetzt ganz langsam. Oh mein Gott, warte, Pferd, warte. Ganz vorsichtig. Ja, die Jardbrücke. Schneile, weißt du, ob da oben was Wichtiges drauf ist auf diesem Turm? Gott, mein Pferd will hier, glaube ich, runterspringen. Das wackelt so. Ja, eben, da musst du richtig aufpassen. Ja, wir kommen da sowieso nicht. Jawohl. Ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Komm, wir haben noch mehr Stamina, oder? Na, wobei. Ein, ein Fünftel Rad, das wird, glaube ich, nicht reichen. Okay, lass weiter reiten. Wo gehst du nicht? Oh, der Turm war nicht so einfach. Wo gehst du lang, Schneile? Wir müssen hier lang. Nein, nein, hier lang. Ja, du musst da lang. Ah, das ist der Turm. Ne, wir wollten zum Radnelturm, dachte ich. Der ist doch mega einfach. Ach, wir wollten zusammen zum Radnelturm, alles klar. Ich glaube, der war einfach, ja. Schauen wir mal, schauen wir mal. Oh Gott, ich habe einen Fuchs überrannt. Oh, es tut mir leid. Was brauchen wir? Ganz kurz mal, Geist, wer ist nicht sinnvoll? Oh, lass dem da helfen, da links. Wer ist vielleicht sinnvoller, dass wir mal unsere... Ich habe aber nichts. Hallo, wer ist vielleicht sinnvoller, dass wir uns mit zwei Gruppen aufteilen? Könnten wir auch machen. Wir reden uns die ganze Zeit dazwischen, aber wir haben keine Ahnung, was ihr macht eigentlich. Ja, okay, warte, dann schalte Mark halt mal kurz an. Oder? Dann geben wir zwei verschiedene Voices. Achso, willst du das machen, das ist doch doof, oder? Ne, nur kurz, dachte ich jetzt mal, solange ich mit Willkampsen noch unterwegs bin, weil wir uns die ganze Zeit irgendwie ins Wort fallen. Also, wir sind schon noch ein bisschen unterwegs zusammen. Ne, wir auch. Wollt ihr jetzt trennen, oder wie? Ne, lass zusammen, lass das, egal. Lass zusammen, lass zusammen. Okay, wir schaffen das. Oh, da ist ein schwarzes Pferd. Wollen wir uns ein schwarzes Pferd zeigen? Boah, das wäre schon geil, ne? Aber andererseits, ich brauche, sobald ich einen Bogen habe, kann ich meinen Infinite Host dann mit einer Glitch machen. Wo seid ihr gerade? Ah, ihr seid da unten. Was? Wie geht der? Ich kenne ihn gar nicht. Dass du die ganze Zeit vom Pferd abspringst, aber wieder drauf ist so fort. Warte, ich guck mal, wo die beiden sind. Ach, die beiden sind hier. Echt, das geht? Du kennst dich da bei dem Stein? Ey, das ist so cool. Das ist so geil. Egal, jetzt ist es eh schon weg. Es ist wie Whistle Sprinting fürs Pferd im Prinzip. Stimmt, du musst eigentlich, eigentlich musst du weiter in den Norden, ne? So, schau mal, ich glaube, der Tür war jetzt nicht so easy. Schau, da sind wir also Schlamm drum, wie kommen wir denn da hin? So, reiten wir hier rum, ja, alle. Mit dem Kryo-Modul. Wollen wir den Schrein hier links noch holen? Oh Gott, das sind aber schon gut Gegner, ne? Haben wir Feuerpfeile? Ach, nee, wir haben gar keinen, ach, scheinbar. Ach, das sind schon gut Gegner, ja. Ach, das sind schon gut Gegner, ja. Wir müssen es irgendwie schaffen, komm. Ja, wir können, ja, wir können ja nicht Windpfeilen. Schaffen wir es da hinschneiden? Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Eigentlich nicht, ne? Auf den Turm, oder was? Wir schaffen das. Mit der Kraft der Freundschaft, los! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, das ist nicht gut, er hat mich gesehen, er ruft seine Hilfe. Nein. Kann man mit auch? Das schaffen wir. Ich mach BLSS. Nein. Das schaffen wir, das schaffen wir. Ich mach das. Aber wie denn ohne Schäden? Nein, das ist kaputt gegangen. Das war kein Schild. Oh mein Gott, jetzt sieht es ganz schlecht für mich aus. Doch, ich hab noch meine Schäden. Die hab ich gar nicht getroppt. Nein. Oh mein Gott. Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Ich schaff's, ich schaff's. Ich glaub ich schaff's. Ja ohne Dings wird's nix, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte, 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 bitte. Man kann auch, glaub ich, rüber gleiten. Ich hab's geschafft. Ich glaub ich bin safe. Ich glaub ich bin safe. Ich seh dich auch, ich seh dich. Du kommst hier hoch. Oh mein Gott, die schießt mich an. Nein. Oh. Oh, wie tief man hier fällt. Der ganze Bildschirm wackelt. Oh mein Gott, ich hör diesen Magier hinter mir. Ich glaub du darfst nicht springen. Oh nee. Hinter mir ist ein Flederbeißer. Wir dürfen nicht sterben. Ich glaub ich schaff's. Bei mir ist ein Flederbeißer. Nein. Ich schaff's. Er hat's leider nicht geschafft. Oh mein Gott, nein. Ich wurde angegriffen. Oh, die ist ne Truhe. Hier oben ist ne Truhe. Was ist da drin? Eisbeiler. Wenn dich hier noch einmal geht, dann bin ich tot. Ich schaff's aber. Ich hole uns den Turm. Nein. Hat eigentlich dasselbe Inventar? Ne, haben wir nicht. Hilfe. Oh mein Gott, das wird jetzt knapp. Ich bin tot. Nein, ich bin tot. Nein, du bist tot. Nein. Ich schaff's aber. Ich bin oben. Ich werd grad vollgequatscht, Junge. Komm schon. Komm schon. Ein paar Meter noch. Komm schon. Nein. Komm schon. Ich hab's geschafft. Ich bin dran am Panel. Ich bin dran. Ich bin dran. Ja. Oh mein Gott, du warst die Ablenkung. Sie haben alle dich angeschaut. Ich bin einfach weitergequittert. Irgendwie muss ich hier Feuer machen. Irgendwie muss ich hier Feuer machen. Aber wie wollen wir das denn machen? Wir haben keine Ahnung wie. Können wir nicht ne Fackel wenigstens kurz mitnehmen oder sowas? Irgendwie müssen wir hier Feuer machen. Oder ein Stock. Wir bräuchten irgendwas um Feuer zu machen, dann könnten wir Chili anzünden. Dann können wir rüberfliegen. Warte, man kann Chili anzünden? Ja, ja. Dann gibt's auf und sofort. Hä, was? Was ich weiß. Ja. Das weiß man schon Ewigkeiten. Ja, hä, was? Habt ihr jetzt schon die Karte von dem Tower hier? Ja, wie willst du denn Chili anzünden, hä? Ja, ist die Frage. Warte, Leute. Ich muss das nochmal ganz kurz wiederholen, weil es neue Leute dazugekommen. Wir machen keine Titanen. Das ist ja die Sache. Wir haben gar keine Waffen. Wir machen keine Titanen und ich darf nur Gerudo nutzen. Du hast da grad nen Dings angelockt, ne? Ne, doch nicht. Doch, du hast den Exalfos angelockt. Oh, ich hab den Shiga-Sensor. Oder hast du den schon gekillt? Bei mir greift der dich an. Geil. Okay, wir sehen den Saturi. Schneide, ignorierst du den grad einfach? Ja, siehst du mich? Den Exalfos oder was? Warte. Der ist nicht so wichtig. Wo bist du? Warte. Schlag ihm mal. Ich will wissen, ob du ihn hittest. Ob ich das sehen kann. Ich ziehe vorne bei mir. Das ist ganz woanders. Der ist hier. Okay, ich bin jetzt wieder da. Mit der Kraft der Freundschaft haben wir's geschafft. Ja, sehr schön. Warte. Hier bist du. Weil ich versuch zu dir zu kommen. Suchst dein Pferd. Ja. Ähm. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Da ist mein Pferd. Schafft man's da irgendwie rauf? Guck mal, hier hab ich's geschafft. Weil wir nur aus unserem eigenen Gebiet die Waffen holen dürfen. Ich darf nur von Corona quasi Waffen holen. Ich will das hier schaffen. Ich will das hier schaffen. Ich auch, ich auch. Ich weiß noch nicht wie. Ich bin bei meinem Pferd. Wo bist du? Ich bin hier unten. Ach, da bist du. Da, ich seh dich. Warte mal, was passiert, wenn du... Der hat aber nen Bogen. Soll ich einfach kurz Feuerfeil nehmen mit Bogen? Warte, ich bin direkt neben dir. Warte, ich mach kurz... Einfach kurz anzünden, Schneile. Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Genau unter dir, jetzt. Okay, hier war ein Bogen. Ja, wir dürfen auch keine von Gegnern gedropten Dinge nehmen oder irgendwas, ne? Jetzt, jetzt richtig. Jawoll. Okay, wir müssen... Ich dachte eigentlich schon. Ich markier das mal ganz kurz auf der Karte. Ich muss jetzt... Einmal... Oh Gott, das wird jetzt etwas schwierig, glaube ich. Dino? Ja? Ja? Dürfen wir von Gegnern gedroppte Waffen nehmen oder nicht? Wenn sie eure Sora-Waffen sind? Ja. Ja, nee, nee. Ich muss... Hier irgendwo muss ne Kiste sein. Ich hab ja nen Truhensensor. Anni, ich muss Gegner besiegen oder so. Warte, ein blaues Tod? Ja, wir können nichts machen, oder? Enemy, ja. Ich muss den Gegner besiegen, dann krieg ich diese Waffe. Der muss ungefähr... Okay, dann scheiß auf den Schrein, egal. Äh... Hier sein. Okay. Freunde, hier gehen wir hin. Ich markier das mal... Ja. Mit Rot. Jawoll. Da müssen wir hin. Auf geht's, Denkatsu. Los geht's. Let's go! Wir werden aber auch generell den ganzen Satori-Berg einfach looten für Essen und so. Ah, du hast mein Kryon-Modul ge... Gibt es eigentlich Geron-Einhänder-Waffen? Ich glaub tatsächlich nicht. Nein. Nee. Nee, ich glaub auch nicht. Ich sprich mich auch dieser Scheiß-Sora an. Ja, deswegen sag ich's. Wir bei... Kams und ich sind sehr balanced, nur dass ich halt stärkere Waffen hab, weil die Gerudo einfach ein bisschen stärker sind. Ähm, und Lenkatsu ist halt wirklich der Archer und du bist komplett der mit den dicken Waffen. Naja, du machst den meisten Damage wahrscheinlich von uns. Darf ich einen Dings, einen Ritterbogen oder sowas benutzen, wenn ich ihn in Geron ja gefunden hab? Nee. Das ist schwierig, weil es gibt, glaub ich, keine Geronen-Einhänder so zum Beispiel. Es gibt auch keine Geronen-Bögen. Du hast nur Zweihänder. Du hast nur Zweihänder. Nee, lass das ganze Gebiet nehmen, ist doch scheiße. Das ist ein Unfair, du hast ja alles so. Du hast ja Schilde, Einhänder, Zweihänder, Bögen, alles so. Ja, was soll ich sagen? Das ist die Rasse. Lass einfach aus dem Gebiet nehmen, ist doch viel besser. Lass einfach aus dem Gebiet nehmen. Nee, das ist wack. Nee, das ist wack. Ich find schon, so wie die Völkern, das ist gut geregelt. Ja, ich hab ja nichts, es gibt ja legit nur den Bergspalter. Was gibt's denn sonst noch? Es gibt noch den, ähm, diese, diese, den Speer. Den Erzspeer. Der Erzburger. Oh ja, ja. Der Erzburger ist nice. Okay, okay. Du hast den Felsenspalter. Ja, Felsenspalter ist halt übel, macht halt übel Damage so, ne? Oh, er ist so wieder hell. Er ist einfach wieder hell geworden. Ja. Felsenspalter gibt's auch im Dings. Felsenspalter gibt's nämlich auch im Schloss einmal. Oh, das ist natürlich gut. Nee, nee, denn umso besser. Ja, okay, dann, das ist nice, das ist nice. Also einfach den Satoriberg. Ja, ich würd' sagen, wir nehmen den Hauptgang einfach vom Satoriberg, looten alles an Früchten. Ähm, Schneider, hast du hier auch die ganzen Gegner angelockt? Hast rein, gut. Nicht angelockt, aber ich hab grad ne Idee gehabt. Sehr schön. Hoch da. Ey, das ist echt steil. Krass, dass unsere Pferde das mitmachen. Ja, heftig. Oh mein Gott. Ich wurde gekillt. Oh mein Gott. Der hat das Wasser getroffen und elektrisiert, das gibt's nicht. Ja. Und jemand fragt auch noch, wann denkt ihr, wird Okamsen Game Over gehen und jetzt passiert's wirklich. Ich glaub, hier rechts sind die Mathe duriert, oder? Ey, Chat, ihr seid schuld. Ich weiß nicht, ich glaube, ja. Ihr seid schuld. Nee, die sind hier nicht. Noch nicht. Warte, hier rechts ist was. Da ist, glaub ich, ein Krog. Bei mir ist das wieder dunkel, okay. Ja, Krog brauchen wir nicht. Ja, Krog brauchen wir nicht. Hier, hier, hier sind die ganzen Äpfel, komm her. Als ob ich gestorben bin. Ja, die Äpfel, die Äpfel. So, ich steig vom Pferde. Bist doch scheiße. Ja, hier sind die ganzen Äpfel. Ja, das sind die ganzen Äpfel. Ich bin richtig schlecht. Ich bin als erstes gestorben. Echt? Wie machen wir das jetzt am Schluss? Ich hab grad noch eine Idee gehabt. Oh mein Gott, hier sind so viele Äpfel. Hier oben ist ein Lagerfeuer. Die Bäume fällen, oder? Ich würd's sagen, ja. Digga, jetzt hat er mich auch noch weggetasert. Wie hat er mich denn hier umgetroffen, bitte? Ja, easy, Digga. Hat er nicht gekehlt? Ja, ja. Digga, mich hat er auch gewonshottet, ne? Hä, aber bei mir kommt keine Äpfel dann. Warte mal. Das ist mein Pferdecke bombt. Ach, das ist mein Pferdecke bombt. Ja, da kommen sie jetzt. Ja, wir besiegen Ganon zusammen, genau. Jawoll, hier sind die ganzen Äpfel. Nein, 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 nein! Bergstein, Feldspalter und der Herz. Oh mein Gott, wie viele Äpfel das sind. Wir haben unendlich Äpfel. Oh mein, what? Oh, Jungs. Was passiert? Die One-Shotten einfach, ne? Ey! Was? Was passiert bei euch? Hab ich nicht gehittet? Ja, ich bin genau da gewesen an der Stelle. Achso, hab ich nicht gesehen. Oh Gott! Mann! Ich treff die ganze Zeit mein Pferd. Es tut mir voll leid. Oh Gott. Oh Leute, jetzt wie seht ihr dich an? Ich hab Holzbündel, das gehört auch ganz gut. Für Feuermachen. Wir haben auch zwei Holzbündel. Oh, die Äpfel wollen alle runter, nein! Aber guck mal, hier ist ein Lagerfeuer. Und das ist irgendwie... Ja, wir kommen noch niemals da über das Wasser. Alter, wie viele Äpfel hier sind. Wir müssen irgendwie nur das Feuer transportieren mit irgendwas. Geil! Das ist heftig. Oder einen Aufwind erzeugen, der so hoch ist, dass wir da rüberkommen würden. Aber das würden wir, glaube ich, nicht. Nee. Wie gesagt, ich kann's mal zeigen. Ich kann diesmal demonstrieren mit dem Chili. Okay. Ich zünde einen Chili an. Ich bräuchte halt auch echt noch Chili, ne? Weil ich kann sonst wirklich nicht... Ich seh's halt nicht, glaube ich. Ich sieh's mal, dass ich hochsteigen kann. Moment. Gib hier wirklich alles, was du brauchst. Okay. Lass jetzt erstmal noch zu den Maxi-Durianen. Oh, Digga. Es zündet nicht, Junge. Ja, warte. Vor allem die Äpfel bringen uns halt auch nicht so viel. Weil wir werden halt eh keine Attacke von den. Oh, guck. Ich hab jetzt 100 Äpfel. Let's go. Wie hoch fliegst du alles? Ich hab 66. Das reicht eigentlich im Prinzip vollkommen aus. Lass du den Maxi-Durianen. Oh, scheiße. Jetzt hast du Röstchilli gegeben. Fuck. Ja, warte. Ich nehm noch die hier mit, die hier rumliegen. Ja, egal. Lass mal hier einfach weiter zum Ranelturm. Wir können jetzt eh nicht mehr die Pferde mitnehmen, oder? Wo bist du da? Wo kennen wir? Doch, hier ist glaub ich noch flach genug. Wahnsinn, wie viele Äpfel hier sind. Meine Güte. Du siehst mich noch, oder? Hat Lasagne mich gehört? Warte, ich sammel kurz noch einen. Ja, Lasagne hab ich gehört. Ey, Lasagne ist so ein G, Alter. Wo bist du? Du bist hier. Kannst du mich auf der Karte sehen? Ich halt schon mal kurz vor. Ja, ich bin auf dem Weg. Wo bist du? Ich bin schon auf der anderen Seite hier. Aber hier müssen wir glaub ich die Pferde... Wo ist hier ne Brücke? Ey, keine Brücke. Das ist einfach so ein Zaun im Wasser irgendwie. Kann man da durchreiten? Ja, ja, da kannst du rüberreiten. Kann man da durchreiten, perfekt. Oh ja, schreien in der Nähe. Ja. Ich seh dich grad wieder nicht, glaub ich. Oh, Moment. Okay, gut. Ich seh dich grad nicht. Hier sind die Maxi-Duriane. Hier oben. Oh, warte, ich komm, ich komm, ich komm. Die sind halt wirklich wichtig. Ich seh dich, da oben bist du. Ja, jetzt seh ich dich wieder. Ja, richtig schön viele Maxi-Duriane. Ich glaub das sind 10 Stücke. Okay, da ist der Ranel-Turm. Die letzte Anlaufstelle. Reiten wir durch das Campi durch? Äh, müssen wir, oder? Wollen wir laufen? Oder? Ne, lass lieber laufen. Oh ja. Ja. Digga, hier gibt's irgendwo einen Weibbogen. Kann man die auch einfach fällen, oder? Oh, schade. Ähm, ich würd jetzt mal nicht machen, weil... Ey, das ist ja mega scheiße. Also mal ernst, das ist doch mega scheiße. Dann hab ich den ganzen Playthrough keinen Bogen, oder was? Ja. Ja, irgendwie ist das schon blöd, oder? Das ist echt blöd. Weil ihr habt alle Bögen, ich halt nicht, so. Weil die Groen halt einfach keine scheiß Bögen haben, so. Dann again, hast du halt die dickste Waffe. Pass doch zu dir, pass doch. Ja. Ist auch okay, Junge. Wir nutzen auch ganz halt keinen Bogen, ist doch. Ich schon. Ja. Ich schon, ja. Wow, du bist auch Orni-Dings. Ich würde gern Windbomben, so. Stimmt. Haben Orni irgendwas anderes als Bögen? Ja, ja, die haben schon. Ja, Messer und Dolche und so weiter. Was ist denn für Messer und Dolche? Keine Messer, Dolche. Wir haben einen Einhänder. Ja, Eis, Eisvogel. Einen Speer. Einen Speer und einen Einhänder. Rolas. Auf. Danke. Aber noch ein Schild. Die Ziege ist gerade abgesoffen. Bist du hier bei mir, Sender Meister? Ey, ich bin direkt neben dir. Ich weiß nicht mehr was. Ich wechsle nochmal dein Outfit. Junge, bist du schon tot? Nee, ich bin hier unsichtbar. Du hast ein HP bei mir. Ja, ich hab mich hochkalt. Achso. Genau neben dir. Alter, scheiße, ich hatte von allen betroffen. Ich auch, oh mein Gott. Ich renne einfach durch. Ich renne einfach durch. Nein, ich hab... Oh mein Gott, ich hab Ausdauerleer. Ausdauerleer. Scheiße. Jetzt sehe ich dich. Jawohl, okay. Gut, wir müssen jetzt... Hier links neben mir. Hier gleich irgendwo muss hier meine Waffe sein. Ja, ich auch, verdammt. Achso, die Waffe. Lass dich mal wieder in Ruhe jetzt. Warte, hier, Freunde. Irgendwo hier muss... Ich glaube auch. Hier irgendwo. Warte, gibt's hier nicht auch irgendwo schon... Hier ist der Schrein. Doch, hier gibt's ein Zora-Schwert, oder? Ach, das ist der Hinox. Der Stahl-Hinox muss die um den Nacken haben. Oh. Muss ich das, oder kann ich die ihm klauen? Oh nein. Wie ist das denn mein erster Gegner? Ich hab keine Waffe. Oh nein, ich geh schon mal in den Schrein. Und der tut sich nicht. Stahl-Hinox könnt ihr vergessen. Normalen Hinox könnt ihr bekämpfen, aber Stahl-Hinox nicht, glaube ich. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für ein Schrein? Die Waffe ist unter seinem Bauch. Nein, hier gab's, glaube ich, irgendwo Zora-Waffe. Seht ihr die? Da ist die Waffe. Da ist sie. Die wollen wir haben. Wach auf, du hässlicher. Welche Waffe wollt ihr haben? Ich bomb den jetzt weg. Zerzieh dich. Welche Waffe wollt ihr haben? Hä, der wacht einfach nicht auf. Was ist bei dem? Welche Waffe wollt ihr haben? Welche Waffe wollt ihr haben? Guys. Welche Waffe wollt ihr haben? Welche Waffe wollt ihr haben? Der Zweihänder. Der liegt hier drunter. Sein Skelett. Der ist so brain-up. Das ist ein Magnetmodul. Das könnte echt sein. Oh, 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 oh. Hier ist ein Dings, hier ist ein... Das klappt. Freunde, ihr seid... Oh mein Gott. Ja, der Gerudo-Zweihänder. Ihr seid es. Der hat hier aus Magneten. Hä? Was? Zelda-Meister hat seine erste Waffe. Oh mein Gott. Nur die besten Schwertkämpferinnen unter den Gerudo erhalten diese Waffe. Er ist viel leichter als er aussieht und somit unter den Großschwertern recht einsteigerfreundlich. Sollen wir den Schrein da vorne holen? Nein, 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 lass... Oh. Ich hab die erste Waffe. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh mein Gott. Wo bist du, wo bist du? Der hat ne Sura-Latze. Lass den töten. Wo bist du? Moment, 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 Moment. Ja, ich brauch ne Waffe, komm. Warte, warte, warte. Oh, sorry, sorry, sorry. Ist okay, ist okay. Guck mal, siehst du die Waffe? Ja, richtig nice. Alter, guck mal. Bei mir hat er getroppt. Bei mir hat er getroppt. Bei mir hat er getroppt. Nein, nein, bei mir noch nicht. Jawoll. Danke, Freunde. Deswegen seid ihr dabei, Jungs. Oh, junge Moblins sind so stark, Alter. Hat er dich gekehlt? Der Schrein ist zu schwer. Ja, natürlich hat er mich gekehlt. Ich hab mich einmal getroffen. Ja, ich muss jetzt tatsächlich... Es tut mir leid, aber... Den Katzen, unsere Reise endet hier, weil das ist die einzige Waffe, die ich hier drauf holen kann. Ich hol mir noch ein paar Maxi-Rüben. Hier gibt's noch ein paar Maxi-Rüben. Ja, wollt die holen, die komm ich mit. Oh mein Gott, ich bin ganz weit hinten gesportt, Digga. Dann kann ich noch ein bisschen mit dir mitkommen. Wirklich? Denn bei den Orni, wo die Fee bei den Orni ist, gibt's noch ne Waffe. Ja, ist egal. Da können wir doch hin, da können wir beide hin, ohne dass wir irgendwie Zeit festhalten. Ich muss doch ein Tabanta, kann ich ein paar Sachen machen. Ja. Also ich hab jetzt einen Sura-Sperr, aber noch nicht mehr. Okay, das hat sich gereimt. Ich hab einen Sura-Sperr, aber nicht mehr. Ah, hier sind Maxi-Rüben, jawoll. Die kriegt mein Pferd. Oh mein Gott, ich hasse Octoroks. Ah ne, das sind Fit-Karotten. Das sind Fit-Karotten. Die haben übelst nen Aim-Bot, ne? Manche Rüben sind hier hinten bei mir. Ja, ich komme. Ähm, Entschuldigung, was zur Hölle war das jetzt? Ah, die Reddish. Warte mal, wo bist du denn hin? Ach, da hinten. Alter, der Moblin, der ist halt so eklig, der schwarze Moblin. Ja, perfekt, sauf halt ab, oh mein Gott, Junge. Ey, ist das ätzend ohne Waffen, ne? Ja, Schneider am Kopieren. So, jetzt irgendwo hier. Da oben bist du. Maxi, rüber, let's go. Ey, cool. Bin ich der Erste, der ne Waffe hat? Ja. Ne, ich hab jetzt auch eine. What? Oh, das ist doch eine. Warum wird der denn nicht gespeichert? Ihr hört mir ja nicht zu. Ich dachte, ich wär echt der Letzte gewesen, weil meins halt wirklich blöd. Ich hab doch gesagt, Sora Speer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die sind vielleicht nicht schlecht, dann sind wir schneller unterwegs. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt echt übel unfair, weil Gronen halt nichts außer Zweihände haben. Ja, das stimmt. Ja, das haben wir vorher aber nicht bedacht, muss ich ehrlich sagen. Also ich wusste, dass ich alle Waffenarten hab und den Katzen zum Beispiel nicht, aber ich wusste nicht, dass die Gronen nur Zweihände haben. Ja, aber dann ist das ja das ganze Thema irgendwie. Sag mal Linkeratze, wo hast du die Rüben? Wo hast du die Rüben? Wo sind die Rüben? Also das eine. Da wo du wisst gerade. Hm. Hier beim Baum. Warum sind denn die Gegner hier eigentlich alle schon so stark? Blaue? Bist du beim Turm eigentlich? Ich bin oben drauf fast. Ach hier, jawoll, ich hab sie, danke. Mach ich gleich. Oh mein Gott, ja, ich bin schon wieder am Arsch. Ich glaub, wir haben aber Gegner, äh, gute Sura-Waffen. Wer weiß jetzt aber auch nicht, wie auf dem Satori-Berg. Ich check kurz. Ja, dann lass uns. Wir müssen jetzt als nächstes, du kannst mir folgen. Oh Gott, da haben wir nicht markiert. Doch, da haben wir. Die hat ein Sura-Schwert, glaub ich. Wir können, wir müssen hier, wir müssen die Hochebene den Turm aktivieren, mein Katzo. Die Hochebene? Ähm, du meinst, links jetzt der... Ja, links von unten. Ah, ist ein Soldatenschwert. Mist! Aber, was ist hier drin? Links unten, das ist ganz, ganz viel. Ich, ich glaub auch tatsächlich, gerade wegen dem Zweiten, ich glaub meine... Sura-Bogen! Let's go! Jawoll, dann lass uns das schnell machen. Kann Windboppen machen. Aber ich muss, ich muss... Warte, ich mach oben links. Okay, ich geh hoch. Okay, können wir auch so machen. Gut, dann trennt sich hier unsere Reise. Wir sehen uns dann später. Okay. Ich mach mich auf. Okay, Schneide, ich aktivier jetzt schnell. Bis bald. Ja, hau rein. Ein Bogen. Ah, ich seh den, da hinten ist er, der Turm. Freunde, da müssen wir hoch. Das ist zwar ultra gefährlich da oben, aber wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Jetzt wird's heftig. Ich hoffe, warte mal, wir könnten uns auch als nächstes erstmal einen Bogen holen, glaub. Wo ist denn der Schrein hin? Hier war doch ein Schrein irgendwo. Okay, da hinten ist ein Schrein, den könnte ich machen, dann hab ich einen Falkenbogen. Das ist wichtig. Ja. Das Ding ist halt, mein Bogen macht ganze neun, ne, 15 Schaden und meine Lanze neun Schaden. Aber der hell geworden, was ist das denn? Bei mir auch. Ja, aber, guck mal, das ist, da hab ich glaube ich den, aber auf der einen Seite... Du hast den Vorteil, was das angeht. Ne, ja, das vielleicht, aber, ähm, ich kann ja keinen, äh, kann nicht diese Drehattacke machen, wenn ich nicht vorher dem Gegner, also dem Fluch ins Auge geschossen hab. Ey, ist so cool, einfach aus dem Grasland. So, ich aktivier eben den Turm. Wieder in die Wüste. Freunde, seht ihr das? Da oben rechts müssen wir hoch zu dem Schneegebiet und davor müssen wir aber da hinten den Turm aktivieren, damit wir wissen, wo wir suchen müssen. Zum Fick ist bitte... Denn ich seh das nur, wenn wir die Karte haben und die kriegen wir erst beim Turm. Sag mal, Okami, hier war doch eben ein Schrein, wo ist der denn? Ach, da vorne, oh mein Gott, Junge. Ich hab die ganze Zeit diesen Schrein gesucht. Ach, bei der Brücke meinst du? Ja, ja, den wollte ich die ganze Zeit machen. Du machst den Turm jetzt gerade, ne? Weil der ist schon aktiviert. Aber du kannst den Schrein nicht machen, das ist ein, äh, Dings. Mh, Kraftproben schreien, glaube ich. Uhhh. Ach, komm, ne packe ich. Ich weiß nicht, ob es leicht oder mittel war, aber, äh, ich weiß nicht, ob du es schaffst. Zumindest der TP-Punkt ist aktiviert. Okay. Äh, Tom ist jetzt auch aktiviert. Ja, hab ich gesehen, hab ich gesehen. Echt? Ah, ja. Ich seh dich sogar direkt auf der Kasse hier. Oh ja, Digga, das ist so sick. Oh, ich hab einen Chica-Sensor. Wo seid ihr? Ah ja, guck mal, wir können gucken. Oh mein Gott. Okay, das ist ne leichte Kraftprobe. Ok, das ist ne leichte Kraftprobe. Ok, mal gucken, ob du schaffst. In der Mitte ist Schneile. Nur mit Bomben. Und hier ist Inkazo. Ey, guckt euch das an, Freunde. Wir wissen, wo jeder ist. Hier bin ich. Nein, nein, Schneile ist nicht in der Mitte. Er ist in einem Schrein. Achso, Schneile ist in einem Schrein. Und hier drüben sind Okamsen. Er holt sich gerade im Sora-Gebiet die ganzen Waffen. Das ist so cool, dass man das sehen kann. Ey, Jungs, wir müssen das Spiel nochmal verspielen. Warte, die Rüstung darf man nicht upgraden. Bei Regen? Also du darfst es schon upgraden. Bei mir steht bei Regen. Hä? Aber ich hab gar keinen Regen. Ach, jetzt regnet's. Ich hab auch Regen. Verdammt. Weißt du? Egal, wir schaffen es trotzdem, Leute. Wollen wir in der Wüste regnen? Deaktivieren den Spaß. In der Wüste gibt's kein Regen. Bei mir regnet's in der Wüste gerade. Im Gebirge. Jetzt seh ich erst, wo ihr seid. Säder-Meister da oben. Aber das ist nicht die Wüste. Und Inkazo. Ja, gut, aber. Beim Donner-Plateau fast. Ja. Ich seh sogar in real life, wie er sich da fortbewegt. Wie geil. Schaut euch das an, Leute. Das ist wirklich cool gemacht. Ich hoffe, ich komm hier hoch ohne ähm. Ah, Mist. Der Regen ist halt schon echt nervig. Aber wir sollten es schaffen können. Oh mein Gott. Der Regen ist nervig. Ah, gut. Gut, dass ich die ganzen Tricks kenne. Sonst würde ich nicht hochkommen. Ich krieg's jetzt ehrlich hin. Ich krieg's jetzt ehrlich hin. Wirklich? Einfach ohne Gegendamage, ja. Aber ganz am Ende wird's schwer, wenn er seine Laser schießt. Das ist ein Leichter, nur. Alles gut. Okay. Aber der macht trotzdem Pre-Damage. Obwohl, das ist doch nicht der richtige Tor. Der macht, glaub ich, nicht diesen Laser. Ich glaub, die schlechten machen das nicht. Wartet mal. Da hinten. Ich markier das mal. So. Aber hier oben muss doch ein anderer Turm irgendwo sein. Hier gibt es irgendwo noch einen Speer, den ich einsammeln kann. Das ist das nicht. Bei dir in der Nähe. Schneide. Ach du meine Güte. Was zur Hölle? Ich bin doch gesprungen. Ich sag's ja. Hä? Nein, das ist dieser Aufwind. Aber ich bin gesprungen. Oder wir gehen erst mal in die Wüste. Als ob der mich direkt töte. Was? Das ist ein Leichter. Planänderung. Wir gehen erst in die Wüste selbst rein. Weil da gibt's auch Waffen. Und da können wir uns halt... Wir haben da zwar Hitze. Aber meine Rüstung kann uns vor der Hitze schützen. Wir schaffen das. Gegner sind eklig Schneide. Weil da sehen wir jetzt den Turm schon. Da können wir uns direkt die besten Waffen holen. Jawohl. Oh nein. Das ist nur Master-Modus so. Rip. Warte mal. Was hat der für eine Waffe? Was hat der für eine Waffe? Ist das ein Ritter-Zweihänder? Oder ist das ein Sora-Zweihänder? Ja, Onkel. Cool. Warte mal. Ich bin auch bei dem Schrauben. Ach, tötest du ihn jetzt gerade oder was? Nee. Jawohl. Ich hab gleich den Turmjungs. Hä? Warum hat er sein Leben behalten? Hier muss es einen Falkenbogen. Hä? Hat der? Der hat seine wenigen Leben behalten. Was zur Hölle? Ja, besieg ihn, besieg ihn. Besieg ihn, besieg ihn. Also ihr hättet echt recht. Sinnvoll, dass wir Ausdauer genommen haben. Ansonsten wäre ich jetzt echter Mord. Was? Oh mein Gott. Nur bei mir regnet das einfach in der Wüste. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Schrein? Hier gibt es auf jeden Fall noch ein Sora-Schwert in der Nähe. By the way, hast du die Map eigentlich bekommen, Schneide, wo deine Items angezeigt werden? In deiner Region? Ah, jetzt regnet es nicht mehr. Hä? Die Map bekommen? Was für eine Map? Ich habe eine Map bekommen, wo alle Sora-Items angezeigt werden. Leute, das ist wegen euch verbuggt. Bei mir ist Sonne, aber ich habe Regen, weil Okams im Sora-Gebiet ist. Ja, Leute! Also wirklich? Ja, ja, ich habe hier auch Regen. Also ohne Witz, ich kann das nicht machen. Das geht nicht. Warum nicht? Weil die Berge zu steil sind. Mit Regen kommt man hier nicht hoch. Das geht nicht. Ach, du willst auf die Gerudo hochlanden, oder was? Ich muss da hoch, ja. Hä, du kannst noch Leitern nehmen. Er geht in seine Ulti. Er geht in seine Ulti. Er geht in seine Ulti. Nein, hier gibt es auch, obwohl es stürmt. Hier sind Leitern, du bist es. Soll ich dir helfen kommen? Soll ich dir helfen kommen? Soll ich dir helfen kommen? Naja, pack ich. Ich pack das. Okay, Leute, hier sind Leitern. Ich hätte dir aber helfen können. Wir nehmen einfach die Leitern. Warte, kann ich die Truhe? Oh nein, Mist. Ich hol mir eben Elektroschutz von Sidon ab. Hä? Ich kann... Wie jetzt? Sidon! Hä? Voll auf der anderen Seite. Und lieber crush mal nicht so auf ihn. So. Und wie kann ich das da oben noch... Oh, Elektromedizin. Warum ist deine Säule hängen geblieben, du Keck, Alter? Okay, ich helfe dir. Schneide, ich helfe dir. Nein, helf mir nicht. Ich hab's fast. So, jetzt muss ich dir irgendwie... Nein, ich helfe dir. Nein, auf jetzt. Ich will den Leitern besiegen. Okay, weißt du was? Denn... Schneide, dann trennen sich jetzt aber unsere Wege. Ich muss nämlich weiterziehen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, jetzt ist jeder auf sich allein gestellt. Ja, jetzt ist jeder auf sich allein gestellt. Oh mein Gott, schaffe ich das mit der Ausdauer? Ey, dieser Regen, ohne Witz, dieser Regen ruiniert mir mein ganzes Spiel gerade. Ich hör nen Hinox übel laut, Alter. Die Sound sind grad übel laut geworden bei mir. Ich wollte mich angreifen. Ich hab ihn, let's go. Yo. Hey, nice. Okay, jetzt koch ich erstmal ne Runde. So ein Drecksack. Ich hör nen Hinox übel laut. Oh mein Gott. Kann doch nicht sein. Wie komm ich denn jetzt hier hoch? Okay, ist weg, ist weg. Hast du die No Music Mod an? Nee. Ja, das ist voll komisch. Ich dachte, das liegt an der, weil anscheinend liegt's nicht an der Mod. Das ist so pain gerade. Weil ich hab's teilweise auch schon gehabt, dass die Sounds übel laut sind. Gerade von so Wächter-Drohnen und sowas sind ultra laut, aber die Propeller. Hä? Ja, ja, mir ist das noch nie passiert, aber jetzt... Oh, hier könnten wir's hochschaffen. Jetzt merk ich's grad das erste Mal und das ist überhaupt, fuck. Ich glaub, hier schaffen wir's hoch. Die Hinox ist einfach... Jawohl, hier schaffen wir's hoch. Es ist grad ultra laut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht das von automatisch weg? Nein, 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 nein. Oh, das kann nicht sein. Schneile, geht das automatisch wieder leiser? Ja, wenn du weit genug weg bist oder... Also, selbst ein Neuladen bringt manchmal nichts. Also, Ucamsen, kannst du dich gleich mal bitte kurz aus dem Sora-Gebiet rausporten, weil ich kann wirklich nichts machen. Du kannst hier nicht hoch. Nur kurz, bis ich beim Turm bin, dann geht's auch wieder. Aber bei mir regnet's grad gar nicht mehr. Bei mir regnet's komplett. Jawohl, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Warum ist bei mir alles so laut? Da müssen wir hoch. Bei mir ist alles übel laut. Das ist ja Pain, Leute. Es tut mir so leid, dass so laut ist. Mach mal leiser jetzt hier. Was ist das denn? Aber du musst dich ein bisschen von denen entfernen. Oh mein Gott. Ja, hier sind überall Gegner. Spirit Orb. Let's go. Okay, also, ich geh jetzt ins Totospark hin, ja? Alter. Ja, ja. Junge, das sah so komisch aus. Gerade mein Essen wurde gleichzeitig mit dem Spirit Orb angezeigt. Alter, ich werd die ganze Zeit beschossen von diesen Drecks. Octoroks. Mann, sind die... Okay, ich hab jetzt alle meine Maxi-Duriane verkocht. Ich hoffe, dass ich's da hoch schaffe, ganz ehrlich. So, so, so. Oh Gott, die Wolfe wollen's überfallen. Aus dem Achim Pelz. Boah, ich hab jetzt richtig viel richtig geiles Essen. Mega. Dio-Carmsen-Community ist das. Auf dem... Jawohl. Mach den fertig, hau ab. Dio-Carmsen-Community. Da ist kein Regen grad. Das kann doch nicht... Wieso regnet das in der Wüste? Oh, ich darf vom Pferd nicht verlieren. Das regnet einfach in der Wüste. Was? Auch gut, auch gut. Das kann doch nicht sein. Doch doch. Bei mir regnet's auch noch. Bei mir regnet's auch noch. Bei mir regnet's auch noch. Ja, ja, das ist der Toiletten. Oh Leute, hier ist grad... Hier ist grad ein Feuer... Der ist einfach sofort gestorben, weil's regnet. Was? Sonst muss ich die... Sonst muss ich die Wettermod anmachen. Ey, Leute, das ist grad über... Oh, jetzt regnet's nicht mehr. Jetzt regnet's. Ich höre Bienen... Ich höre Bienen so unendlich laut, dass es einfach unangenehm ist, diese Bienen. Warte, wir können gucken, ob wir's da hochschaffen. Oh nein, hier sind diese fliegenden Mächter. Ich töte diese Bienen. Verdammt, mach ich jetzt. Sind das die Bienen? Hier komm ich hier am besten vorbei. Oh Gott. Wo sind die Bienen? Die nerven mich grad. Ja, ich fühl den Pain. Ich fühl den Pain richtig. Warte mal, genau hier müsst uns eigentlich... Okay. Du musst jetzt stark sein. Wir müssen jetzt ganz schnell sein. Let's go, let's go, let's go. Darum wird Gigachat im Kämpfen. Schneide heute auch. So schaut's nämlich aus. Oh, krass. Danke für den Tipp, dass ich beim Whistle-Sprint langsamer bin. 20 Prozent. Das wusste ich nicht. Wusstest du nicht? Nö, das wusste ich tatsächlich nicht. Oh mein Gott, hier sind so viele Gegner. Bitte nicht. Bitte. Aber Jas hat aufgehört zu regnen. Oh yes, bei mir auch. Jetzt müssen wir mal wieder Tag werden langsam. Bitte komm schon, komm schon, komm schon. Die schießen, die schießen. Bitte sieht der mich nicht. Ich suche. Das ist die Chess, die ich suche, Guys. Oh Gott, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Oh mein Gott. Vielen Dank für den Raid, aber was geht? Was geht? Was geht? Oh mein Gott, was geht hier ab? Komm ich hier mit dem? Oh yes. Ja, ich bin entkommen. Wo ist er denn? Ich bin entkommen. Oh mein Gott. Hilfe. Oh. Dieser Sack. Ich werde angegriffen. Freunde, wir sind unter Beschuss. Ich hol mir jetzt gleich den Turm hier vorne. Ich hab ihn. Den mach ich fertig. Warte. Ich will mein Schwert nicht kaputt machen. Ich hab eine Truhe und ich habe, was ist da drin? Oh mein Gott. Irgendeine Sura-Waffe müsste drin sein. Nein, da ist ein Opal drin, hä? Let's go. Der Wasteland Tower. Nein. Ja, da bin ich jetzt. Bullshit. Achso, das bist du. Das bin ich. Ah, dann ist das ein anderer. Das ist nicht mal. So, kommen wir da jetzt hoch. Ich bin auch gleich beim Tower. Oh Gott, wir müssen wirklich, glaub ich, auf die Säulen. Wartet. Wir gehen auf die Säulen, Freunde. Oh, der Wind. Oh, der Wind. Oh, der Wind. Hier ist der Wind. Warte, da muss ich einmal den so placen und dann hier. Oh Gott. Bei mir ist die eine Truhe nicht gespawnt, die hier angezeigt wird. Auf der Map. Hä? Jawohl. Das ist keine Master-Mode, denkst du. Boah, sind hier viele Gegner, die den Turm bewachen. Oh, endlich der Tag, Digga. Boah, sind das viele Gegner. Freunde, wir haben gleich den Turm. Dann können wir uns alle Waffen holen, die wir wollen. Alle Waffen, die wir brauchen, können wir uns dann holen. Jawohl, ich denke, das schaffe ich. Komm schon, Lern, komm schon. Du hast auch nicht so die größte Waffenvielfalt, ne? Ähm, es geht. Ich mein, ich hab viele... Es geht halt nur Bögen, also hauptsächlich Bögen. Ein Einhänder und ein Speer. Ja, das ist es. Warum ist alles so verdammt laut? Ich kann nicht mehr... Ja, es geht... Bei mir ist es okay. So, ich hab's weiter gemacht. Bei mir ist alles ganz normal. So, mach ich den TP. Aber ja, also die Beste... Theoretisch die Besten hab definitiv ich, weil Gerudo... Weg hier, weg hier, weg hier. Warte mal kurz. Ist der Eisenhammer eigentlich? Darf ich den benutzen? Ja, also da hab ich jetzt... Ich sag ja, ich sag ja. Der Eisenhammer, weil der liegt hier gerade am Stall, am Stall der Berge. Würde ich jetzt auch mal machen. Würde ich fast zu Gronen auf den 10, oder? Du kannst auch noch eine Meister-Axt holen. Weil ich aktiviere jetzt den Turm. Items... Ey, hier ist auch eine Meister-Axt wie passend, ja? Ja. Ja, okay. Das ist eigentlich fair, das klingt fair. Hey guys. Wir gehen jetzt auf Waffensuche. Wo genau muss ich hin? So, wo ist der Stall nochmal? So, ich such mir auch schon mal mein nächstes Ziel raus. So, ich hol mir gleich den ersten Tower. Kann man machen, kann man machen. Wo ist der Schrein? Ist doch doof, dass ich keinen Schreinsensor... Warte mal, warum hab ich keinen Schreinsensor eigentlich? Hier gibt's einen Gegner? Warum hab ich keinen Schreinsensor, obwohl wir drei Türme haben? Hier ist ne Truhe. Da ist ne Truhe. Da ist ne Truhe. Okami, Okami und wer hat den anderen Tower aktiviert? Ich gerade, ich hab aktiviert. Habt ihr den Schreinsensor? Äh, ja. Hab ich. Ja, ok, man muss selbst anscheinend einen aktivieren. Weil eigentlich kriegt man auf dem zweiten Tower, kriegt man den Schreinsensor, aber ich hab den nicht. Ne, ne, ich musste den auch selber holen. Ich hab den erst bekommen, als ich... Hä, wer ist denn jetzt bei einem Schrein? Ich hab den gerade gemacht. Ich mach wieder einen Schrein. Kann sein, dass ich gerade alle drei Schreine bisher gemacht hab? Ja, wirklich schon, ja. Ich bin in drei reingegangen, aber alle waren viel zu schwer. Ich glaub, ich werd jetzt bei der Welt sterben. Jetzt kann ich endlich die Waffen holen, die ich möchte. Was für... Junge Lino, was für viel zu schwer. Ich mach einfach einen Schrein. Ich mach einfach einen Schrein. Ja, Bro, ich hab ne Kraftprobe gemacht ohne Waffen. Ah, der hat ne Lanze. Ja, das ist easy. Also, was heißt easy? Digga, geil. Easy, okay. Ich mein, das geht wenigstens. Bei mir... Ich kann den nicht machen, weil ich keinen Wogen hab. In dem Knick muss hier ne Kiste sein. Aha, der hat ne Lanze. Hier muss ne Kiste sein, wo wir nen Speer finden. Freunde, lasst uns da gleich mal gucken. Junge. Wie röste ich denn den Sensor aus? Ja, mit dem Speer. Chica-Sensor, hier. Schrein aus. Kann ich auch ne Kiste suchen? Oder kann ich nur schrein? Weiter geht's, weiter geht's. Kannst du auch Kisten suchen. Boah, wie mach ich das? ZMG in die Höhle. Ja, Anon, ich geh gleich in die Höhle. Hab ich auch vorgehabt. Ähm, Chica-Sensor. Was ist das für ne Mod? Das ist die Multiplayer-Mod, guys. Suchobjekt auswählen. So, noch ein Tower. Oh, da ist noch was. Ich kann nur Schreine suchen, bisher. Wir brauchen auf jeden Fall Maxi Essen, ne? Wir brauchen Maxi Essen. Sind hier Metallkisten? Ich weiß halt nicht ganz genau. Ey, Leon, ich weiß nicht, warum du dich aufregst. Ich hab jetzt drei Waffen, drei Lanzen und die machen alle neun Schaden. Das ist ein Witz. Ja, okay, das stimmt auch. Das stimmt auch. Das ist halt richtig bad. Ich kann ja gar nicht schießen und ich liebe Pfeil und Bogen. Ja, okay. Oh mein Gott. Hab ich grad ne Maxi-Barsch versehentlich einfach aus dem Wasser gefischt? Du musst irgendwo ne Kiste sein. Ja. Die Umfrage ist gar nicht biased, ne? Ich hab ne Umfrage, wer ist der beste Zelda-Spieler? Was? Du hast halt diese Umfrage vorgeschlagen, Junge. Danke für den Dings, by the way. Das ist der Wunderspieler. Den Katsu natürlich. Hey, den Katsu bleibt immer gleich. Warte mal. Warte mal. Mir wird ein Krok angezeigt, warum das denn? Wir müssen eigentlich weiter runter. Es sind alle Beschneile. Es sind alle Beschneile. Gar nicht biased. Ja, oder? Gar nicht. Null. Ne, doch einer für den Katsu. Und zwei pro Kampus sogar. Und einer für Zelda meist inzwischen noch. Wollt grad sagen, Alter. Wer wählt denn nicht mich? Mega cringe, hä? Ja, oder? Mega cringe, wenn ich mich wählt. Hallo? Hä? Okay. Hier soll irgendwo eine Kiste sein. Kann eigentlich irgendjemand von euch nochmal ein Dings machen? Ist das ein Maximarsch? Ein Tabantaturm, sehr schön. Also wenn wir die jetzt nicht finden, dann suchen wir uns das anderes einfach. Du bist erst ein Tabanta? Du bist ja doch überhaupt nicht weit. Ich? Nein. Hä? Ich? Ja, hier sind auch noch einige. Ist die hier unten oder so? Junge. Wir haben es viel, viel weiter. Wir haben es viel, viel weiter. Ich bin auch erst beim Turm der Berge. Das ist auch noch ein Stück bei mir. Ich glaub, das ist mir zu schwer. Ich bin gleich da. Ja, du hast es so easy. Du hast es so easy. Du hast es echt viel näher. Als Sora hast du es echt viel, viel näher. Ja, okay. Stimmt schon. Da ist ein Schrein. Ich weiß nicht. Kriegen wir da? Wo muss ich jetzt hin? Da unten ist eine Waffe. Aber ich hör doch ein bisschen Neid draus, um ehrlich zu sein. Warte mal. Gibt es hier was? Komm, das ist doch... Das ist ein Schrein in der Wüste. Hier muss es doch Gerudo-Sachen geben. Hier ist eine Truhe. Kann jemand hier den Schrein machen, bitte? Ich hab hier einen Schrein aktiviert erstmal. Okay, wir gehen wieder zurück zum Turm. Wir suchen uns jetzt einen neuen... Hier sind drei Chests. What? So ein Lacker, ne? Läuft! So, Ferdi, wo bist du? Ja, Mann. Bei mir sind hier übel viele Dings. ZM 2.0, wo bist du? Ich bin gleich durch, ne? Ich muss nur die ganzen Chests hier auf dem Weg einsammeln. Und dann bin ich im Soradorf und da krieg ich alles andere. Ja, ich krieg... Ich hol mir jetzt auch richtig viele Waffen. Mach mal noch ein paar Schreine auf dem Weg dann auf jeden Fall. Ja, ich seh hier. Dann kannst du ja deine Schreine sammeln einfach. Weil gerade... Gerade ich, weil ich ja zwei und da hab... Ich hab noch nicht mal eine Waffe. Ich hab noch gar nichts. Was? Hier muss... Ich hab auch nur... Es ist so ein weiter Weg. Ich hab auch nur meine Meister-Axt und mein Slashheimer. Aber Eisvogelschwerter sind doch übel schwer zu finden, find ich. So, hier in der Gasse müssen jetzt noch mehr Waffen sein. Ich hab nicht so viel. Ja. Und ich muss übel weit laufen. Okay, stimmt schon. Du hast wirklich den weitesten Weg von uns. Wobei, Leon aber eigentlich auch. Ich hab mit 69% die Umfolge übrigens gewonnen. Wichtig. Ja. 61%. Weil Leute einfach keine Ahnung haben und Biases fucks sind. Deswegen. Ja, das ist true. Wenn die mich mal in einem Duell mit dir sehen würden, die wüssten ganz klar, wer der bessere ist. Hm. Irgendwo... Würde ich jetzt machen. Nach dem... Der Boss macht ihr Duell. Let's go. Echt so. So, da hinten ist noch was. Gibt's hier was? Nee. Wie komm ich denn da hin? Haben die Orleys nicht auch einen Speer? Äh, doch, äh, denkst du denn den... Ja, haben sie nicht. Haben sie nicht. Da komm ich doch niemals hoch, oder? Hier muss es irgendwo noch eine Waffe geben. Hat er die? Nein, rutsch nicht ab. Nee. Link, du bist so ein Lauch. Wirklich. Mann. Wie kann man denn so ein Lappen sein? Wirklich. Hier muss es irgendwo in der... Auf... Warte mal. Ich bin gleich beim Turm von Eldin übrigens. Schon? Ja, ich bin quasi drauf. Auf der linken Seite. Achso, du bist schon im Feuergebiet. Von dem Gehweg. So, ich müsste jetzt zwei Waffen bekommen. Warum hast du dich denn gewundert, dass Lino erst bei Tavanta ist? Ich muss weiter hier rüber. Ich muss weiter hier rüber. Wo ist denn der Tavanta-Turm? Kurz vor dem Onidorf. Ist es da... Ach, bei der Brücke. Bei dem Canyon, ne? Ja, ja. Da ist er erst. Nee, das ist doch... Ist doch nicht weit vom Satori-Berg eigentlich. Hier ist Terry. Doch. Ey, Junge, mit drei Herzen... Ich habe ja noch... Ich habe ja noch gekocht. So. Und ähm... Das ist ziemlich... Kein leichtes Leben hier. Wirklich nicht. Hm. So. Vor allem, ich habe Elektroschutz und ich habe den nicht gebraucht. Ja, ich bin gestorben. Perfekt, Digga. Junge, einfach von einem Schleim. Was? Ich bin von einem Feuerschleim gestorben. Was? Das ist doch so lächerlich. Hier sind übertrieben viele Schleim und, äh... Perfekt. Hier müssten aber... Und ihr habt gerade alle noch für Schneile gevotet. Ich... Ich sag nur, schämt euch. Das ist ehrlich... Das ist ehrlich schwer hier. Das ist wirklich, wirklich schwer hier. Bitte jetzt nicht... Für den Schneider vielleicht. Ich bin da im Stall wieder. Willst du mich verarschen? Junge, wie weit bin ich denn jetzt weg? Was soll das denn? Ich höre die ganze Zeit einen Rauschen. Ja, das ist der Wasserfall hier. Der nervt gerade voll. Jetzt ist weg. Jetzt weg. Das ist der Wasserfall. Das ist halt irgendein komischer Bug, der manchmal durch die Mod passiert. Oh, nee! Nein! Oh, nee! Hier ist, glaube ich, eine Waffe drin. Oh, da sind viele Gegner. Und? Was ist hier drin? Das kann doch nicht sein. Waffe? Waffe? Was? Nur 100 Rubine? Oh, Bullshit. Hä, hier muss... Das war doch der Weg. Hier muss doch irgendwo... Wo sind denn die Sachen, die hier angezeichnet werden in meiner Map? Freund, ich habe gerade neben mir... Ah, da unten drin! Neben mir habe ich gerade eine Map auf dem Handy offen, wo die Sachen eingezeichnet sind. Aber irgendwie finde ich die hier nicht. Hä? Ich finde die hier auch nicht. Das ist total komisch. Hier muss irgendwas sein. Ja, same. Bei mir auch. Ich wünsche mir sowas braucht. Ganz ehrlich. Ja, du... Als ob du die einfach so findest, alle. Ich darf einfach durch die Gegend, ja doch. Wobei, es gibt relativ viele auch in Goronia selbst. Gibt's hier was? Was? Hoffe ich. Wild! Ich bin tot! Da ist was! Da ist was! Okay, Neuschrein. Bitte, lass es eine Gerudo-Waffe sein. Es ist ein rostiger Zweihänder. Ich könnte heulen. Nein! Der rostige Boss. Dicker, noch eine Sora-Lanze! Junge, ich habe jetzt vier Lanz, die neun Damage machen! Das ist ein Witz! Das ist überhaupt nicht gut! Warte mal, wir könnten mal kurz gucken. Gibt's in einem Schrein? Ehrlich? Ich verstehe gar nichts mehr. Ne, seinerseits ist das Stream of YouTube. Ich werd nix sagen. Das ist absolut peinlich. Hier gibt's ne Gerudo-Waffe in dem Schrein, Freunde. Hier in dem Schrein soll's ne Gerudo-Einhänder geben. Den holen wir uns jetzt. Oh mein Gott, das Wasser, Alter. Was ist denn das? Das ist die Elektrizitäts-Kacka hier. Oh nee, Bro. Okay, Leute. Ich geh jetzt einfach ins Saar-Dorf. Da find ich die meisten Waffen. Und ich hoffe, da find ich bessere Waffen als... Was hat er für ne Waffe? Oh mein Gott, das ist ein Exalbum-Rang. Das ist kein Schwert. Eigentlich brauchen wir nur die Waffe. Wir müssen den Schrein hier nicht abschließen, Freunde. Er hat das Eisvogel-Schwert. Guys, zählt diese Dings-Lanze. Wie hießen die? Oh nee. Wer ist er denn jetzt? Mach, dass du wegkommst. Er hat das Eisvogel-Schwert. Jawoll. Welche Lanze? Diese Unterstufe von der Lichtschuppen-Lanze. Die... Zeremonie-Lanze. Genau, genau. Zeremonie-Lanze. Natürlich ist das ne Sora-Waffe. Kann ich den einfach nehmen oder muss ich den abschießen? Ja, das ist uns. Ja, das stimmt eigentlich. Aber wird halt nicht angezeigt. Nein, 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 nein. Hör auf hier. Oh mein Gott, ich raste so aus. Ey, das ist so anstrengend mit so wenig Herzen und alles einfach. Aua, oh mein Gott. Ja, direkt wie dann herzulon. Let's go. Freunde, hier drin gibt's die Waffe, die wir brauchen. Wir müssen nur den Schrein. Wir müssen ihn nicht mal schaffen. Wir müssen einfach nur finden, wo die Waffe hier ist. Ich glaub, die ist in der Kiste. Wir probieren's mal. Die muss hier drüben irgendwo sein. Garantiert. Ich glaub, Sora-Großschwert wird meine stärkste Waffe sein. So, gib mir das alles für das Schwert. Ich brauch's schon doll. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Ich dachte, das war an 28. Hier, Freunde, das muss die Waffe sein. Das muss die Waffe sein. Bitte. Komm schon, komm schon, komm schon. Junge. Bitte, 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 bitte. Das muss die Waffe sein. Das ist ein Schlüssel. Verdammt, irgendwo muss hier die Waffe noch sein. Wo ist die Waffe? So, Guys, ich bin mal ganz kurz AFK. Ihr könnt mal schauen, was die anderen hier so machen auf der Map. Nur mal so. Tja, hier drunter irgendwo. Ja, das ist ein Nightbot. Das ist ein Nightbot. Nee, hier ist nix. Leute, Freunde, hier irgendwo ist die Waffe. Wir brauchen die ganz doll. Das ist einer der stärksten. Das ist... Oh Gott, oh Gott. Er hat nen Speer. Nein. Das ist nicht wahr. Das ist ein starker Wächter. Der wird... Oh, ich hab nur eine Waffe. Ich will die dagegen nicht benutzen. Kriegen wir den hin? Nein, wo fällt er denn hin? Nanowächter meinst du? Ja, Nanowächter. Er ist tot, er ist tot, er ist tot. Nein, hallo. Nein, er ist ganz runter in die Schlucht. Hallo. Ich will doch nur die Bombe aufheben. Jetzt bist du mal leise. Oh, der hält so viel aus. Ich muss ihn schlagen. Bam. Schön. Freunde. Jawoll. Jetzt können wir jetzt hier... Guter Spot. Ich will meine Waffe halt sparen. Ich will den nicht unbedingt... Anstrengend mit denen, Alter. Du wirst nicht, dass das so nervig ist, diesen Turm hier hochzuklettern. Wirklich jetzt mal. Ja, wir haben ihn. Da ist der Speer hin. Alter. Da ist der Speer. Okay, gut. Das ist gut. Damit habe ich jetzt so zwei Waffen. Okay, wo ist die Waffe? Irgendwo hier muss die Gerudo-Waffe sein. Dann... Was ist das da? Dann gehe ich jetzt zum Verblannter Tower. What the heck is this? Jetzt kommen jetzt keine Flederbeißer. Ah, okay. Wir müssen irgendwie... Hier funktioniert das Zahnrad schon. Hier nicht. Das heißt, wir legen den hier am besten hier zwischen. Oh, jetzt hat es aber nicht gehalten. Hä? Das war das denn jetzt? Wollen wir den irgendwie so ranziehen? Dann so? Jawohl. Ne, wartet mal. Wir müssen die Kiste hier rüber bewegen. So. Und jetzt... Jawohl. Digga, was war das denn schon wieder? Ich hab grad so weit lag wirklich. Ich hab grad so viel Pech einfach. Aber irgendwo ist das Schwert noch. Wir haben das nicht bekommen. Wo ist denn das? Es muss hier drinnen sein. Das kann nicht wahr sein. Irgendwo hier ist das Schwert drinnen. Wartet mal. In dem Schrein. Genau in dem sind wir. Sollte es hier eine Einhandwaffe geben. Aber wo denn? Das ist jetzt echt verrückt. Alles klar, Ikan. Danke fürs dabei sein. Sagt mal ernsthaft jetzt. Wo ist hier? Oh, Leute. Ich bin zu weit. Ich bin am Turm vorbei. Wie ich das denn bitte geschafft? So. Die nächste Waffe ist im CO. Es kann nicht sein. So, Geist. Da bin ich wieder. Es kann doch nicht sein. Wo ist die Waffe? Hier ist keine drinnen. Darungs 200... Ne, den Bergspalter krieg ich nur, wenn ich Dings abgeschlossen habe. Oh, das ist guter. Wenn ich bei Rudania abschließen sollte, das mache ich nicht. Darf ich ein Ritterschild mitnehmen, weil es auch hier ein Boff ist? Hä? Das ist ein Gegenwind? Was? Ich muss irgendwo doch... Tatsächlich nicht. Ich glaube, ich wurde beschummelt. Hier ist gar nichts drin. Das wäre auch geil. So, Geist. Achtung. Passt gut auf. Das kann nicht sein. Die beschummeln uns hier einfach. Hier ist doch gar nichts. Was soll das denn? Wer schlecht ist, ist halt schlecht. Da steht auf der Karte, hier ist ein Einhänder drin. Amorst. Hier ist gar nichts drin. War bei mir aber auch so. War bei mir auch so. Also eine Truhe wurde mir angezeigt und die war da gar nicht. Ja, ich weiß... Ach Mist. Unknown schreibt gerade, ich soll gucken, ob das Thrunsymbol da ist. Aber das sehe ich erst, wenn ich den Schrein verlassen habe. Nein, siehst du nicht. Echt nicht? Aber da war gerade... Das siehst du auf der Karte. Das siehst du auf der Karte, auch wenn du im Schrein noch drin bist. Aber das Thrunsymbol war nicht da. Wir können uns übrigens wieder ein Herz-Dinges holen. Ey! Dann fehlt dir noch welche. Ey, voll nice, weil ich nämlich im Dorf der Soras bin. Jetzt kann ich alles ausgeben. Wie viele habe ich? Vier Stück? Ey, ich habe genau vier Stück. So, wo ist jetzt hier die Truhe? Und noch einen Sorabogen. Kannst du die Truhe? Katzenfreundin, danke für die Info. Ich merke mir das bei... Also die Höhle noch zu holen. Ich will jetzt aber nochmal... Ich will die Waffe jetzt haben. Ich habe drei Bögen, ne? Ich habe drei Bögen. Das ist nicht die Truhe, die ich suche. Hä? Nein, das ist im Normalmodus. Wir spielen nicht im Mastermodus. Letzter Raum oben schreibt Timo. Danke Timo. Ich gucke jetzt mal. Donnie wird uns one-shotten. Das wisst ihr schon, ne? Ja, ja, das wird ganz schön. Das ist noch eine Truhe. Das muss die Truhe sein. Letzter Raum oben. Wollen wir vielleicht sagen, dass wir alle nochmal nach Kakariko können für die Feen oder so? Ja! Oder überhaupt zu einer Feenquelle? Keine Ahnung. Das ist mir egal. Was denkt ihr denn? Das geht eigentlich super schnell, ja. Mach probier's nochmal. Danke Leute. Letzter Raum oben. Ich gehe gucken. Ich weiß auch nicht so ganz. Ihr seid es. Das ist halt das Geilste. Ich bin zwar nicht der beste Spieler, aber meine Community ist einmal so heftig. Ich habe mir einfach... Jede Waffe hat mir meine Community gehalten. Die haben einfach nichts gerissen. Letzter Raum oben. Porroxy! Let's go! Noch einer! Ach da! Junge, was das für ein Bullshit! Da ist es! Danke für das Zeichen der Behrung und doch der Soros und was drin ist. Da muss die drin sein. Da muss die drin sein. Ich stehe auf einem Turm. Dann steht da gerade doch der Soros, während ich den Vulkan im Hintergrund habe. Und zeichne Bewegung auf. Das Gerudo-Messer! Alles scuffed einfach hier ran. Danke Freunde! Danke! Ab nach Corona! Ab nach Corona! Ab nach Corona! Ich habe schon fünf Spill-Dops! Schön! Aber der Weg nach Corona ist auch Pain, muss man sagen! Ja, ist er! Sauber, sauber, sauber! Muss wir jetzt einfach rausporten hier? Scheiben belassen, jawoll! Warte, hier gab's glaube ich Waffen, ne? Ah ja! Wir müssen... Soros Schild! Und Soros Schwert! Sehr nice! Neben dem Schrein müssen hier aber irgendwo noch Truben sein! Ich weiß, Mohamed, ich weiß! Kann Microsoft bitte aufhören, sich hier einfach zu schließen? Microsoft? Also Microsoft, äh, Dings, äh, Fotos! Da oben ist zwar eine Kiste, aber keine... Ja, weil die durch meinen Xbox-Control erkannt werden! Ja, ja, same! Bei dir auch? Bei dir auch? Ja, du musst den Tab abfehlen! Ja, wirklich! Du musst den Tab abfehlen! Ich weiß! Als ob das bei dir auch so war, oh mein Gott! Das ist total nervig! Das ist die Wüste! Ich bin nervig! Wir könnten jetzt... Ganz vorne, hier bei der einen, ähm... Ähm... Schaffen wir das? Hier vorne links direkt! Muss... Ich bin übrigens... Ich bin übrigens... Die Meister-Axt darf ich nicht behalten! Oh mein Gott! Da! Das sind sie! Da in dem Pod! Seht ihr den Pod, Freunde? Da müssen Gegner sein, die all unsere Waffen haben! Da ist mein Speer! Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, müssten wir drei Waffen da drinnen kriegen! Schnell! Schuppelnlanze! Bei mir wurde auch zum dritten Mal die Umfrage durchgeführt, wer der beste Zelda-Spieler ist! Das sind sie! Das sind die! Die drei! Die haben keine Ahnung bei dir! Die Leute bezahlen Kanalpunkte dafür, dass die Umfrage stattfindet, aber die haben es zum dritten Mal gemacht einfach! Das sind sie! Wow! Die haben unsere Waffen! Ne! Hä? Doch, die haben unsere... Leute, ich fahr mal in meinem Chat, wer ist der beste Zelda-Spieler von uns? Oh mein Gott! Der hat den Schild! Guckt euch das an, Freunde! Die haben all unsere Sachen! Rück die Sachen zurück raus! So, hier muss jetzt irgendwo noch mehr sein! Was? Du ekelhafter! Oh mein Gott! Die Echse hat das! Die Echse hat die Sachen! Oh Gott! Ja, das hatte ich auch gerade! Die musste sich bekämpfen mit Bomben einfach! Oh, die ist halt super stark, die Echse! Ich ziehe jetzt einen Magmarock, oder? Spaß! Nein! Wahrscheinlich, Bruder! Oh mein Gott! Kann ich die... Die macht richtig viel Schaden! Kann ich hier die Wasserfälle hoch mit meiner Rüstung? Ja! Das ist alles, was wir brauchen, Freunde! Das ist richtig viel! Oh Gott! Du hast so einen Skill! Weißt du, du hast so einen Skill! Lino kann im Schnee rumlaufen und sowas! Jawoll! Seiner weiss, er kann in der Wüste rumlaufen! Und ich einfach... Ja, ich verbrenne wenigstens nicht! Ja! Dann wird es trotzdem angezeigt, ne? Jawoll! Er hat den Schild fallen gelassen, Freunde! Wusstet ihr das? Wir haben den Schild! Wir haben den Schild! Und wenn ich mein Magnetmodul raushole, dann wird die auch analysiert! Jawoll! Ich hab jetzt drei Messer und ein Schild! Freunde, wir bauen jetzt noch Bögen! Wer macht den Schrein? Mach dir den Schrein! Ich, 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 ich! Mach den! Warte mal! In dem Pot! In dem Pot muss noch... Auch wenn ich diesen Schrein hasse! Ey, jetzt gibt's... Jetzt hab ich die Faxen dicke! Jetzt bist du dran! Oh mein Gott! Er schlägt uns! Bist du? Nice! Hier drüben ist Koronia! In dem Pot müssen hier noch unbedingt... Ja, ja, du musst einmal da rüber! Da müsste noch ne Kiste sein, wo wir was kriegen! Bist du gelaufen! Du bist ja richtig scaft gelaufen! Ah, hier ist auch noch Schrein! Let's go! Da ist sie! Ja, ja! Das ist der am Eingang voll zum Todesbär quasi! Nee, das ist... Ja, das ist nicht der! Da in der Kiste, in der Kiste, Freunde! Da muss doch was drinnen sein! Schnell, 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 bitte! Was gibt's jetzt bitte? Yes, ich hab so ne Waffe! Noch ein Schild! Jawoll! Okay! Alter, da war ja richtig der Jackpot! Ja, selber weißt du, du hast so viele Waffen! Das ist so gottlos, wirklich! Ich hab drei Schwerter und zwei Dinge! Ich hasse diese... Junge, ich hab einen Eisenhammer, den hätte ich nicht mal richtig haben dürfte! Freunde, schnell, da drüben! Wir können jetzt so... Ich kenn sogar Schildschlitter, ich bin so schnell! Okay, ich hab jetzt auch gleich fünf Waffen! Oh mein Gott! Yes! Da drüben müssen schreien, Freunde! In dem Schrein gibt's noch mehr Waffen! In dem Schrein gibt's noch mehr! Welche hast du denn? Zwei Speere und drei... Oh Gott, nee! Nee, drei Speere und zwei... Nein! Ich muss mich ganz schnell vollheilen! Oh Gott! Ich hab mittlerweile gar keinen Platz mehr in meinem Inventar, ne? Für Waffen! Oh, das ist nicht gut! Ich hab zu viele... Das ist nicht gut! Ich hab zu viele Sora-Lanzen, to be honest! Ah, ja, ja, ja! Okay, das ist nicht gut! Ich bin echt unter... Oh, ich bin unterbeschossen! Link! Wo ist mein Pferd? Ich brauch dich, Pferdy! Wir müssen laufen! Wir müssen laufen! Wir müssen laufen! Lauf schnell, Pferd! Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich probier mal ne Windbombein! Oh, das ist auch noch cool! Das ist auch noch cool! Anon hat geschrieben, das wär cool, wenn wir die Elementarschwerter noch für unser Dingens nutzen dürfen! Wo kam's Eis, ich Elektro und ähm... Dingens Feuer! Oh ja, das wär witzig! Ja, stimmt! Wo ist mein Pfeil? Oh Gott! Ich hätte Eis! Oh Gott! Ketteblitz! Komm nicht weg! Ja, ich hätte... Guys, ganz kurz mal, habt ihr die Meldung mit Zeichen der Bewährung? Äh... Naja, das ist bei euch ein Zeichen der Bewährung aufgeplopft! Auch nicht! Ich hab den Schrein abgeschlossen und da steht bei mir jetzt... Ich bin grad im Schrein, hab hier Zeichen der Bewährung gekriegt und kann aber den Schrein nicht abschließen, also ich kann nicht... Ich weiß warum, weil ich wahrscheinlich auch grad im Schrein bin, kann's sein? Keine Ahnung, wie lang brauchst du noch dafür? Äh, ich versuche eine Windbombe und versuche jetzt nicht zu sterben. So, hier ist jetzt der nächste Stall, wo ist denn hier der Schrein? Okay, warte, ich mach, ich mach, ich mach! Jawohl, Freunde, hier ist der nächste Schrein! Ich aktivier den mal! Wo ist denn Schrein? Hä? Und Orni haben auch kein Schild, oder? Doch, Orni haben Schild! Doch, die Orni, theoretisch dürft ihr den Windschild benutzen! Ja, ja, das ist der Windschild! Aber wo kriegst du den her? Oh mein Gott, in dem Schrein, in dem Schrein hier gibt's ein richtig starkes Schwert... Aktivier doch deinen scheiß Paragleiter! In dem Schrein müsste es die stärkste Gehundewaffe geben! Ey, das gibt's nicht! In der Leitung! In dem gibt's die stärkste Waffe! Ey, gibt's immer noch nicht! War nämlich grad kurz raus, weil ich tot war! Ähm, worin geh ich jetzt am besten? Ja, du hast es gefreezed einfach super! Echt? Oh mein Gott, nein! Warum warten denn überall auf mich Gegner? Ich flipp raus, ey! Ah! Okay, dann geh ich jetzt zum... Irgendwo muss es hier das stärkste Schwert geben, das die Gerudo haben! Aber hier muss doch ein Schrein geben! Ganz wichtig! Wo ist hier der Schrein? Komm, aktivier, aktivier! Yes, 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 yes! Das reicht, das reicht! I did it, guys! I did it! Kann ich hier hoch? Ich hab tatsächlich die stärksten Waffen! Ich hab tatsächlich die stärksten Waffen! Ja, du hast dich ins Ornidorf! Ich geh ins Ornidorf! Was ist das jetzt? Das ist das Geilste, ich krieg im Schloss nochmal mit Dings! Ah, ich muss das Ding holen! Okay! Aber es ist wirklich so, meine Waffen sind am ausgeglichensten und deine sind am stärksten! Die von, ähm, ähm, Lino hat die stärksten Bögen! Ich hab halt einfach Doppelschussbögen! Ultraschwer ohne Schild! Ohne Schild wird richtig hart! Was ist mit Dings mit Zelda Meister? Äh, wie komm ich jetzt zurück? Zelda Meister hat gute Waffen! Ich hab die besten Waffen von allen! Ich hab praktisch genauso wie du, Okamsen! Nika, was geht! Aber? Hä? Nur, dass meine mehr Schaden machen! Ah, stimmt, stimmt! Mondsäbel und sowas! Ja! True! Wie komm ich denn jetzt zurück? Oh mein Gott, wie geht das überhaupt? Ja toll! Ja verdammt! Absolut Öl hab ich hier! Okay! Ich hoffe das geht jetzt! Schaff ich das? Das schaff ich doch niemals! Oh mein Gott, bitte! Oh nee! Nein, 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 nein! Das ist nicht gut! Oh jetzt wird die... Oh jetzt wird die... Jetzt aber, jetzt muss ich's schaffen! Achso, ich kann doch einfach so! Ach, das wusste ich nicht! Oh, ich stell mich auch wieder doof an heute! Mann, oh Mann! Oh! Irgendwo ist hier noch ein Schild! Okay, wartet! Ich muss erstmal... Oh! Hilfe! Ein Bogen müsste hier sein! Ich müsste jetzt einmal... Oh, noch ein Zeichen! Schön, Jungs! Okay, sehr nice! Ich glaube, es müsste jetzt passen bei mir! Es müsste jetzt passen bei mir! Ich muss so viele Pfeile mitnehmen, weil das einzig Gute an den Soras ist tatsächlich der Bogen, ey! Ist das die Waffe? Bitte sag mir, das ist die Waffe! Ja, das ist der Mondsäbel! Jawoll! Das ist der Mondsäbel, Freunde! Ich kann den Schrein wieder verlassen! Ich geh raus! Tschüss! Mach den doch zu Ende, dann kriegen wir doch Spirid-Offs! Ihr beendet die ganze Zeit die Schreine so vorzeitig! Nee, das war der erste, den vorzeitig beendet hat! Ich hab schon drei Schreine gemacht für euch! Ich mach jetzt noch den Morning auf! Ich mach jetzt noch den Morning auf! Das war der erste! Verräter einfach! Also wenn ich noch einer noch nicht... Auf der Orden, ja, klar! Jun, was ist denn los? Wo müssen wir als nächstes hin? Wo ist hier ein Bogen sein? Es gibt noch sehr viel bei... Da vorne, da vorne! Europal, weg damit! Hier! Grün! Ich geh nur Geld jetzt für den Spaß, oder nicht? Lose! Hier direkt neben uns, neben dem Schrein links! Und hier müsste es noch eine Kiste geben! Das heißt, ich freue mich, ich weiß wie! Hier unter uns ist... Oh nein! Ich bin in den Sturm geraten! Oh! Egal, hier fallen grad Krater vom Himmel! Oh Gott, das ist nicht gut! Hier unten, Freunde, muss es irgendwo eine Waffe lose geben, die hier irgendwo rumliegt! Hä, das funktioniert? Man kann sich bei Sidon im Dings von hinten anschleichen? Oh mein Gott, ich seh gar nichts! Wenn man vom Dorf der Sora zum Eingang läuft, dann kommt die Sequenz von Sidon, aber man erschreckt ihn, weil er halt... Was? Ja, ja, ja! Das wusste ich nicht! Ich glaub, die Gegner sind zu stark! Freunde, die Gegner sind zu stark! Wir schaffen das nicht! Wir müssen uns hier... Robert! Robert, die Robbe muss wieder dran glauben! Aus dem Randomizer! Robert! Die Randomizer-Robbe! Robert, los! Robert, du Loser! Angehalten, Robert! Anhalten! Haben wir euch schon die Zelda-Cuts sehen, dass ihr mit euch redet? Ja! Jawohl! Da ist Robert! Wie Robert ist wieder dabei! Schön! Nee, glaub nicht! Warte ich schon! Jetzt müssen wir wieder raus aus dem Sturm! Ich seh gar nichts! Das ist nicht gut! Komm, Robert! Hol uns raus hier! Goronia! Ah ja! Das ist nicht Goronia hier! Ja, bei mir auch nicht! Ich seh gar nichts! Oh Gott! Ich seh gar nichts! Das ist nicht gut! Ich weiß nicht, wo ich hinfahre! Oh, ich bin wieder außen! Wisst ihr gerade aus dem Kopf, wo ich das herkriegen könnte? Die Items? Jawohl! Nee, aber ich kann dir sagen, bei mir ist auch ein Eisenhammer! Darf ich den jetzt auch nehmen? Warte! Merk ihr was? Bei mir ist gerade der Titan getriggert! Und Sorabogen! Okay, ich hab glaube ich zwei Bögen insgesamt! Leute, merkt ihr das? Ich hab den Titan getriggert! Ne Katzlinis jetzt! Nee, wir merken es nicht! Wir müssen, glaube ich, gleich eine Mission kriegen, glaube ich! Bei Yunobo! Wo ist Yunobo ist doch noch gefangen, oder? Ist Yunobo nicht noch bei der Nordmine? Müsste eigentlich sein, ja! Yunobo müsste bei der Nordmine sein! Schwanken, das ist Feuer! Okay! Oh nein, da brauche ich glaube ich Fein und Bogen für, ne? Hab ich nicht! Oh, ich will den Typen jetzt da nicht triggern! Äh, okay, den Schrein kann ich nicht abschließen! Den Schrein kann ich leider nicht abschließen! Boah, die japanische Sync ist auch so cool! Ne, das geht nicht, schade! Ja, los, los! Geht nicht als Wasserfall! Äh, was ist euer Ziel? Wir wollen heute zusammen BOTW zusammen durchspielen! Es sammelt grad nur jeder seine Volkwaffen auf! Und dann treffen wir uns wieder und dann besiegen wir das Spiel! Aber um die Boss halt besiegen zu können, brauchen wir Waffenkapazität! Nehmen die Object-Maps gar nicht mehr so fair! Ja, aber es wird trotzdem knapp, to be honest, weil... Es sei denn, wir haben Damage-Buff, aber ich hab glaube ich noch nicht ein Schwert, irgendwas eingesammelt! Stimmt, Damage-Buff wär richtig gut! Hier gibt's ne Kiste, bitte! Bitte lass das ne Waffe sein! Weiß gar nicht mehr, was ich hier noch einsammeln muss, to be honest! Na, was fehlt denn jetzt hier noch? Die fehlen noch! Bitte komm schon, wir brauchen noch ne Waffen! Wir gehen gleich zum Turm, Freunde, da gibt's den größten Jackpot im Spiel! Wahrscheinlich oben! Iron Sledgehammer! Pressure chest, Knight's Bow, nein! Ist das schön! Cobble Crusher! Okay, Cobble Crusher haben wir hier vorne, sehr schön! Ich weiß gar nicht... Iron Sledgehammer! Iron S... Wie viele Hammers hier gibt! Okay, anscheinend gehören die Eisner mal echt dazu! Anchein gehören die Eisner mal echt dazu! Bis wann streamt der, bis wir durch sind? Oder Breaker? Ne, den darf ich noch nicht einsammeln! Oh, das ist jetzt natürlich schwierig, weil... Da oben ist der Turm! Okay! Wie komm ich da hin? Ich müsste wahrscheinlich einmal hier lang, dann da hoch... Bist du beim Erudo-Turm? Ich geh jetzt den anderen Turm aktivieren, den ganz, ganz tiefen! Den ganz hohen? Ja! Ja, ja, ah, der ist kacke! Okay, Glox! Jawohl, ich geh jetzt dahin, da durfte ich richtig viele Waffen finden! Komm ich hier rauf? Ich weiß nicht, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, dass da bei Unibo noch eine Waffe ist! Ach man, wieso schaff ich diesen Kackschreien nicht, Digga, das ist nicht so schwer! So, wie komm ich jetzt da hoch, ist die Frage! Immer Windbomben, Bro, immer Windbomben! Wartet mal ganz kurz! Geht nicht, ich hab noch keinen Bogen! Ach, stimmt aber ja was! Die Sache ist halt auch einfach die, ich hab auch keinen Bogen und ich kann nicht Windbomben, dadurch hab ich extrem schwere Karten an bestimmte Sachen zu kommen! Ich versuch jetzt erstmal so, wie die Zuschauer es geschrieben haben, in die große Höhle zu kommen! Gott, ich hab so wenig Ausdauer, oh ne, oh das ist nicht gut! Kann ich jetzt hier kurz irgendwie Ausdauer resetten? Komm schon! Das war's! Das war's! Yes, ich hab ihn! Hast du es geschafft? Sehr schön! So, jetzt bitte! Ich muss es bis da hoch schaffen! Schaff ich es! Aber hier muss ich vorne einen Felsenspalter holen! Felsenspalter gibt's hier vorne bei mir! Ich hoffe es ist kein Steinspalter! Oh mein Gott! Steinspalter sind der übelste Müll einfach, ne? Das schaff ich nicht mit der Ausdauer! Das reicht nicht! Wo ist hier die Truhe? Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott, war das close! Ich wurde fast von Feuerfallen getroffen! Das wäre mein Ende gewesen! Ich schaff das nicht! Das wäre mein garantiertes Ende gewesen, wirklich! Da ist die Truhe! Genau! Luca schreibt gerade schon! In der Nähe sind drei Steine, dahinter sind ganz viele Waffen! Genau da will ich jetzt hingehen! Ja, Erzbohrer darf ich auch nehmen, aber ich weiß nicht wo welche sind! Wurde ich nochmal nachgucken! Wie heißt die auf Englisch? Weiß jemand wie Erzbohrer auf Englisch heißen? Äh... Ich wusste... Es geht auch dem Chatten! Also nicht nur ihr, sondern auch der Chat, ob der das weiß vielleicht! Oh, 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 oh! Schaff ich das? Ich könnte sein, dass ich sterbe! Ich riskier's! Ich sterbe! Ich sterbe, definitiv! Ich sterbe! Ich überleb das! Ich überleb das! Wie überleb ich das? Das kann ich... Ich hab's überlebt! Ich komm da nicht hoch! Das ist ganz schwierig! Doch, da könnte ich hoch! Dann schaff ich's! Jawoll! Schön! Einmal hier! Gefährlich! Oh mein Gott! Na, ich komm da nicht hin! Verdammt! Jawoll Freunde, wir schaffen's! Wir rennen uns lang! Ich bin hier einfach... Ich bin... Ich liebe auch die Wüste! Ich liebe die Gruppe! Alles so schön! Diamanten... Nein! Das ist ein Steinspalter! Scheiße! Das ist nur ein Steinspalter! Aber Junibo ist hier aber noch nicht drin! Oh, oh! Ich glaub, jetzt hab ich's übertrieben mit dem Springen! Schaff ich das noch? Hä? Wusstet ihr das? Wenn man nicht mit diesem alten Sack redet, dann ist Junibo noch gar nicht hier drin gefangen in dieser Höhle! Oh! Echt? Weil die Höhle ist einfach offen! Ja! Die Höhle ist bei mir einfach offen! Jawoll! Danke fürs Zeichen! Jetzt einmal hier... Oh mein Gott! Wie soll ich da hochkommen? Ach so Steinspalter! Nein! Der Steinspalter ist Müll! Der Steinspalter ist übelster Müll! Ey! Haben schon mal Leute im Multiplayer zusammen BOTB durchgespielt? Ich weiß das gar nicht! Sind wir die Ersten? Ich glaub wir sind die Ersten! Oh mein Gott! Was? Schreiben Geschichte Jungs! Und die Zuschauer sind heute dabei! Hühhü! Pupple Crusher... you contemplate�� für den Müll!! So können wir hier stehen? Drillshaft. Drillshaft zu! Okay den krieg ich. Sehr schön! So. Oh Gott! Ok, jetzt wird's schwerig! Jetzt wirds hier ziemlich steil! Ich weiß nicht ob ich das hin kriege. Aber ich kann euch nen Trick zeigen. Stone Smasher! Stone Smasher ist hier vorne ok! Ich glaube, ich kann das. Mit dem Trick, mit dem Whistle-Sprint können wir das schaffen. Hier, die Schräge müsste ausreichen. So, ich sehe, wir haben noch ein Zeichen der Bewährung bekommen. Richtig. Sehr nice. So, jetzt, oh, der Whistle-Sprint ist so stark. Können wir mal Ausdauer aufladen? Guys, wäre es möglich, dass wir uns ein bisschen beeilen? Ich gebe mein Bestes gerade, aber es ist leider ziemlich schwierig bei mir. Wie weit bist du denn? Du brauchst so eine Waffe. Ich kriege gleich eine ganze Menge Waffen, aber ich muss halt erst... Ich habe noch nicht mal einen Bogen. Den heftigen Turm da aktivieren. Oh mein Gott. Ich habe auch keinen Bogen. Du musst zum Übungsplatz, das ist ein falsches Bogen. Ja, ich weiß, es gibt so viele Eisenhammer hier, das ist der Wahnsinn. Oh Mist, da würde ich... Schaffen wir das? Oh, das schaffen wir nicht. Ich hoffe, wir schaffen das, ey. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Ich habe mir noch so viel vorgenommen, das schaffe ich alles gar nicht. Ich habe noch nicht mal... Oh, ich habe ein Schild, aber ich auch noch nicht. Alter, jetzt auf, wir so langsam sind. Ich muss noch zwei Dings holen. Oh nee, Link, halt dich doch fest. Ich habe gerade drei Eisenhammer, dann hole ich noch ein Dings, ein Drill Chef, also ein Dings, ein Erzbohrer und noch ein... Noch eine Sura Lanze, das gibt es nicht. Den anderen Scheiß, ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Junge, ich kriege nur Sura Lanze, die neun Damage machen. Ich werde literally nichts im Fight ausrichten. Freunde, ich weiß, wo die Höhle ist. Wir müssen nur kurz den Turm aktivieren, damit ich genau auf der Karte lokalisieren kann, wo die Höhle ist. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin schon. Oder wir finden sie gleich mit Glück, das könnte auch sein. Ich habe, wie gesagt, ich kriege zwei, ich kriege zwei Sperrte. Bitte nicht. Oh mein Gott. Nee, wer ist denn? Oh. Eigentlich hätte ich zu Maronus gehen müssen mit den Korksamen, ne? Weil ich habe halt so, ich habe viele Waffen, aber dafür schwache. Du bist doch am nächsten dran, mach doch. Du bist doch bald fertig, oder? Du bist am nächsten dran, auf jeden Fall. Ja, ich werde wahrscheinlich eh viel schneller fertig sein als hier. Ich glaube, hier ist die Höhle. Hier ist die Höhle irgendwo. Ist jetzt sicher, dass ich die Quest erstarten muss für den Erzbohrer? Oh nee, wieso denn so viele Gegner? Bitte nicht. Ich komme in Frieden. Warte mal, ist ganz oben auf dem Schwanz noch eine Truhe? Ich weiß es nicht. So, kommen wir hier hoch. Ich muss mal kurz gucken, wo sind wir denn? Ich kann die Höhle gar nicht vergessen. Die ist schon gut. Wir müssten... Hier ist der Dingens. Da geht es rein. Hier ungefähr, Freunde, hier, wo ich jetzt mit dem Cursor bin, müsste das sein. Hier auf dem Gebirge drauf. Schneile ganz oben. Ist da ein Krog, aber ist da auch eine Truhe? Jawohl, genau hier. Warte, ich markiere das. Hier. Ja, in Dings, glaube ich. Ich glaube, in der ersten Güte. Da ungefähr. Hier muss es sein. Ich weiß nicht, wo du es sagst. So, ich komme jetzt in das Wintergebiet. So muss das. Hihi, okay, wir gehen jetzt dahin, wo ich gepinnt habe. Da müssten wir es schaffen können. Naja, der Fischschwanz, die Flosse. Meine Güte. Wir sollten vielleicht doch nochmal da hoch. Leute, ich... Wenn ich da reinkomme, kriege ich vier Waffen. Dann könnten wir fast schon die Buster besiegen. Weil ich muss heute wirklich carry. Und ich habe richtig viel Schaden im Inventar. Ich hoffe, wir schaffen das. Ich habe so Angst, dass wir uns voll überschätzen und am Ende wirklich Zero Damage machen. Wie heißt der Dings? Wie heißen die jetzt nochmal die... Dann müssten wir... Also, wenn wir uns ein Essen-Attack-Boost im Dschungel holen mit den Bananen, dann haben wir halt 50% mehr Gesamtschaden. Hä, aber wir dürfen ja nicht. Natürlich. Warum darfst du dir keine Bananen holen? Klar darfst du. Wir haben uns auch Turi an, oder? Das ist keine Waffen. Ich dachte... Ja, aber ich dachte, wir chillen nur in unseren Gebieten und gehen dann direkt los. Nee, nee, nee. Dann... Okay. Wo sind denn hier noch Items? Ich verstehe den Faden auch einfach nicht. Das muss er sein. Das ist er. Das muss er sein. Freunde, das ist er. Das ist er. Zu eine Milliarde Prozent ist er das. Ich habe gleich so den Big Loot. Das ist unglaublich. Da ist eine Truhe. Okay, ich habe die Truhe gefunden. Wir schreiben Geschichte. Jawohl. Sei froh. Ich glaube, ich habe ein bisschen von der Entfernung machen, sonst sterbe ich hier. Okay. Da unten, maybe? Oh, yes. Leute, ich habe... Oh mein Gott. Ich habe gleich für uns so viele Waffen gefunden. Truhe, Truhe, Truhe. Die Wüste ist echt hart, weil hier ist alles bergig und so weiter. Extrem heiß, extrem kalt. Super viele starke Gegner. Aber dafür kriegst du ja auch richtig gute Sachen. Truhe, Truhe, Truhe. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Ach, was wird Elementarwaffe eigentlich? Gib mir die Truhe. Gib mir die Truhe. Oh mein Gott, das muss er sein. Oh mein Gott. Geist, was ist mit Elementarwaffen? Lass mir die weg. Oh, ist es der Falkenbogen? Ja, lass mir weg, lass mir weg. Das sind wohl alle längste. Ich weiß gar nicht, wo man die kriegt. Ja, es ist der Falkenbogen. Okay, eine Feuerwaffe kriegst du im Schloss, aber das ist sehr umständlich. Komm, 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 komm. Ja, das nicht machen. Die ist beim Pferd. Ich weiß, wo man die kriegt sogar. Ja, stimmt, aber. Nee, muss nicht sein. Das muss er sein. Ist er das? Ich weiß nicht, wo ich den ganzen Müll herbekommen soll. Hä, warte mal. Das muss er doch sein. Nee, für Okami wären Elementarwaffen blöd, weil Eis ist Orni am ehesten. Warte mal, nee, hier muss ich längst. Aber für Okami wäre doch Elektro. Da ist der Tour. Ich weiß, wo ich hin gehe. Ich weiß, wo ich hin gehe. Aber Zelda, eher Okami ist Elektro, oder? Ich bin ja nicht. Hier ist alles Elektro. Ich bin jetzt eher mit Wüste. Hä, Obosa? Wüste. Ja, ja, eben. Wartet mal. Boah, wie komme ich denn hier hin? Wo ist er das? Das ist er nicht. Das hier ist er nicht, oder? Runde vier für die gleiche Umfrage. Ich werde es so... Ey, wirklich jetzt. Es ist mit euch. Ja, und dann sind die Ergebnisse auch immer gleich. Das ist das Traurigste dran. Ist es das hier? Und dann auch noch einfach... Und dann einfach nur faktisch falsch. Nee, woher ist ein Diamant, den nehme ich. Bro, als habe ich da über das Eis gesprungen. Nee, das kann es nicht sein. Das muss weiter hinten sein. Ich habe es ja markiert auf der Karte. Das muss bei der gelben Markierung sein. Wir müssen nicht hier rum. Schwerkampf, let's go! Oh, bin ich blöd. Ich werde erst mal den Turm aktivieren, denke ich. Dann können wir uns hier hin porten. Ich brauche Schwertkarpfen, aber sowas von. Freunde, eigentlich müsste das hier hinten sein. Wir müssen noch weiter rüber. Da hinten. Das ist er. Das ist er. Da ist er. Das ist die Öffnung. Seht ihr das? Da geht's rein. Das ist der Stein. Oh mein Gott, da müssen wir hin. Jawohl, Freunde. Der Stein der Weisen, oder was? Auch ja. Nein, hier sind Gegner. Oh nee. Oh nee. Wenn ich jetzt hier sterbe, dann werde ich den ganzen Weg zurück geportet. Oh nein. Er stirbt. Oh nein. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Da hinten ist er. Freunde, da ist der Eingang. Oh mein Gott. Man sieht das sogar schon. Die Öffnung da. Schwertkarpfen? Jawohl. Da ist er. Da ist der Eingang. Ausdauer? Oh bitte. Oh bitte. Da sind vier Waffen drin. Ausdauer? Rüstungskarpfen. Oh. Wo ist denn hier die Truhe, bitte? Oh yes, bitte. Irgendwo ist hier eine Truhe mit einem Steinspalter drin. Äh, Felsenspalter. Es ist so schwer, sowas zu finden, ne? Es ist richtig schwer. Ich sehe hier gar nichts, Alter. Es ist so dunkel. Same. Jawohl. Ich glaube, wir haben es. Das ist er. Wir sind da. Hier muss die... Wo ist die Öffnung? Hier ist die Öffnung. Wie kriegen wir das weg? Wir müssen die wegschießen, oder? Okay, es ist wieder ziemlich laut, Leute. Wie komme ich da rein? Oh no. Ich muss die, glaube ich, nach Inboxen, die Steine. So, ich hoffe, es wird jetzt leiser geworden für euch. Wenn nicht, dann ist das... Oh, das ist nicht gut. Die Karte von Hebra. Yes. Wir sollten hier spielen. Ich bin richtig. Ich bin richtig, Geist. Ich bin richtig. Komme ich da durch? Wartet mal, Freunde. Wir könnten jetzt mit Stasis... Oh mein Gott. Den hier. Markier mal eben. So, wo gehe ich jetzt... Zack. Dann nehmen wir jetzt hier ganz kurz so die Messer. So, hier gibt es einfach was. Steine alle nacheinander wegpacken. Kommt schon. Bewegt dich. Hier und hier. Ich hoffe, das reicht. Jawohl. Und jetzt hier. Mal, das passt. Genau, jetzt müssen wir noch auf Stasis warten. Ist das schwer zu finden, Alter. Was ist das genau? So, Guys. Ich bin gleich drin, ey. Ich glaube, ich bin gleich voll equipped. Echt jetzt? Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Was ist das denn? Ich brauche eigentlich nur irgendwas, was mir Damage-Buff gibt. Das ist alles. Das kann ich hier nicht schlagen. Was ist das denn? Darf ich... Darf man Glitches benutzen? Nee, Glitches darf man nicht, ne? Nur Windbomben. Ja. Ja, komm schon. Reicht das? Alter, let's go. Reicht das? Oh, GG. Jawohl. Nein. Ein bisschen noch. Ich schaffe das. Einmal noch eine Bombe. Naruto, verdankt für den Follow. So, ich gehe jetzt woanders hin. So, ab zu meinem Pferd. ZM 2.0, komm her. So, so, so. Komm, Zelda-Meister. 2.0, einfach ein Pferd. Reinschießen. Oh, Elektrogegner rein. Bitte nicht. Jetzt, 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 jetzt. Ja, das wird ein YouTube-Video. Das kann ich... Ja, ich bin drin. Das wird so chaotisch. Ich bin... Hier sind... Oh mein Gott. Oh. Komm. Truhe? 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 Hier müsste eine Truhe sein. Hier sind vier... Junge, die Karte ist dumm, Schneide. Waffen. Ich habe eine Lanze, einen Bogen, den Radiant-Schild, den besten Schild. Die Dino geschickt hat. Teilweise sind die Truhe eingezeichnet, die dein Schild... Freunde, wir haben es geschafft. Das ist doch Object-Map. Die müssen da sein. Bitte. Das ist doch Object-Map, oder was? Oh mein Gott. Nee, nee, nee. Er hat so ein Screenshot. Also, du musst darauf fassen, dass die nicht im Master-Modus sind. Sogar Pfeile noch dazu. Ja, ja, mach ich ja. Oh, heftig. Kugel doch einfach Object-Map von BOTW. Geld, okay. Also, bei mir ist alles da gewesen. Die Object-Map ist top. Nopal, okay. Ja, perfekt. Wir könnten theoretisch noch weiter gucken. Da unten ist aber was? Vielleicht da? Was brauchen wir denn? Freunde, wir machen mal kurz einen Zwischenstand. Wir haben... Ich habe drei Schilde. Oh mein Gott. Das sind so viele Fische hier. Nur ein Bogen. Das ist natürlich nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und gute Waffen. Ich werde da trinken, oder? Wo kriegen wir denn noch Bögen her? Ich gucke mal, wo wir Bögen herkriegen. F ist der Bogen. Ich glaube, hier gibt es irgendwo eine Fee in der Nähe. Hier vor der Kante. Oh komm schon, bitte. Gibt es eine Kiste. Zeremonienlanze. Jaja, ich weiß, dass es hier welche gibt, aber ich sehe sie ja nicht. Freunde, wir müssen einmal... Yes, wir können jetzt auch Windbomben machen. Jawohl. Die ist nur Mastermodus, die Truhe. Ja, in die Stadt wollen wir nicht. Freunde, es liegen auf dem Weg jetzt. Liegen Kisten im Sand versteckt. Die können wir mit dem Magnetmodul einfach lokalen. Und dann können wir die noch mitnehmen. Da gibt es noch einen Bogen. Das wäre richtig wichtig, wenn wir den kriegen. Oh mein Gott. Also das ist wirklich bisher das geilste BOTB-Event, das ich gesehen habe. So, einmal hier. Wir haben jetzt auch endlich den Bogen. Schwertkappen. Damit können... Oh, ich sehe auch so cool aus. Freunde, sagt mal ganz ehrlich. Ich habe volle Ausrüstung. Schwert. Oh, ich freue mich gerade. Ich freue mich gerade. Oh, ich habe alles. Und mit passender Rüstung. Das sieht so cool aus. Zeremonien-Lanz. Ja, auf jeden Fall. Ah, Dining Hall. Let's go. Aber ich weiß nicht, wie ich die bekommen wollte. Zweihänder-Leute konnte ich nicht nehmen. Der schöne Windbock. Der gehört nicht dazu. Dining Hall, okay. Muss man die Questa für machen? Ich kann tatsächlich nicht mehr holen. Ich bin schon fertig. Wie, du bist fertig? Ich bin fertig. Wie komme ich da jetzt hin? Ich kann eigentlich direkt ins Schloss gehen, weil da sind die einzigen... Die einzigen beiden Felsenspalten, die ich noch holen kann. Ach so. Hier ungefähr... Es gibt nur drei auf der ganzen... Bei der Ruine muss ich was geben. Und einen davon habe ich schon. Und die anderen beiden sind, wie gesagt, im Schloss. Hier gibt es noch was. Und dann ungefähr noch... Erzburger lohnt sich nicht. Erzburger habe ich schon eins. Aber brauche ich nicht mehr. Du wirst halt den meisten Damage raushauen. Das ist das Gute. Ja, mit den drei Felsenspalten auf jeden Fall. Du brauchst einen Damage-Buff. Bei dir lohnt der sich am meisten. Ja, ja. Weiß jemand, wo die Schaflöte der Göttin ist? Hier gibt es einen Bogen. In Goronia. Freunde, da geben wir jetzt hin. Direkt neben dem Halbwegs raus. Nein, das ist doch jetzt nicht im Nebel, oder? Ganz schön. Freunde, wir probieren es einmal. Oh, hier sind so viele Schwertkarpfen. Das ist perfekt. Wenn ich acht Minuten-Buff hinbekomme, dann ist es GG. Das sieht sauber aus. Ich bin wieder am Frieren. Das ist gar nicht gut. Leute, ich werde jetzt hier sterben. Zum gelben Marker. Ich werde jetzt hier sterben. Verdammt. Ich habe elf Schwertkarpfen, Guys. Das heißt, ich habe locker zwei Level-3-Buffs. Bitte gib es hier unten irgendwas, um mich hochzuhielen. Oh, hier friere ich nicht. Das reicht, denke ich mal. Aber ihr braucht auch was, Leute. Ihr müsst auch irgendwie damit machen. Ich wollte gerade sagen, ich brauche auch irgendwie Schertkarpfen. Ja, wir brauchen den Damage-Buff, sonst wird es nichts. Ja. Okay. Also Retalk. Ohne wird nichts. Ich würde sagen, ich... Ich tank der Gruppe. Ja, aber ich tank leider trotzdem nichts. Ich würde sagen, ich schlafe bis mittags. Dann ist es hier nicht mehr kalt. Wir sind halt übelow. Digga, wo kommen wir jetzt der... Der Exalfus her? Kannst du nicht sagen. So, okay. Das heißt, ich brauche... Dann ab zu den Markierungen. Schwerdkarpfen, ja, oder... Fironi geht auch zu lang, das ist ultra weit weg. Nee, der gehe ich auch nicht hin. Das macht keinen Sinn. Das ist tot. Aber am Satori-Berg wurde ein Dings gemacht, wurde ein Schrein aktiviert. Stimmt, wir können einfach... Ja, ihr könnt einfach zum Satori-Berg. Ich gehe zum Satori-Berg. Oh, dann ist easy. Dann ist ja easy. Ja, magst du die Turianen? Ja, klar. Magst du die Turianen? Da gibt es auf jeden Fall. Da gibt es zehn Stücke. Ja, das ist die Truhe. Sag mir nicht, das ist die Truhe. Die ist vereist. Oh, was ist das? Die Truhe ist vereist. Oh mein Gott. Die kannst du nicht holen. Oh. Oh mein Gott, nein. Ich möchte... Oh, hab ich verherschauen. Sehr edel. Sehr edel ist diese Krone auf diesem... Okay, Freunde, da vorne gibt es noch zwei Waffen. Einmal gibt es einen Bogen und einmal noch eine Waffe. Die wollen wir uns noch holen. Dann sind wir richtig gut dran. Schwertkarpfen? Oh, geil. Stimmt, das ist ein guter Call. Bananenkaufen können wir auch noch machen. Habe ich jetzt ganz vergessen. Stimmt, macht das auf jeden Fall. Du brauchst es auch... Ja, ich werde sie holen, habe ich ganz vergessen. Du musst dich oben links im Soradorf auf die untere Schiene stellen und das Magnetmodus... Und endlich. Herr, muss man oben stehen? Weil das habe ich nicht gecheckt. Ich wusste ja, wo die ist, die Zehnung. Hier irgendwo muss es noch nicht... Let's go, Maxi Durian, Alter, geil. Das gibt es Waffen. Hier sind Gegner. Er hat ein Exalbum. Zu powerful, wirklich. Zu powerful einfach. Die Frage ist, gehen wir noch ins Schloss selber oder können wir auch direkt hochgehen? Nein, 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 wir müssen ins Schloss. Also ich, gerade ich. Ich muss zwei Waffen auf den Weg holen. Ja, du ja, aber der Rest? Hier irgendwo muss es sein. Ich kenne eine Speedrun-Route. Ich kenne eine gute Speedrun-Route, wo man viel mitnehmen kann. Okay. Junge, hier ist einfach nichts mehr. Eine Kiste, aber. Geil, Alter. Oh, mein Gott, so viel Maxi Durian. Es muss irgendwo weiter da hinten sein. Oh nein, jetzt haben die mich alle gesehen. Bitte, ignoriert mich. Aua. Nein, 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 nein. Maxi rüber. Yes, sehr schön. Hier irgendwo gibt es eine Truhe. Okay, ich hole mir noch Feen und dann bin ich weg hier. Schwertling, okay, GG. Also ich bin gut equipped. Ich bin wirklich ready. Echt jetzt? Ich bin fast fertig. Ich habe zehn Maxi Durian, ich brauche irgendwas mit Schwert. Ich brauche irgendeinen Angriffsscheiß. Du musst es irgendwo... Wo ist denn die Truhe hier? Hier muss eine Truhe liegen. Ich brauche irgendeinen Angriffsboost. Gibt es hier... Wo geht es ab dem Todeswerk? Ich glaube, die ist bei den Monstern unten drin. Kann das sein? Du kannst doch zu mir kommen. Ah, nee, darfst du ja gar nicht, oder? Nee, doch, darfst du. Du könntest dich zu mir porten. Ich sehe die Truhe. Aber hier kommst du so schwer hoch ohne Rüstung. Nein, die wollen mich jetzt alle holen. Die wollen mich klatschen, die Typen. Bei mir gibt es super viele Schwertkarten. Freunde, wir machen jetzt was ganz riskantes. Wir müssen den Fight nehmen. Du sag, du hörst auf zu pfeifen. Ach, dass du wegkommst. Geh doch nach Gerudo, da sind ganz viele Schwertbananen. Nee, wir sind nicht viele. Wo sind denn Gerudo-Schwertbananen? Im Gigafarsch... Ah, scheiße, im Gigafarsch... Wir haben vielleicht fast 20, stimmt, ja. Ja, aber dann kann ich die holen. Oh, hol die Kiste, hol die Kiste. Kann er nicht holen, weil er muss die Kiste machen. Nein, nein, nein. Ja, ja, eben. Aufmachen, Link, aufmachen. Mach die Kiste auf. Vorher ist der Eingang zu oder so, ne? Ja, ja. Nein, das ist nicht... Nein, mir fehlt eine... Das ist nicht mal der Bogen. ...eine Robi fehlt mir. Was? Wieso ist das nicht der Bogen? Das müsste der Bogen gewesen sein. Wartet mal, irgendwas stimmt. Irgendwas stinkt hier ganz doll. Wie Selda meistert, wenn man richtig versucht, alles so zu überdingsen. Hä? Hier müsste wirklich was... Der Bogen liegt rum, Freunde. Nee, auf der Karte steht, dass der Bogen in der Truhe ist. Er ist ja gar kein Zeh, wow. Ach, komm, Pferd. Halt doch dein Maul, lauf. Halt doch dein Maul, Pferd. Junge! Ey, Retalk, Schneide, du könntest dich zu mir porten, wenn du willst. Hier gibt es sehr viele Schwertkarpfen. Man kann nicht reinglitschen. In der Truhe? Ich mach jetzt keinen Shield-Clip oder so, ne? Freunde, das ist aber nicht der Gerudo-Bogen. Ja, okay, dann geh ich zu dir. Das ist ein Exalfor-Bogen. Okay, warte, ich schalte dir ein Dings frei. Dann kannst du dir auch Feen holen. Du kannst dir Feen holen. Let's go, das ist sehr gut. Feen und Schwertkarpfen, let's go. Nee, Freunde, das war kein Gerudo-Bogen. Das war ein Exalfor-Bogen, sieht man ja. Warte, gib mir eine Sekunde, ich bin gleich da. Wo ist denn hier? Sagt mal, das ist total komisch. Der hat 2 von 0 beeiligt. Ich will nicht nach Firona, das dauert viel zu lang. Firona ist viel zu weit weg, wirklich. Also es ist gar nicht im Süden freigeschaltet. Kommst du mit dem Schrein, wo ich jetzt freigeschaltet hab? Oh, bester Mann, der ist noch nicht freigeschaltet, du musst ihn erst aktivieren. Jetzt, oder? Ja, müsste jetzt sein. Hier müsstest du es auf jeden Fall noch eins geben. Bei der grünen Markierung, Freunde. Vielleicht muss ich ihn erst absolvieren. Garantiert muss ich noch nicht absolvieren. Du musst ihn nur freigeschaltet haben, du musst nur aktiviert haben. Kampfprobe leicht, easy, mach ich, mach ich mal. Nein, nein, jetzt geht's, jetzt geht's. Port dich dahin, da ist die Fee. In der Truhe. Und da am Wasser, an den Wasserfällen, da musst du hingehen, da sind so viele Schwertkarpfen. Du musst es irgendwo ne Truhe geben. Ja, kein Ding. Also ich hab ja wirklich den besten Spot, bin ich ehrlich. Weil der Tabanta Fee ist auch Schwertkarpfen, aber Schwertkarpfen hat nur... Ich mach keinen Schaden! Also Tabanta, äh, wer ist das? Weil Schwertkarpfen hat nur eins... Und ich bin One-Shot. Alter, wie heißt das denn? Ach, hier, das ist sie. Schneide, können wir bitte... Kannst du bitte in den Schrein gehen, weil der Typ hält übel viel aus. Hier muss irgendwo noch ne Waffe sein. Schwertkras, ähm, Schwertkras ist Müll, weil Schwertkras hat nur Level-1-Damage-Boost. Ja, komm mal in den Schrein, wir müssen den... Ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin schon da. Oh, da hinten ist ein Gegner, er hat uns gesehen. Ah, da bist du, da bist du, okay, perfekt. Lass den mal wegkommen, der hält übel viel aus. Komm schon, bitte, das muss jetzt die Waffe sein. Bitte, 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 bitte. Wie du da T-Post nehmen, ihr Junge. Was ist denn das, die Waffe? Bei mir springst du gerade so in der Luft. Ist das ein Gegner hier? Hat der wieder volles Leben? Das ist wirklich ein Gegner. Nee, der behält die Leben, der behält die Leben. Echt? Ah ja, Tatsache, okay, komm. Ich hab, wie gesagt, kein Dings, ne? Oh Mann, ey. Ja, du darfst dich nicht hinlassen. Das ist frech. Das ist noch ein Schwert, so muss das. Hier muss aber irgendwo noch ne Truhe sein. Oh, du machst gut Schaden, holy shit. Oh Gott, ich kassier richtig. Nein. Oh mein Gott, ich hab überlebt. Die hab ich überlebt. Wo ist denn hier die Kiste? Das kann nicht sein. Nein, der Laser, der Laser, der Laser, der Laser, der Laser. Oh, wie hab ich das überlebt? Achtung. Ja, hau ihn weg, hau ihn weg. Das kann nicht sein. Hier muss es ne Kiste geben. Der ist gleich tot, der ist gleich tot, komm. Das ist ne Unverschämtheit. Easy. Nice, danke dir. Die Slash-Nammer sind gar nicht so schlecht. Die Slash-Nammer sind gar nicht so schlecht. Ja, die sind wirklich nicht schlecht. Doch besser als meine komischen Lanzen, die machen Zero Damage, ne? Die machen gar keine Damage, der Dodge Master einfach. Mal gucken, was hier in der Truhe drin ist. Das kann doch nicht sein. Das ist ja schön. Ah, nee, das schaff ich nicht, das geht in der Camp, das ist zu hart. Und wir kriegen nochmal Dings, Zeichnerbewehrung. Oh, riesenantiker Reaktorkern, okay. Der Rest ist alles im Hochgebirge, da kann ich nicht... Wir brauchen noch ein Zeichnerbewehrung und das kriegen wir jetzt. Warum, wofür? Na, für acht Stück. Also dann... Ich hab schon... Hab ich das schon gemacht? Ich hab mir schon zwei Herzen geholt. Du hast du schon... Hä? Was? Boah, nee, das sind zu viele. Du hast dich schon zwei holen können? Achso, du hattest ja eine mehr als ich, oder? Nee, hä? Freunde, ich weiß nicht, wo ich noch hin soll. Jetzt hab ich wieder einen. Jetzt hab ich wieder einen Spirit up. Ich hab jetzt acht. Du hast jetzt acht. Ich hab auch noch nichts ausgegeben, muss man dazu sagen. Wait, in dem Schrein auf dem Weg hierher gibt's noch welche. Da müssen wir hin. Ich hab einen zu viel. Ich hab einen Spirit up zu viel. Ja, du hast einen mehr, aber auch einen zu viel. Auf dem Weg hierhin... Okay. Muss es... Nice, Scream Team, okay. Lass mal noch zur Fee gehen. Muss es doch noch was geben. Wir müssen uns einen Schrein holen, da gibt's noch zwei Waffen, Leute. Bist du schon bei der Fee? Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Wo wüssten du? Ich seh ich gar nicht. Ah, hier. Fähig. Ah, okay. Imagine, wir können jetzt das Corona-Set upgraden. Wie krass wär das bitte? Oh, das wär so... Das Ding ist, mir fehlt, glaub ich, eine einzige... Also ein Rubin. Kriegt man nicht aus Büschen oder so ein Rubin? Ihr sagt, im Eiskeller? Äh, kann ich gar nicht sagen. Oder im Gras kann doch manchmal so ein Rubin drin sein, oder? Da müssen wir schnell runter. Hier ist eine Fee! Hier ist eine Fee im Gras gewesen! Oh ja, die gibt's ja auch, die gibt's auch. Aber ich muss ganz ruhig sein, weil hier sind drei Fee und ich hätte die gerne alle. Ich hätte gerne einfach nur einen Rubin. Mir fehlt literally einen Rubin grad. Das ist so zu. Damit ich die Fee freikaufen kann. Ich hab eine Fee. Ich hab eine Fee. Hörte, nach Gurude Stadt kommen wir nicht. Ich hab jetzt aber noch einen Schrein lokalisiert, wo wir zwei Waffen kriegen. Ach nee, man muss die gar nicht freikaufen für die Fee, oder? Das wär auch extrem stark, wenn wir das nicht schaffen. Die Fee muss man nicht freikaufen, dass da Fee spawnen, ne? Und zwar... Nein, 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 die sind sowieso da. Ach so, okay. Muss das ungefähr... Waren wir jetzt unsicher. Äh, wenn wir jetzt hier... Da ist das. Wir sind hier. Dann ist das ungefähr... Wie viele Fee waren bei dir da? Vier oder drei? Drei. Drei immer. Ungefähr hier, Freunde. Es gibt dir doch den Trick, dass wir neu spawnen lassen können. Aber das heißt, wir können genau... Wir wissen ganz genau, wo das dann ist. Wir kriegen das hin. Ich hab vier Feen. Du hast vier? Also, warte, warte, du hast ja vorhin schon da gehabt, ne? Ja, die hab ich im Gras gefunden, im hohen Gras. Ähm... Übel gut. Jetzt die Frage, was jetzt... Wir wollten... Was haben wir echt gebraucht? Schwertkapfen. Schwertkapfen, komm mit. So, ich kann jetzt hier noch eine Windbombe machen. Oh, hier ist ein Krokratzer. Das sieht gut aus. Der war geschenkt. Und hier irgendwo muss es ein Schrein geben. So. Ich glaub, es wär schlau... Lass mal wieder zum Schrein hoch, sonst... Nein! Das ist jetzt aber nicht dieser Schrein. Uff. Das ist jetzt nicht der Sch... Das ist jetzt nicht der Schrein mit dieser Feuerprobe, oder? Man muss in-game leise sein, deswegen ist man auch IRL leise. Ja, aber... So, was voll Dummes irgendwie. Weißt du, ich freu mich über eine Fee und du so... Psch, psch, psch... Ich denk mir so... Psch, 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 psch... Achtung, müssen leise sein. Okay. So. Bist du wieder oben? Loopplatz, okay. Okay, Leute... Ich bin schon am Schrein. Ich mach jetzt den Ausdauerhärtetest. Kann man sich hier einfach gegenheilen? War das so? Mit den heißen Platten? Oh, das ist schwer. Ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaub, es geht nicht. Doch! Das müsste gehen, ich hab Essen dabei. Jawoll, Jungs. Bist du im Schneider? Am Schrein? Lass es da sein, bitte. Leute, wir schaffen das. Wir können uns gegenheilen. Nein, das ist ein Knights Broadsword. Was? Hä? Dino, wie sieht's bei dir aus? Hä? Muss ich mich jetzt einfach nur hier hinsch... Ah, ich hab einen einzigen Bogen. Das ist eigentlich ziemlich scheiße. Freunde, muss ich da hoch? Oder wo muss ich hin? Ich kann die alle nicht holen. Ja, ich seh dich jetzt. Komm mit. Ich seh dich nicht. Ah, hier, jetzt bist du. Hallo. Was ist denn bei denen? Komm mit, komm mit. Ach so, weil ich das Rüstungsset anhab. Hier, warte mal. Ähm. Wo waren das jetzt? Scheiße. Ähm. Weil ich die Rüstung anhab. Leute, die klatschen einfach alle um die Geroden. Ich hab die Rüstung an und kann deswegen einfach drauf chillen. Ähm. Da hinten bei dem Fluss, glaube ich. Oder ist es hier auch noch welche? Geil. Jetzt kriegen wir zwei Waffen. Es war da hinten bei dem Fluss. Oder? Boah, nee. Geht das jetzt? Outfit switchen hilft dafür, um wieder erkannt zu werden. Aber manchmal sehen wir uns nicht. Und dann müssen wir kurz das Outfit wechseln. Oh mein Gott. Schauen wir mal, ob es hier welche gibt. Okay, du kam jetzt kurz geklont. Ach, da musste ich noch so einen machen. Oh mein Gott. Ich denke, da werden wir anfangen zu brennen. Ähm. Ja. Das sind welche? Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Hier wird es richtig heiß, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab so viele Schwertkarpfen. Real Talk. Ich hab locker 16 oder so, glaube ich jetzt. Oh, oh, oh. Ey, jetzt wird es hier richtig heiß. Hast du die alle hier gefunden, oder was? Ja, ja. Du musst erst mal die Waffen weglegen. Also zwei habe ich, glaube ich, im Soradorf gefunden. Aber der Rest. Hier sind gar keine bei mir einfach. Legit gar keine. Oh, oh. Jetzt wird es heftig. Okay, warte. Wir können noch weitergehen. Oh, oh. Ich sehe es halt auch super schlecht, weil sie da absolut dunkel ist. Nicht gut, nicht gut. Es sind diese grauen, grau-gelben. Komm schon, komm schon. Oh mein Gott, scheiße. Schaffst du es? Nee. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich hab genug Essen dafür. Gut, dass wir die Äpfel mitgenommen haben, Linkatsu. Die carry mich grad durch. Ich kann uns noch einen Schrein holen und drei Waffen. Aber was ist mit den Maxidurianen? Hast du die schon aufgebraucht, oder was? Nee, die spare ich mir für den Bosskampf. Achso. Edel. Edel, Leute. Sehr edel. Bombenpfeile sind hier. Ach nee, du hast eh keinen Bogen. Okay, der Nevermind. Oh mein Gott, wie viel braucht es? Hilfe. Das ist sad. Die Äpfel carryen grad richtig durch. Ich hab so viele Pfeile, wirklich. Mhm. Okay, ich schneide. Ich bin bei der Brücke. Was ist das? So ein komischer Schrein. Ich will die Gerogen mich auch anfeuern. Das sind meine Brüder. Los. Oh nee, komm. Das hol ich mal wieder deine Rüstung. Warte, warte, warte. Alter Verwalter, wie viel muss man hier tanken? Das ist ja unnormal. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah ja, okay. Hier an den Bäumen gibt es auch manchmal Schwertlinge. Achte mal drauf. Belak Rimoser-Schrein. Oh oh, das wird jetzt richtig knapp. Oh, es wird hell. Oh, perfekt. Jetzt kannst du's besser sehen. Wir haben's. Hier ist ein Maxi-Trüffel bei mir. Oh, let's go. Ja, wir haben's. Ja, schön. Check mal hier die ganzen Dings ab. Hier sind teilweise echt gute Items. Ist hier noch eine große Maxi rüber bei mir? Ah, hier sind Schwertklappen, Schwertklappen. Ja, hol die zuerst. Sauber. Okay, Freunde, da drin müssten wir jetzt folgende Waffen kriegen. Einmal brüsten wir jetzt die Dicke, den Zweihänder und einmal noch nen Speer müssten wir da drin kriegen. Hier gibt's sehr, sehr viele. Nach gerohen Art halt. Einfach nur Damage. Okay, schnell weg hier. Also ich bin nicht sicher, was müssen Schwertklappen sein? Aus dem Weg, Jungs. Ich hab's eilig. Wir schreien wie gerade aktivieren was zur Hölle. Muss ein Königreich retten. Ja, Mann. Nein, das ist Hyrule Barsch. Fuck. Hyrule Barsch. Aber der müsste, oder? Das müsste ein Schwertklappen sein. So grau-gelb ist der. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir die? Nee, Rüstungsklappen. Nein! Oh Gott. Bleib doch weg damit. Die erkennt man eigentlich relativ gut. Was ist das? Okay, such mal hier den ganzen Fluss abschneile und geh an die Bäume. Die haben teilweise auch Schwertlinge und sowas. Okay? Ich geh wieder zurück zum Soradorf und geb meine ganzen Zeichen der Bewährung aus. Alright. Okay, ich hab was geschafft. Was soll ein Stall sein? Hä? Das ist ein interessanter Schrein, an den kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Heftig. Uff, 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 uff. Aber hier müssen ja irgendwo Kisten liegen dann, oder? Gelblich sind die. Ja, hast du gemeint. Ah, let's go. Hier. Ich seh'n. Ich seh'n. Ich seh'n. Oh je. Das sieht richtig schwer aus. Da ist ne Kiste. Jawoll. Aber wie komm' ich da hin? Irgendwo hin. Der Bray dodged. Jawoll. Hier müsste es die erste Waffe geben. Mein Gott. Nee, ich war trocken. Wie lang braucht der etwa noch? Jawoll. Ich bin gleich fertig. Ich muss nur noch den Schrein machen. Ich bin auch ready. Ich hab' zwei Schwert gehabt. Wie viele brauche ich? Ich hab' nichts von irgendwie Angriffsboost, sonst was. Ich hab' auch... Also ich bin richtig scheinbar. Wie viele Schwertkaffen brauche ich für Damageboost? Für den besten Damageboost, so. Wo ist die andere? Oder du hast Dings. Oder du hast Steinsalz. Oh, Maxibarsch. Ui. Wartet mal, Freunde. Muss ich hier... Maxibarsch. Ja, sammel die. Sammel die für 20 Herzen. Das ist wirklich gar nichts. Muss ich den da drauf stellen? Ja, dann komm, dann komm zur Schneile. Geh zur Schneile und hol dir da Buffs. Bei dich. Überall Kaller. Muss erst mal noch zu nem anderen schreien. Wartet mal. Ah, hier sind... Okay, ich hab' noch drei. Hier sind noch drei Schwertkaffen. Perfekt. Ja, ja, es sind richtig viele. Fünf Stück brauchst du. Es sei denn, du brauchst ein Steinsalz. Hast du Steinsalz? Ich hab' auch Steinsalz, aber theoretisch hab' ich jetzt auch fünf Schwertkaapfen. Such mal noch, ähm, drei weitere. Wenn du noch drei findest, kannst du zwei Waffen. Oh, hier sind sogar drei. Dig, ich hab' grad drei mit einer Bombe geschlagen. Lol. Ich hab' jetzt sieben, ne? Ja, jetzt hab' ich sieben, okay. Irgendwas stimmt nicht. Du brauchst acht, du brauchst acht. Verdammt. Aber ich hab' Steinsalz. Vier plus Steinsalz brauchst du. Also hab' ich. Ich hab' Steinsalz. Woher hast du Steinsalz? Was genau passen jetzt denn nicht? Du brauchst aber acht Stück insgesamt. Oh, ich hab' ne, ich hab' doch... Jetzt hab' ich Steinsalz. Ich hab' ne Idee, können wir hier... Sammel mal zwei Steinsalz und acht insgesamt, äh... Ich hab' mal zweites Steinsalz gekriegt, genau in dem Moment, in dem du's sagst. Junge. Oh mein Gott, das funktioniert! Ich bin Genie. So, Schwertkaapfen, alle rein da! So, 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 so. Also du meinst vier Schwertkaapfen plus ein Steinsalz, ja? Es hat geklappt. Ja, ja, ja. Und das mal zwei. Genau. Hä? Also zweimal machen. Steinsalz gibt's auch im Soradorf zu kaufen, theoretisch. Was soll das denn jetzt? Alles drauf, ich hab's jetzt. Freunde, wenn ich jetzt die Waffe hier liegen lasse... Memo! Das sieht richtig gut aus hier. Achtung! Ah, wir können das anders machen. Jawohl, ich hab' ne Idee. Wir müssen hier nochmal kurz neu ordnen. Bei mir ist es auch sehr stabil. Bei mir ist es sehr stabil. Ja, Dicker, ich hab' vier Feen, ich hab' so viel Essen, also ich glaub' ich hab... Nein. Ich hab' durchgespielt einfach. Ich werd' absaufen. Oh, oh, hier ist ein Rüstungsschnapper noch. Und? 20 Herzen, 19 extra Herzen. Jetzt soll das klappen. Sehr geil. So, da hinten müssten wir... Hä? Hä? Wieso ist das denn so buggy bei mir? Boah, ich... Also ich bin richtig gut dabei, ne? Command, wie lange streamfst du, bis der Stream zu Ende ist? Danke, Nightbot. Nice. Geil. Ere. Hier muss jetzt noch ein... Das müsste jetzt klappen. Och, Digga, was ist das denn mit der für'n Schrein? Ich bin so dabei. Jetzt klappt es. Jawohl, Freunde. Und da hinten... Und da hinten... Da hinten müssten wir jetzt noch ne Waffe finden, dann holen wir uns gleich die weg, die ich hier liegen gelassen hab. Die Glambe eigentlich gar bestimmt wie viele Schreine. Ihr fangt irgendwie alle Schreine an, aber ihr macht sie nicht zu Ende. Doch, doch. Ich mach grad. Ich hab' fast jeden beendet, den ich angefangen hatte. Tja, aber wo... Nur sechs Herzen hat das gegeben? Bullshit. Die Frage ist jetzt... Scam. Scam. Wo gibt es die andere Kiste? Das ist einfach Scam, Alter. Hä? Oh, 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 oh. Wo ist denn die andere Kiste? Ich hätt' so viele Fische, aber kein Dings mehr. Keinen vierten... Keinen vierten Schwertkarpfen. Nevermind, ich hab' ihn grade gefunden. Yes! Irgendwas ist ganz faul. Hier ist was ganz faul dran. Okay. Was ist das denn? Also, ich würd' jetzt sagen, ich geh schon ins Richtung Schloss, ne? Eigentlich. Ich komm' mit dir, ich komm' mit dir. Ja, dann weißt du, Lino, habt ihr da irgendwo ein Schrein bei euch? Ja. Ja, ich bin grad im Schrein. Also, die Sache ist halt grade die, ich find' hier die letzte Truhe nicht. Also, ich muss noch zwei Bögen holen und dann wär' ich ready. Ich mein', es ist okay, ich hab' trotzdem ne Waffe bekommen. Ich nehm' mir die gleich wieder mit. Es waren zwei Hände. Du musst ja nicht full equipped sein. Hauptsache, du machst Damage Boosts. Die sind super wichtig. Ihr braucht Damage Boosts, sonst wird das nix. Ja, dann werd' ich den. Dann dauert's noch. Ja, dann komm, geh zur Schneide. Ich hab' keine Waffen, ich kann ja nicht mal Damage Boosts, bringt mir nix, wenn ich nichts hab'. Aber du hast doch die Karte, oder nicht? Schneide, wo bist du denn? Ja, Digga, es ist alles im Gegnercamp. Ich will nur Richtung Schloss. Ich will nur Richtung Schloss. Ich will nur Richtung Schloss. Oder ne, am nächsten Schloss grade dran ist der Turm der Hügel. Ne Bro, es liegt einfach an Waffen. Wenn ich die zerschlachte mit meinen Waffen, dann hab' ich mehr verbraucht, als ich am Ende zurückbekomme. Durch dieses Gegnercamp. Soll' ich dir dann helfen? Das sind viel zu starke Gegner, die kannst du nicht mit... Das sind irgendwie zehn Bomben, die du brauchst. Hier muss noch ne Kiste sein. Soll' ich versuchen dir zu helfen, oder nicht? Das bringt mir ja auch nix. Ich versuch' noch die Kiste hier zu holen, damit ich full equipped. Ich muss jetzt erstmal hier diesen Schrein machen. Äh, Lino Seidermeister, ist bei euch irgendwo ein Schrein? Ja, wir sind in einem Schrein. Hä? Seid ihr auf der Ebene, ja? Nein! Wir sind halt in einem Schrein beide. Der war auf der Ebene in einem Schrein. Nein! Das wird nur da immer angezeigt. Ja, das wird nur da immer angezeigt. Ja, ist nur ein Bock. Wird aber angezeigt. Ich hab' hier gleich, hier vor mir müsste eine Kiste sein, die hol' ich mir noch. Äh! Soll' ich schon mal vorgehen ins Schloss? Ich kann eigentlich schon mal ins Schloss gehen. Yes! Ich würd' sagen, ich mach' das so. Dann kann ich mir wenigst schon mal meine Waffen besorgen. Ich bin auch ready. Ich hab' jetzt fünf Herzen. Wie viel Container haben wir? Gar keinen mehr. Okay. Das ist eine sehr schöne Windbombe. Das ist die letzte Waffe. So, was hab' ich jetzt an Essen? Essen sieht sehr gut aus. Dreimal Kraft für Spieß. Zweimal gelbe Herzen. Und ganz viel zum Heilen. Das passt. Ja, bei mir ist gerade nur schwierig. Ich hab' nur einen Bogen. Das heißt, ich hab' viel Kampfpotenzial natürlich verloren. Ja. Den Schrein muss ich aufgeben. Kann man nix machen. Den Schrein muss ich auch aufgeben. Ah, fuck. Ich hoffe, ich krieg' das jetzt nicht. Und das, wo man den Ivorkops nimmt, nein, ganz sicher nicht, Bro. Ganz sicher nicht. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Aber, Lino, es würde sich trotzdem lohnen, hierher zu kommen, weil du, ähm, die Feen, du kannst dir free Feen holen. Ah, hier unten ist aber noch ein Schrein. Irgendwo muss ich hier eine Kiste geben. Ihr Kekos, Alter. Wo bist denn du? Ich komm' mit dir mit. Turm der Hügel. Ah, ich seh's, okay. Turm der Hügel Richtung Osten. Ich komm' mit dir mit. Ja klar koch' ich, aber das mach' ich im Schloss. Im Schloss gibt's sowieso noch mal so viele Items. Also generell im Speisezimmer. Wir müssen auch durch Speisezimmer durch. Nein, jetzt hab' ich die Zeremonien. Und dann gibt's so geisteskrankviel, äh, geisteskrankviel Futter. Und auch so gutes Futter, auch so ne Moldoraflosse, die liegt da einfach rum. Boah, ne Great Thunder Blade. Hier muss es irgendwo ne Kiste geben. So. Machen wir noch nen Schrein schnell für euch. Ich koch' Mess. Ja, ich koch' Mess auf jeden Fall. Warte, wie funktioniert das mit der Zeremonienlanze? Weil ich versteh's nicht so ganz. Wie du die kriegst? Ja, weil Andon meinte, man muss irgendwo oben an der Brücke stehen, um die überhaupt holen zu können. Was für mich gar keinen Sinn ergibt. Äh, es gibt nur diese Sidecrest, wo du die für brauchst, damit du... Ja, ja, genau. Aber ich hab da nachgeguckt und da war einfach nix. Das kann doch nicht sein. Ja, mach mal hin. Kannst du mal ein Video von der Windbombe machen? Hab ich schon gemacht. Das findest du auf meinem Kanal, ist sogar schon paar Jahre alt. Man lernt sich eigentlich ziemlich schnell. Das kann nicht sein. Ich find schon wieder... Diese Kisten... Hier sind immer Kisten eingezeichnet, die hier irgendwie einfach nicht rumliegen. Okay, ich geh noch mal da hoch. Also hier ist mir ernsthaft. Erst nach dem Titan... Let's go. Das hab ich nicht gesagt. Hast du nicht gesagt, das mit ner Brücke? Hä? Die kommt erst nach dem Titan. Oh wow, warum bin ich denn zurückgegangen? Die Zeremonienlanze. Ja, ja, die kommt erst nach dem Titan. Ne, die Dings, die... Also die Lichtschuppenlanze kommt erst nach dem Titan. Ne, die, die unten... Ah, hier! Hier ist sie! Unten im Wasser liegt eigentlich. Leute, ich hab volle Waffe. Die ist auch nicht da. Nein! Nein! Oder? Anhalten, anhalten! Hey! Oder war es hier unten? Jawoll. Vielleicht hier unten? Ach, da unten ist sie! Okay, ich hab sie! Der Mondsäbel. Oh mein Gott. Ich bin tatsächlich blind. Freunde, guckt euch das an. Ich hab, Leute, ich hab volles Waffeninventar. Komplett voll. Echt? Ja, aber ich weiß nicht, ob das genug ist. Habt ihr den Mario-Film schon gesehen? Natürlich ist das genug. Ne. Ich auf Topic gerade. Ne, noch nicht. Möchte ich mir aber angucken. So. Was mir gerade im Chat steht. Jetzt müsste es hier... Am Fuße müsste es jetzt hier auch noch eine... Ach nee, aber ich hab keinen Platz mehr für eine Waffe. Ich bräuchte halt noch einen Bogen. Ach, direkt das zweite Spirit-Op hinterher. Dann bräuchte ich noch einen und dann könnte ich noch... Verdammt. Gott. Leute, ich glaub ich... Gibt's im Schloss eine Statue zum Beten? Oder ein Schild. Könnten wir auch noch gebrauchen. D oder E. Hä? Hä? Nein! Doch, hier gibt's noch ein Schild. Den könnten wir holen, Freunde. Ist die gerade runtergegangen? Hier. Ich weine. Ich weiß, dass die Zeremonien Lanz und Lichtschuppenlanze genau gleich aussehen. Oh, es gibt im... Es gibt... Oh, es gibt im Schloss. Wenn wir hier lang kommen, wenn wir da lang gehen, kriegen wir noch den letzten Schild. Zumindest noch ein Schild mehr, so mein ich. Dann haben wir drei von vier Schilden und damit können wir parieren. Das macht auch Schaden. Das ist gut. Dann können wir uns einmal mehr erlauben, ein Schild zu parieren. Lass mal alle Lino helfen, sonst kommt der nicht an Waffen. Doch, doch. Also, die Gegner sind viel zu stark. Das bringt nix. Sonst könntet ihr alle wegbomben. Mit Angriff-Buff und so easy. Jaja, ihr könnt ihm gerne helfen, ich mach hier noch selbst weiter, weil ich kann halt immer noch selber Waffen für uns holen. Da muss man halt schon ziemlich weit laufen. Das macht nicht wirklich viel Sinn da jetzt. So, okay, hier müsste ich einmal... Ich glaube, ich hol mir jetzt erstmal hier diesen Bogen, wenn es überhaupt geht. Kommst du denn irgendwie an... Wo muss ich hin? Wo muss ich hin für einen von euch? Also, um euch zu helfen oder irgendwas zu machen. Ja, ich würde auch irgendjemandem helfen gern. Warte, wo ist jetzt da oben? Also, mir kann man gerade nicht wirklich helfen. Lino, du bist grad ein bisschen leise. Kann's sein? Oh je. Oh. Ich sehe nicht. Gegner. Hier irgendwo. Ja. Muss das... Huil kommt runter. Man hört Lino nicht, natürlich aber Lino. Verdammt. Ich kann das vergessen. Okay, dann hol jetzt einfach Dings. Hol einfach noch die Buffs. Wo muss ich da hin? Wo muss ich da hin? Ähm, guck mal da überm Sora-Gebiet, was nicht aufgedeckt ist. Dieser eine Schrein. Der Dahishino-Schrein. Da musst du hin. Ah, da sind die Fische, ne? Da findest du direkt... Ja, die Fische. Und direkt die Feen. Ah, bei Arcala. Ja. Genau, in Arcala. Na gut. Das sollte reichen. Also, Freunde, wir haben jetzt... Und ich geh schon mal mit Schneile vor, damit wir uns zum Dings porten können. Zum... Hyrule Castle. Oder? Das könnt ihr machen, ja. Link Katze, ich bin hier beim Schrein. Lass zusammen die Fische holen. Kennt ihr die Gefängnisinsel? Die hast du Gefängnisinsel, oder? Ja, ja. Die kenn ich. Ich müsste aber noch mehr Essen kochen, tatsächlich. Schon? Ja, ich bin schon bei der Fische. Ja, ich muss auch noch zu nem... Ich mach die grad zu den Schrein. Aber das ist ne schwere Kraftprobe. Das schaffen wir nicht. Ich will den nur freischalten. So. Bist du schon beim Schrein, Sattermeister? Ja, ich bin schon hier. Ich hab grad Blutmund, warte. Ich bin auch gerade hier. Schön, sehr schön, sehr schön. Okay, da sind wir wieder feind, Link Katze. Oh, da ist er. Da ist er. Oh mein Gott, als ob ich nicht springe. Ich wollt grad ne Windbombe machen. Ah, hier. Jawoll, guck mal. Let's go. Du bist richtig gut ausgerüstet. Ja, Junge. Ich sag ja, die Gerudos sind einfach die Krieger. Ich hab alles. Guck mal. Ich hab auch alles. Ich hab literally alles. Okay, wir müssen... Ähm, wo sind die? Im See, oder was? Ja, äh... Hier im Tarrytownsee, oder was? Wo sind die? Ne, warte mal, wir sind falsch. Ich muss ne Bombe droppen. Hier sind die doch gar nicht. Wo sind die? Hast du die Fee? Hast du die Fee? Wir dürfen BLSS machen, wir dürfen alles machen, aber ich hab keine Bögen. Ja, und dann musst du, ähm... Dann musst du runter, ähm... Ich brauch kein Feuer hierfür, nein. Du siehst doch, dass, ähm... Fake News. Beim Totosee. Weißt du, wo der Totosee ist? Ist das der See um Tarrytown rum? Ne, das ist über Dings. Nein. Das ist über dem Soradorf. Über dem Soradorf ist doch der Totosee direkt. Das ist das letzte, was noch markiert ist auf der Karte. Der Rest ist nicht freigeschaltet. Ich weiß, ich weiß, wo ich war da auch schon bei dem... Ganz im Verorden. Ganz im Verorden. Und da, da am Fluss sind superviele Schwerte haben. Wichtig. Ja, die sind superwichtig. Ich war da damals, als ich BOTW nur mit Bockmann Waffen durchgespielt hab. Und ich check die Bäume ab. Da gibt's teilweise halt irgendwie Maxi Essen und sowas. Echt? Bei den Feen? Ne, bei den Bäumen. Also, nicht die Bäume bei der Fee, sondern die Bäume da in der Nähe vom Fluss und so. Wo du jetzt hingehen wirst. Jawohl, ich hab alle drei Fee. In der Totosee. Ah ja, ich seh den. Ich seh den. Und da am Totosee ist ein Wasserfall. Genau da. Dort befindet sich ähm... Da ist eine leichte Kraftprobe. Gut, wir kommen wieder am schnellsten hin. Mit dem Schreien, mit dem Schreien. Ich opfer für euch sogar noch mal nen Sledgehammer. Extra für euch. Nur um diese Drecksdings zu machen. Nur um diese Drecks, äh, leichte Kraftprobe zu machen. Oh, bitte verzieh dich. Damit ihr den Spirit obbekommt. Bitte verzieh dich, bitte verzieh dich, bitte verzieh dich. Lohnt sich eh... Dicker, der kommt straight zu mir! So, jetzt müssten wir... Genau hier ist der Wasserfall. Da müsste auch der See... Ich bin so tot, ich bin so tot, ich bin so tot. Hier, das ist ja... Der fliegt straight zu mir! Okay, das war's mit ner Fee. Dieser dreckige! Bist du hier, Link, Katze, beim Schreien? Ne, ich popp mich weg. Der Sora-Schreien! Das ist so'n Witz. Nein, nicht der Sora-Schreien! So, wieder der von vorhin. Der von vorhin, ja. Dass der auch straight zu mir fliegt, dieser Assi! Über Sora wirst du saulange brauchen. Ich geh schon mal vor, du kommst einfach hinterher. Ich muss nämlich gucken, welcher das richtig ist. Ich hasse fliegende Wächter. Ich krieg die Krise. So, schnell was zu trinken. Ich denke mal, mit ner Windbombe wären wir hier wieder besser dran. Ich probier's nochmal, Freunde. Zack. Mach mit Bomben. Ja, ich mach mit Bomben. Einen Sledgehammer kann ich schauen. Einen Opfer, den brauch ich echt nicht, weil Sledgehammer ist halt übelst schwach eigentlich. Aber... Muss trotzdem auch nicht sein. Muss ja auch nicht sein. So, und jetzt müsste ich hier, wenn wir gleich da hochgehen... Oh mein Gott. Das gibt's nicht. Oh mein Gott, wir müssen doch... Wir müssen doch zum, äh... Ne. Hä? Ich glaub wir müssen doch zum, äh... Dingensdorf, weil wir ja gar nicht die Sora-Rüstung haben, um hier hochzusch... Ihr müsst nicht hoch. Ihr müsst unten einfach nur am Wasserfall sein. Da bin ich. Und da am Wasserfall sind ganz viele Dings. Ja, ja, aber hier sind gar keine Fische bei mir. Ach doch, da sind... Ja, dann folgt mal dem Fluss da am Wasserfall. Folgt dem einfach mal in... Ja, ich seh. In die rechte Richtung. Also rechts lang, nicht links lang. Oh cool, ich bin rübergekommen. So, da hinten müsste der sein. Genau, hier sind Fische, aber die sind sehr schwer zu kriegen, pass auf. Mit Bomben, mit Bomben. Mit Bomben geht am einfachsten. Ja, aber... Die hauen halt auch ab, wenn du zu laut bist. Ja, aber nicht, aber nicht ganz... Die hauen nicht ganz ab. Jawohl, jawohl. Wir müssen hier den Fluss lang gucken, da. Ich hab schon einen geholt hier. Ja. Den rechten Fluss, nicht den linken, ne? Oh, das ist... Das sind Ausdauerbarschen. Hier sind noch welche. Nein, hier gibt's super... Da gibt's superviele Schwertkarpfen. Dings hat die auch gefunden. Hier sind noch welche. Hyrule Barsche, das sind ja nur normale. Bist du immer noch in einem Schrein? Junge, was macht hier so komische Sounds? Let's go. Wir müssen weiter gucken. Let's go. Oh Gott. Oh Gott, das wird so schlimm. Das wird so schlimm. Ich schalte euch schon mal einen weiteren Schreinpfeil. Äh, frei. Das ist halt übelgut eigentlich. Aber hier sind keine. Kann ich mal mehr reden, ey. Keine Bögen, keine Schilde, nur das hier. Oh je. Ich glaub, dass ich echt nur sechs Waffen haben für den Final Fight, aber egal. Okay, ich hab einen weiteren Schrein freigeschaltet. Theoretisch könnten Schneider und ich versuchen den zu machen. Das würde, glaub ich, schon worth it sein für Spirit Ops, oder? Welche meinst du? Na, die beiden, wo wir grad sind, das sind zwei schwere Kraftproben. Den Nia-Nia hab ich schon. Den Nia-Nia hab ich grad fertig gemacht. Ach, scheiße. Ne, okay, dann fehlen mir sogar noch zwei Stück. Hä? Also hier waren gar keine... Ich weiß auch... Gibt's nicht so ganz außen bei den Soras, gibt's hier nicht irgendwo so ein Gebiet, wo man auch mit dem Luft und so irgendwie so einen Schrein rausholen kann. Da gibt's doch sau viele. Ne. Ihr geht in den Norden, ihr müsst weiter in den Osten gehen, Leute. Was? So. Ich hab euch grad den zwölften Spirit... Ne, den zwölften Spirit abgeholt, ne? Östlich. Weiter östlich. Östlich von... Ja, von wo ihr jetzt seid. Da führt doch ein Fluss lang. Da führt ein Fluss lang. Sehr schön, sehr schön. Also da ist so eine Mündung. Zum Spaß und den Leuten töten. Ich glaub nicht, dass wir das für die Kapazitäten haben. Komm zu mir, komm zu mir. Ist da irgendwas, Zelda-Meister? Hast du die Hammer in der Themen? Ich weiß... Ich weiß auch einen richtig guten Sport für die Schneider, aber... Schneider, port dich zu mir, port dich zu mir. Wir machen noch eins. Wir machen noch eins. Das ist die Sache. Ey, Bro, ich hab echt nicht so viel Waffen, ne? Also wir müssen uns echt sehr sparsam sein, wirklich. Ja, wir machen es diesmal zu zweit. Wir machen es diesmal zu zweit. Okay. Ist ein schwerer? Ja, ich glaub, ist auch ein schwerer. War der sehr schwer? War der sehr schwer? War der sehr schwer? Ach, deiner war leicht? Ach so, oh, warte mal. Was ist mein Ding? Sonst lass einfach gleich in den Dschungel. Also ohne Witz. Nein, nicht in den Dschungel. Es dauert zu lang. Es dauert zu lang. Ja. Ne, wobei, das könnte auch ein leichter sein. Es ist ein leichter. Schneider, komm rein, komm rein. Ich hab... Ja, ja, ich seh das ja. Das kann nicht wahr sein. Ich weiß... Wo ist denn hier gutes Zeug? Das gibt's doch nicht. Ich komm gleich, komm gleich. Aber da sind welche, da sind welche, da sind welche. Du hast welche? Ich bin dabei, ich bin dabei. Ja, hier sind sie. Die blauen, die fetten. Hey, let's go, Schneide. Die decken Brummer. Da schmeiß ich jetzt die Baume rein. Das sind super viele auf einen Haufen immer. Im Schloss gibt's zwei Felsenspalten. Ich werd mir die auch gleich holen. Wenn die das nicht sind, dann weiß ich auch nicht weiter. Oh, ich seh sie. Hier sind richtig viele. Ja, ja, komm, machen wir. Das sind Maxi-Barsche. Das sind Maxi-Barsche. Das sind Maxi-Barsche. Das sind Maxi-Barsche. Wir brauchen Schwertkappen. Ja, das sind Mighty-Kappen. Das sind Schwertkappen. Ne, hier sind noch welche. Hier sind noch Mighties. Jawoll. Ja, siehst du, ihr glaubt mir ja nicht. Ihr glaubt mir ja nicht. Aua. Raze kurz zu mir. Raze kurz zu mir. Same, same, same. Ich hab halt auch wirklich alle 70 Äpfel gebraucht. Der ist schon halb tot. Der ist schon halb tot. Oh, du hast ihn abgebrochen grad damit. Wie geil. Oh ne, was sucht er denn jetzt hier, Mann? Er dreht sich, er dreht sich. Mach Damage, mach Damage. Oh, ich bin der Dodge Master. Oh mein Gott. Wie kann ich das immer wieder dodgen wie ein Gott? Wie ein junger Gott, wirklich. Hey, bei dir macht der auch grad, ähm, Spin to Win? Ja, ja. Klar, logisch. Jawoll, da sind welche noch. Okay, und tot. Nein, nein, ich bin den Wasserfall runtergeschlungen. Let's go. Sehr schön. Gut gemacht. Oh mein Gott, ich bin ganz dumm. Ich kann mir zwei weitere Herzen holen. Das sind Rüstungskarten. Nein. Let's go Schneide, Alter. Wir sind hier die OGs. Obviously mach ich Gironia, aber ich bin schon fertig mit Gironia eigentlich. Also in Gironia gibt's nicht so viel zu holen tatsächlich. Äh, außer den Erzbohrer. Und warum mach ich das eigentlich auch oft? Das ist so dumm. What? Die OGs? Zwei. Oh, das tat weh, das zu sehen, oder Schneide? Hat richtig weh getan. Und nicht einsammeln zu können. Königshelle war da einfach nicht stärker als meine Zweihänder. Scheiße, wie sad. Aber ich will nichts sagen, aber hier sind nur zwei dieser Barsche. Ich hab auch nur zwei gefunden. Ja, hier gibt's ja auch nur zwei. Welche Barsche sind wir denn? Einfach den Fluss weiter bis zu so ner Brücke. Hä, such dir Dings? Was such dir? Der Maxi-Bärsche? Ja? Nee. Schwertbarsch. Ja, ich hab die auch, aber es sind nur zwei. Da waren super viele bei mir. Schwertkaffen sind schon einige da. Doch, doch, doch. Du musst ein bisschen umgucken bei anderen Flüssen. Ja. Da sind echt einige da. Das sind wirklich viele. Ich wusste das selber nicht bis... Ich glaub, ich geh einfach nochmal nach Gerud und kauf die Schwertbananen dort auf. Das solltest du sowieso machen. Die sind nämlich bei der Oase. Vor der Stadt sind die. Kann man die kaufen. Okami, was machen wir jetzt? Also ich hol mir jetzt ganz kurz noch meine zwei Herzen. Ich kann mir noch ein Herz holen. Wo machen wir das am besten? Ah, du hast im Sorador. Willst du bitte in die Wüste kommen? Da können wir uns noch welche holen. Ah, hier sind noch mehr. Mach ich gleich. Hier sind noch mehr. Was schätzt du, wie viel Prozent haben wir, wenn wir das jetzt abschließen gleich? Komm mal zu mir, komm mal zu mir. Ach, du bist auch hier. Stimmt eigentlich, ne? Wie viel Prozent haben wir? Das kann ich gar nicht einschätzen grad. Immer so fünf. Fünf. Die Crocs machen halt viel aus, ne? Die Crocs machen sehr viel aus. Wir haben bisher gar keinen. Aber wir haben halt viele Schreine zumindest aktiviert und halt sehr viele Orte erkundet. Das sind aber wieder Rüstungs. Boah, sechs Herzen ist schon nice. 8,5? Nein, never. Da hinten sind noch welche. Weniger, oder? Oh Gott, ich bin doof. Ne, ich sag ja, ich sag ja, ich sag ja, fünf Prozent. Boah, ich sterb jetzt nicht wirklich. Oh, Blutmund, hallo. Blutmund hat sich's anders überlegt, alles klar. Habe ich jetzt trotzdem die Fische? Das ist ein Mighty Cup. Yes. Wo bist du? Siehst du, Dirk? Hä? Das sind super viele, Lino. Es kommt doch noch Blutmund. Du musst neben mir sein. Ich helfe dir mal noch ganz kurz und dann... Ich seh dich gerade auch nicht. Ich glaub, wir sind wieder... Nein, ich darf nicht machen. Ich sterbe, ich sterbe, nein, ich sterbe, oh mein Gott. 1,3. Speicher, speicher, nicht vergessen. Das ist einer, das muss einer sein. Das sind die Dunklen, die sind so grau-gelb. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, ich weiß. Wie viel hast du selber, Meister? Ich hab vier. Ich hab jetzt gleich vier. Hier sind immer zwei. Bei mir ist so enorm dunkel hier, Alter. Wo ist die Statue nochmal? Das ist eine normale Bärche. Die ist oben, die ist oben. Fast vorm Thronsaal quasi, die Treppe da. Was? Okay. In der Mitte der Treppe. Sieht erstmal gut aus. Wir könnten gucken, ob's hier irgendwo noch mehr gibt, Link. Wir holen uns vier? Nein, wir holen uns die Bananen. Wir können uns die Bananen auch kaufen gehen. Ja, wir können auch die Bananen kaufen gehen. Weil da... Dann gehen wir nach Gerudo rüber. Okay, ich guck hier noch einmal kurz. Ey, ich bin ganz durchgekommen. Du kommst gar nicht rein. Nein, ich kann nicht rein. Nein, du musst auch nicht rein. Das ist in der Oase. Ach, in der Oase. Ja, da kann man die kaufen. Es sind zwar nicht viele, aber man kann... Welchen Schreien? Nehme ich den beim... Wie viele... Warte, wie viele Karpfen habt ihr gefunden? Vier. So wenig? Ich guck grad noch weiter. Das sind locker acht Stück. Ja, das sind echt... Ich hab auch... Ich hab acht Stück geholt, ja. Kommt mal zu mir. Wart ihr hier schon, wo ich jetzt grad bin? Da waren wir schon, ja. Schaut mal auf die... Schaut mal auf die Map. Weil hier sind auch immer übel viele. Ah, ne, da hinten bist du. Ne, warte, ich komme. Mann, jetzt kommt ein Blut-Mode. Aber das ist gut, weil dann spawnen die neu, oder? Ne. Kann sein, ja, ja. Obwohl doch. Ey, lol. Voll overpowered eigentlich. Naja, ich hatte noch gar keinen. Jetzt, wo ich einen... Jetzt, wo ich einen bräuchte, krieg ich keinen mehr. Bleib mal da, wo die sind. Oh, Carms, ich komme. Ja, ich werd grad verfolgt, aber ja. Oh, ich werd schon wieder angegriffen. Nicht wahr. Same, same. Aber die sollten easy tot sein. Ja, weil sie ins Wasser fallen, weil die dumm sind. Ja, die dumm sind. Oh, ich hab jetzt auch nen Blutmond. So. Äh, und, äh, Lino, schau dich mal hier um. Also hier an den... Es gibt Jäger-Inpecies. Hier an den Bäumen. Hier an den Bäumen. Gibt's teilweise Schwertlinge und hier gibt's irgendwo einen Maxi-Trüffel und sowas. Ja, ich hab den Maxi-Trüffel. Und hier ist ein Maxi-Trüffel irgendwo, genau da ich bin. Kann, oder soll ich jetzt schon mal ins Schloss gehen? Nee, warte. Da, ich seh dich, okay. Bleib stehen. Hier ist ne Maxi-Trübe, ist schön. Stimmt. Wir sollten zusammen ins Schloss gehen, oder? Große Maxi-Trübe. Oh, hier sind noch Fische. Vielleicht sind das welche? Ja, hier sind alle drei. Das sind über viele. Ich sag's euch. Ich hab Maxi-Durian. Ich hab zehn Stück oder so. Ich werd hier angegriffen. Ich schmeiß mit Stein. Ja, hilft mir. Stimmt. Ich könnte auch noch zum Satori-Berg gehen, aber ich scheiß drauf. Ich scheiß jetzt, glaub ich, drauf. Ist mir jetzt egal. Das hätt ich grad noch machen können. Stimmt. Jawohl. Wobei, ne. Ich glaub, das spawnt nicht beim Blutmund neu. Ich glaub, das ist da auch dieses pro Minute eine 1% Chance, das dieses Areal neu spawnt. Ja. Ich glaub, das geht nur für Gegner. Dann lass den Olic, Katsu, wir gehen nochmal in die Wüste, holen den Bananen und dann sind wir fertig. Dann können wir über den Feier. Ja, komm, lass das nicht zu lange in die Länge ziehen sein. Du nimmst zu dem Kenui-Schrein. Beim Stall. Okay, also das hätte ich mir gedacht, wow. Hat's gelohnt. Ich geh nochmal ganz schnell zum Satori-Berg und dann geht's ab. Okay, Leute. Als Zusammenfassung an den Chat. Jeder hat jetzt seine Waffen geholt. Yes. Wir kochen jetzt alle nochmal Essen. Wir können übrigens auch bei der Oase kochen. Und dann gehen wir zum Bossraum und besiegen jetzt BOTW oder spielen zu Ende alle zusammen. Jawoll. Siehst du mich? Aber die Frage ist, wie erklimmen wir Schloss Hyrule? Weil, ich kann einfach hoch. Können wir meine Speedrun-Route abgehen? Ich kann einfach hoch. Können wir meine Speedrun-Route abgehen? Ja, okay, können wir probieren. Oh, ich hab Blutmund. So. Weil ich brauche, muss die sowieso lange. Ich muss sowieso durchspeisen. Es ist immer undurch die Bibliothek. Okay, bist du hier neben mir? Ich bin beim Stall jetzt. Yes, ich werde jetzt alles verkochen. Ich bin über dir, glaube ich. Ich geh schon vorwärts. Geh vorwärts. In die... Komm schon rein. Zur Wüste. Ich kann doch nochmal neue Maxi Durian holen. Hier ist mein Pferd, ey. Der kann aber in der Wüste nicht reiten, das Pferd. Oh, ja gut. Scheiße, stimmt. Du kannst einfach hier Schild schlittern. Kein Problem. Oh. Das ist mein erster Maxi Durian, den ich einsammle. Hier ist Home. Hier kenn ich mich aus. Zumindest halbwegs. Oh, hier wird's kalt. Hier wird's kalt. Hier wird's kalt. Das ist nicht gut. Ich hab echt einige. Es könnte echt sein, dass ich nochmal zurück zum Stall porten muss und dann... Ich muss zurück zum Stall. Ich muss da einmal schlafen. Ich hab jetzt sieben Stück. Ach Mist, könnte noch ein paar mehr sein. Ach, Mann. Wie viel hab ich denn? Ich hab 13. Ah, da ist noch einer. 13? Ja, ja. Achso, du hast den noch gar nicht gekocht. Okay. Und Maxi Trüffel ist hier auch. Hier ist Maxi Trüffel, Bro. Noch ein Blutmond? Was? Siehst du mich? Hier bin ich genau. Hier an dem Baum. Ah, ja. Ich hab jetzt neun Maxi Durian und einen Maxi Trüffel. Das ist perfekt. Ich hab zwei Maxi Trüffel, noch eine große Maxi Rübe. Zwei normale Maxi Rübe und 13 Maxi Durian. So, ich schlaf hier an. Geben wir, gehen wir. Zwei Maxi Bärsche, Junge. Ich hab so und drei Feen, Alter. What the fuck. Laufen wir an der Kochstelle vorbei? Ah, ich kann aber kurz, ich kann aber kurz neue Feen spawnen lassen. Das könnte ich euch auch empfehlen. Geht nochmal zum Dings. Ja, ich weiß mit der Bombe. Ich weiß, ich weiß. Hä? Mit der Bombe? Du kannst die in die Hand nehmen, die Feen und dann... Achso, ja, ja. Ja, genau. Das mach ich jetzt nämlich nochmal. Ich hol mir jetzt nochmal drei Feen. Ich hab schon ein Video gemacht, wie man 21 Feen kriegt. Easy. Ja, aber ich dachte, man braucht fünf Feen dafür. Ne, drei reichen. Generell ich glaube, eine reicht sogar schon, wenn du die in die Hand hältst. So, jetzt Schildschirm. Bist du schon bei der Oase? Noch nicht. Es kam viel zu viel Blutmonde. Ich bin auf dem Weg. Aber ich bin gleich hinter dir. Die Schomsen versus Team Lin Meister. Okay, Koch nochmal. In mein Dorf. Warte mal, ich könnte auch den Radiant Shield nehmen. Der ist super gut dafür. Wirst du es brauchen? Nein, scheiß drauf. Ich schlitter gleich an dir vorbei. Moin, ich bin hinter dir. Tschüss. Moin. Claudia, ich hab's gehört. Ich hab's oder gelesen. Ich bin genau neben dir. Oh, du hast den coolen Schild. Wir haben beide. Guck mal, wir... Aber ich hab nur diesen einen Schild. Ich hab nur einen einzigen. Ich hab drei. Guck mal, wir haben beide die... Oh nein, jetzt wird die... Ich hab einen. Ja, guck mal. Ey, wir haben beide die speziellen Schilder. Guck mal. No. Bleib mal stehen. Ich seh nichts. Die Titan wird gerade... Warte auf dich. Einfach stehen bleiben, wenn du aus der Katzen raus bist. Nicht? Oh, wow. Das sieht so cool aus. Wir haben beide die Schilds, die nicht mehr respawnen, glaube ich, sind das. Oh, Maxi koch Obst. Okay, die Feen respawnen nicht. Die Feen respawnen nicht. Die Feen respawnen nicht. So cool. Die sehen echt sick aus. Echt? Nee, geht nicht. Wahrscheinlich, weil beide irgendwie noch nicht resettet wurde. Sag aber ehrlich, die Wüste ist so schick. Stimmt, der Wann-Toffee ist auch freigeschaltet, ne? Ja, logisch. Der Wann-Toffee ist ja auch freigeschaltet. Und dann einmal hier und hier hinten sind die Bananen bei dem Pot. Muss halt hinlaufen. Weil hier im Wasser gibt's keine Fische. Ist alles gut. Du musst direkt neben dran, weil das hinfliegen. Nee. Hier sind die Bananen. Wie viele kann man kaufen? Okay, mach ich. Warte, ist das nur eine? Und ich bin kurz auf K. Eine. Das ist eine Schwert-Banane, Digga. Eine einzige Schwert-Banane. Was ist denn das eine Schwert-Banane? Digga. Wie viele Zuschauer habt ihr eigentlich? Äh, 305. Entspannt. Aber dafür gibt's hier noch schöne Frauen. Guck mal. Hoi. Ui. Nee, ich stell nicht so auf große Frauen. Aber... Ui. Muss ja keiner wissen. Boah, wie viele Pfeile hast du? Ich hab viel zu wenig Pfeile, glaube ich. Ich habe 47. Ich hab nur 28. Aber ich hab halt auch nur einen Bogen, ne? Also, passt auf. Wie wollen wir das jetzt machen? Bei den Durianen wollen wir immer eine kochen, aber das reicht ja nicht. Ich hab immer eine gekocht. Dann machst du vier, äh, vier Herzen plus hast du dann. Genau, das reicht ja nicht. Dann könntest du dich trotzdem one-hit nehmen. Ich muss jetzt noch zu einem Dorf, damit ich das einlösen kann, die Spirit-Obs. Krieg ich mehr, wenn ich jetzt zwei in die Hand nehme und koche? Obwohl, ich mach einfach alle. Mach ich einfach fünf auf... Ich kann zweimal fünf machen. Ich brauche keine Fee. Das ist ja... Wie gottlos. Ich brauche einfach keine Fee. Sagt mal im Chat, bitte. Wie viele Maxi-Duriane muss ich auf einmal da reinschmeißen zum Kochen, damit ich, äh, nichts verschwende an goldenen Herzen? Das wäre extrem wichtig zu wissen. Also du bekommst vier Herzen pro Maxi-Duriane. Was heißt nicht zu verschwenden? Mhm, 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 mhm. Was meinst du mit nicht verschwende? Na, dass die nicht überstecken. Okay, nimm einfach fünf. Ich glaub, selbst mit fünf hast du maximal zwanzig Herzen. Oh, das ist richtig viel. Zwanzig. Zwanzig goldene extra Herzen. Ja, eben. Und die kannst du doch nehmen. Das ist doch kein Problem. Ja, mach ich auch. Hab ich das beide? Sehr schön. Ganz sicher nicht gewonnen hättet. Okay, gut. Und dann wollen wir nochmal Essen so kochen. Oh nein, ich kick damage. Und zwar Schaden. Wir brauchen drei Schwertkarpfen, ne? Ne, vier braucht ihr. Und ein Steinsalz am besten. Vier? Und ein Steinsalz? Einen Steinsalz hab ich nicht. Ne, das hab ich auch nicht. Ja, oder ihr macht fünf. Für ein Level-3-Buff. Ich hab nur vier, aber dann kann ich noch die Schwertbanane zupacken. Ja, ja. Okay, aber wie viele Zuschauer hast du grad? Keine Ahnung. Alle? Alle. Ah, ich hab Level-3 für vier Minuten zehn. 383 sind's gerade. Dann haben wir einfach zusammen über 800 Zuschauer. Let's go, Alter. Echt? Ja. Ach, mit Zelda weißt du auch noch? Oh nein! Ich hasse es! Ich hasse es, wenn die Feen zu hoch fliegen. Ja, ich auch. Bei mir sind gar keine Feen hier. Egal, ich hab trotzdem sechs Feen. Ich glaub, wir haben im Prinzip auch alles. Ich kann jetzt noch die Rüstungskarpfen nehmen hier. Zack, 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 zack. Okay, was du nicht vorgestellt hast. Ja, mach dir auch Rüstungsdings. Ist auch ne gute Idee. Und dann lass gehen, lass gehen. Komm, wir müssen uns echt anhalten. Warte, warte, wir können doch auch vier Karpfen und eine Schwester an, oder? Warum sind bei mir keine Feen? Denk dran, die Rüben zu kochen. Wobei? Ja. Oh, ich hab keinen Abwehrboost bekommen bei dem Essen. Doch! Feen sind neu gespawnt. Wo ist die vierte Fee? Ich glaub, ich hab's versemmelt, Leute. Aber ist egal. So, erst nennen wir das Ding noch in die Hand hier. Ist bei Firone ne Fee? Komm, 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 komm. Mann! Kelvin, das ist Twitch, das ist ein Unterschied. Danke. Kacariko, du Sohn auch, danke. Ey, Undown schreibt, weißt du noch, wo ich geschrieben hab, die Rüstung ist hässlich im Blau? Er hat sie selbst im Blau. Ja, aber immerhin hast du es zugegeben. Ja, aber cool. Ist doch ernsthaft. Ich find ihn im Blau echt schick. Weil es macht wirklich so, in der Wüste, irgendwie spiegelt das das Wasser in der Wüste wieder. So dieses Oasenfeeling, ist mega cool. Habt ihr Feen, habt ihr Damage? Ich hab sechs Feen, hab genug Essen, sehr viel Essen. Ich hab auch mega viel Essen. Linkkatsu, wir gehen noch mal zurück. Wir gehen noch mal zurück. Ich muss noch was kochen schnell. Ja, wir gehen noch mal zurück, wo wir waren, da kannst du dir noch mehr Feen abholen. Wir wollten eigentlich im Schloss Hyrule noch mal kochen. Also schneiden. Muss ich, muss ich. Es ist voll viel Stuff noch, den ich brauch. Ihr könnt auch im Schloss kochen. Ja? Okay, dann geh ich noch mal zu den Feen. Es sei denn, ihr seid über Low. Es sei denn, ihr seid über Low und braucht was. Leute, ne, Linkkatsu streamt nicht. Also es wurde grad ziemlich häufig gefragt. Linkkatsu ist nicht so der Streamfreund, hab ich das Gefühl. Ja doch, früher schon. Aber irgendwie, ich muss erst mal die ganzen Einstellungen wieder richtig machen. Komm, Fee, 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 Fee. Was ist mit Diamant? Yes. Okay, wir treffen uns alle bei dem Schrein. Bei dem Katatschuki-Schrein. Let's go! Warte, ich hol grad noch ein paar Feen. Ich hol grad noch ein paar Feen. Ich hol jetzt auch noch mal Feen. Dann bin ich fertig. Dann kommen wir zum Schloss eigentlich schon, gell? Ich muss noch mal beten. Ich muss noch mal beten. Ich muss noch mal zum Plateau. Gebetet hab ich gerade. Hab jetzt sechs Herzen plus viele extra Herzen. So, hier sind noch mal... Übrigens, es performt jetzt auch inzwischen wieder viel, viel besser. Also, ihr lauft viel, viel flüssiger als beim Highlands League teilweise. Ja, ich find das... Ja, find ich auch. Heute läuft eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ja, gut. Gerade bei Soradorf. Und dabei stream ich sogar. Dabei stream ich sogar. Das macht gar keinen Sinn. Hier sind keine Feen bei mir. Oh nein, hier sind... Nein. Du musst deine Feen in die Hand nehmen. Und dann damit ein bisschen rumlaufen. Ach ja? Ja, dann spawn die. Zumindest eine müsstest du mindestens spawnen. Einmal, einmal, ja. Einfach in die Hand nehmen. Einfach in die Hand nehmen. Wenn's nicht geht, dann warst du da wahrscheinlich schon eine Feen. Aber nicht loslassen, nicht loslassen. Auf keinen Fall. Und dann kriegst du noch eine Feen. Gut, das sollte reichen. Ich muss jetzt noch einmal beten. Wurde kann ich schnell beten. Müsst ihr noch... Nicht noch beten? Nein, ich hab schon. Soradorf hat... 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 Ja, ich geh zum Soradorf. Dann triggere ich die Katzen zwar noch, aber ist egal. Ah... Das ist easy. Das ist easy. Da war ich auch. Fee, Fee, Fee. Wie viele Spurreddorf hab ich? Ich glaub ich hab einen, ne? Ja, ich hab einen. Perfekt. Einen mehr als ich aus irgendeinem Grund. Ja, irgendwie hab ich mir einfach irgendwelche... Also, Link hat's auch. Wir haben bei uns irgendwie jeweils einen dazugeglitcht. So. Leute, das... sind, by the way, meine ganzen Waffen hier. Hey, das ist auch keine Feen. Alles drauf. Die sind alle ziemlich wack. Meine stärkste Waffe ist das Soradorf mit ganzen 22 Schaden. Echt? Ich hab nur den Erzbohrer, der ganz gut ist, mit 14. Und, äh, meinen Felsenspalter mit 42. Aber davon krieg ich noch zwei im Schloss. Ja, Dicki. Und dennoch mit dem Damage-Boost, du wirst halt... Damage-Boost. Wie gesagt, hab ich noch einen Steinspalter mit 15 und noch eben zwei Sledgehammer. Immerhin. Besser als nix, ne? Stimmt, Steinspalter sind gar nicht so stark, ne? Die sind Ultramüll. Die haben 15 Stärke. Ich kann mir drei Herzen holen. Das ist natürlich gut. Yes. Also, zu welchem Schrein gehen wir da jetzt? Wo wir sind? Der, der am nächsten am Schloss ist. Der, äh, Katatschuki-Schrein. Okay. Kraftprobe leicht. Wir versuchen die ganzen Wächter irgendwie, äh... Wollen wir die skippen, oder? Ne, nicht. Man kann die Zweier durch den Boden... Ne, wir haben kein Stasis-Plus. Fuck. Ja, haben wir nicht damit. Hier gibt's doch irgendwo Bombenpfeile-Schneile, glaub ich, oder? Ach ne, bringt ja nix. Mann! Warum sag ich dir das immer? Weißt du, das klingt so, als würde ich dich damit aufziehen, aber ich vergesse es wirklich einfach nur. Yo, TK-Multiplayer wird noch krasser. Naja, der wird nicht stattfinden. Wahrscheinlich nicht, ne? Mach ne Fusion. Ja, wir fusionieren einfach. Ey, ich werd grad dezent anvisiert und hops genommen. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich stell mich direkt in den Schrein rein. Wo bist du? Okay, ich bin auf dem Weg, Leute. Ich bin hier in deiner Nähe. Wir können euch gleich mal meine Waffen zeigen. Ich glaube tatsächlich, dass ich heute carry'n muss. Ich habe das ganze Inventar voll mit saustarken Waffen. Ja, also ihr wisst auf jeden Fall carry'n. Das wird spannend auf jeden Fall. Weil, das Ding ist halt, Schneide hat nicht so viele Waffen. Schneide darf aber nicht sterben, weil er den meisten Schaden macht, glaub ich. Andererseits, wenn ich sterbe, sind meine Waffen gerespawned. Also, ich habe. Leute, ich bin beim Schrein. Seid ihr hier? Ja, ja. Oh, wir haben Blutmond, wartet. Wir sind alle da, oder? Warte, ich bin noch nicht hier. Ich glaube, hier wird es viele Blutmode geben, weil hier sehr viele Entities sind. Ja. Ich bin auch hier. Ich bin Schneide. Lino sehe ich gerade noch nicht. Ich bin im Schrein. Ich bin im Schrein drin. Ja, ich sehe sie. Achso, ja, jetzt sehe ich ihn. Ich komme hoch, ich komme hoch. Ja, und Selder Meister, mach den nackt rum. Ja, ihr seid alle gut ausgerüstet bei mir. Selder, du musst gut parieren, ja? Weil du hast die meisten Schäde. Ja, ich habe drei Schäde. Ich kann es versuchen. Ich habe einen. Ich habe einen. An den Chat. Leute, wir sind fertig. Wir haben alles gesammelt. Wir haben alle gebetet für die Herzen. Yes. Wir haben alle gekocht. Wir haben alles. Ich habe nur vier Minuten anderes Kusten. Gekocht habe ich noch nicht. Nee, gekocht habe ich noch nicht. Okay, vier Minuten anderes Kusten. Machen wir aber noch. Das ist schwierig. Wir müssen da echt richtig gut schnell hintereinander reinschlagen. Ich habe auch Essen. Wir haben eigentlich alles dabei, was wir brauchen. Und Fehn auch. Wir müssen jetzt einfach nur noch gut spielen. Jetzt geht es richtig los. Jetzt müssen wir aber wirklich gut spielen, Leute. Ich habe an Waffen. Alle einen Savepoint hier setzen. Ja. Ich habe als Waffen, ich kann ja mal kurz durchgehen. Jeder kann ja mal durchgehen. Ich habe als Waffen, ich denke, ich werde heute der Beste sein von dem Equipment her. Dreimal einen 25er Mondsäbel. Dann habe ich zwei 16er Gerudo-Messer. Dann habe ich zwei 28er Claymores. Also Zweihänder. Und eine 16er Lanze. Dann habe ich einen 14er Gerudo-Bogen mit über 60 Pfeilen. Der wird das nicht mitmachen. Und dann habe ich drei Schilder. Zweimal ein Gerudo-Schild mit 20. Ja, so overpowered einfach. So overpowered einfach. So overpowered. Ja, lächerlich. Okay, ich als nächstes. Ich habe super viel Stuff. Ich habe, warte mal. Ich habe vier Sora-Lanzen mit neun Schaden. Ich habe eine Schuppenlanze mit zwölf Schaden. Ein Sora-Schwert mit 15. Ein Sora-Großschwert mit 22. Mein Sora-Großschwert ist die stärkste Waffe und ist sogar schwächer als sein Säbel. Ja. Und eine Zeremonien-Lanze mit 14 Schaden. Und ein Schild mit 18. Was auch immer das ist. Und fünf Sora-Bögen mit 15 Schaden. Ich kann snipen. Ich kann snipen. Ich habe nur einen. Das ist wichtig, wirklich. Das ist wichtig. Ich habe auch gut Pfeile. Ja, aber das ist normal. Weil die Gerudo sind das Krieger-Volk. Also wenn ich jetzt nicht die stärksten, balanceden Waffen hätte, wäre es halt schon schwach. Ja, okay. Was habt ihr? Oder wollt ihr... Denn ich habe richtig großartig. Ich habe einen Felsenspalter mit 42. Aber ich werde mir noch zwei Felsenspalter am Schloss holen. Also habe ich dreimal 42 für 200. Das ist ganz nice. Dann einen Steinspalter mit 15. Zwei Eisenhammer mit jeweils 12. Und einen Erzbohrer mit 14. Und keinen Bogen und kein Schild. Das ist halt der traurigsten. Also ich habe eine Schild. Drei Federspehre mit 10 Schaden. Drei Eis-Dings... Eisvogelschwert, ja. Ich habe es auf Englisch. Mit 15 Schaden. Dann zwei Falkenbögen mit 20 Schaden. Nein, das ist okay. Einen Swallowbomb mit 9 Schaden. Und ein Schild mit 14... Block. Also ja, zusammengepasst bin ich am besten dran. Ja, auf jeden Fall. Wir dürfen nur... Aber checkt ihr es nicht. Wir dürfen nur unser eigenes Equipment nutzen. Was aus Geronia ist, was aus Soradops und sowas. Da gibt es kein Heiliger-Schild. Gibt es. Ja. Okay, also ich würde sagen... Zelda-Meister, Zelda-Meister, zieh mal noch deine Waffe, deine Rüstung nochmal an und aus, weil bei mir bist du nackt. Und dann würde ich sagen, gehen wir los. Ich sehe auch so stacked aus, ohne Witz. Okay, perfekt. Guck mich mal an, Alter. Leute, seid ihr bereit? Drei... Zwei... Eins... Zückt eure Waffe! Let's go! Let's go! Let's go! Und hier lang, ach so. Ja, wir gehen hoch. Jawohl. Oh mein Gott, schön, Leute. Jetzt spielen wir zusammen... Oh mein Gott, hier regnet... Oh mein Gott, wir rutschen es. Oh mein Gott, wir rutschen es. Wir alle so motiviert sind und dann rutschen wir alle runter. Ihr seid alle bad. Ihr seid einfach alle bad. Okay. Was war das denn? Wo ist der Eingang? Wo ist die Brücke? Ach, da hinten ist die Brücke. Lass hier lang, lass hier lang. Oh nein, hier rechts ist auch noch... Machen wir das am besten. Oh je. Ich werde anvisiert, ich werde anvisiert. Oh Gott, ja, das wird ganz schlecht laufen und nicht gespottet. Okay. Ich bin hier relativ safe. Oh, schneide, schneide, schneide. Oh, ich bin der Marsch. Oh, ich werde auch anvisiert. Oh, ne. Leute, wir werden Windbomben machen müssen. Scheibenkleister. Ja, ich bin der Pariermeister, Pariermeister. Ich werde auch anvisiert. Lauf, 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 lauf. Nein, 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 nein. Das darf nicht wahr sein. Oh mein Gott, ich bin doppelbeschutzt. Ich werde auch doppelbeschutzt. Ich werde auch doppelbeschutzt. Faule Influencer ziehen in den Krieg, Junge. Leute, Leute, Leute. Leute, ich muss zurückpumpen. Kann jemand den Dings... Mein Schild ist schon kaputt. Nein. Nein. Ich bin tot, ich bin so tot. Ja, Leute, ey. Das war Testlauf. Das zählt nicht, das zählt nicht. Nein, das zählt, das zählt. Nein, noch eine Fee verloren. Okay, nevermind. Ich habe mich schon zurückgeportet. Oh mein Gott. Okay, okay, neuer Spielstand. Das zählt nicht, das zählt nicht. Das zählt nicht, das zählt nicht. Das war Test, das war Test, Leute. Das war nur Test. Ja, Junge, ich wurde von drei Wächtern angegriffen. Ja, ja. Oh mein Gott. Das war ja zu schlecht. Ey, Leute, wir müssen... Ich sag euch... Nein, lasst sie töten, lasst sie töten. Die Leute, die parieren können, töten die. Okay? Nein, lass doch mit der Windbombe einfach drüber porten. Vielleicht bin ich seit einem sechsten Monat, Junge. Kuss geht raus, Alter. Stimmt eigentlich. Wir könnten Windbomben. Lass mit der Windbombe einfach drüber. Lass Windbomben. Ich kann keine Windbomben machen. Ich kann keine Windbomben machen. Wieso kannst du keine Windbomben machen? Weil ich keinen Bogen habe. Was? Ich habe schon gesagt, ich habe keinen Bogen und keinen Schiff. Nein, wir müssen uns durchkämpfen. Wir müssen uns durchkämpfen. Okay, der lasst rechts außen. Der lebt, der lebt, der lebt. Okay, Leute, kommt hierher. Wir müssen rechts außen, okay? Kommt hierher, kommt hierher. Das laden wir nicht bei mir. Mein Game lad nicht, hä? Meinst du auch nicht? Da steht nur nix... Da steht nur nächster Tipp. Jaja, ich... Was seid ihr denn? Der Ladenweichen geht nicht voll. Ja, bei mir auch nicht. Ihr seid ja schon in Zentral-Hyrule. Was macht ihr da? Wir müssen neu starten. No, 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 no. Okay, ich muss nicht... Ich komme irgendwie durch. Okay, ich warte auf euch. Ich muss auch neu starten. Oh mein Gott, Leute. Jetzt geht's los. Ich bin gleich am Schloss. Ich bin quasi am Schloss. Hä? Ich bin quasi da? Ja, okay. Dann machen wir Windbomben, wenn du schon da bist. Ja, könnt ihr gerne machen. Ich bin jetzt am Tor. Am Haupttor. Wie bist du da... Warum bist du da schon? Ja, weil ich... Weil ich ja Sneak boge. Ganz einfach. Ich bin auf dem Weg. Freunde, wir gehen zu Schneide. Schneide, wir kommen. Ihr könnt mich jetzt sehen, dass ich leise bin. Ich habe eine riesige Rüstung am... Schneide, ich bin auf dem Weg. Ich komme geflogen. Perfekter Flug. Du musst mich sehen. Ich komme hier beim Tor gerade. Leute, aber ich sehe das doch nicht. Das ist doch blöd, wenn wir das nicht auf Kamera haben. Junge, wir warten. Ich warte hier. Ich warte hier. Ich habe mich von der Drohne spotten lassen. Oh Gott. Ich auch. Wo bist du? Oh, jetzt habe ich die Animation und warte. Ja, dann tricke ich die auch schnell. Moment. Ich bin direkt am Tor dran. Ich berühre das Tor. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Wo bist du? Schnell die... Ich mache auch gerade die Sequenz. Oh, nee. Oh Gott, die Drohne hat nicht... Hast du gespottet? Ja, aber die hat sich wieder verloren. Ach, da bist du. Ja, ja. Da ist Schneide. Jetzt ist bei mir wieder hell aus irgendeinem Grund. Warten wir hier vorne. Ich bin noch nicht mal im Game. Nee, warte hier vorne. Ach, Mann. Jetzt kann ich wieder nicht A drücken. Ach, Junge. Nein, nein, hier bist du eigentlich safe vorm Tor direkt. Okay, Windbombe, Windbombe. Du kannst hier so... Okay, hat super geklappt. Wenn du dich hier so reinhängst, dann bist du eigentlich safe. Okay, dann bin ich jetzt auch da. Dann warten wir jetzt einfach zusammen hier. Jawohl. Wo bist du? Ach, hier. Direkt neben dir. Unter mir gewesen. Jawohl. Okay, wir sind schon da, Leute. Lass uns mal gucken. Lass uns mal vom Schein gucken, Schneide. Junge, ich wollte gerade... Und Windbombe! Ich habe mich nach rechts gedreht und wollte gerade deinen Link an der Schulter antippen, weil ich dachte, das wärst du. Junge, das war ja so... Oh Gott, ich habe gerade meine Hand in den Monitor reingehalten. Ich werde gerade sowas von anvisiert, aber ist mir egal. Wo ist er? Wo ist der Wolf? Der fette Gron hat es geschafft. Ja, Mann, der hat es geschafft. Ich bin am Tor. Ich sehe euch noch nicht. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Ah, hi. Was geht? Was geht? Hallo? Okami kommt. Okami kommt. Pass auf, dass du dich von der Drohne spotten. Ganz wichtig. Ja, ja, ich weiß. Oh nein. Da kommen erstmal die Dings. Ja, die Cuts ziehen. Ich wollte gerade sagen. So. Nein, das ist der falsche Safe-Load. Oh. Wo ist denn der Vogelrepräsentant? Hallo? Einer muss noch laden. Einer muss noch laden. Ich musste zweimal neu starten jetzt. Macht mal Platz dort oben. Nein, weg hier. Hier unten stehen. Das passt schon. Ich chill jetzt hier. Ich hau mir noch mal Essen rein. Geil. Ich bin safe. Direkt vorm Tor warten. Ihr könnt das Tor schon mal aufmachen von hier aus, ne? Ja. Aber die Frage ist, wollen wir das? Ich hab's gerade schon aufgemacht. Ich mach's auch auf. Ach so, oh. Ich hab's gerade schon aufgemacht. Hä? War kommt Blutmund? Nee. Das geht nicht auf. Bei mir geht das nicht auf. Ah, jetzt. Okay. Guck mal, ich hab die Lichtschuppenlanze. Ich nicht. Okay. Nicht damage stehlen. Hatt auf. Nicht schlagen. Ja. Oh, ihr holt einfach den fetten Hammer raus. Ja, ja. Schneidest du richtig der Grono? Aber ich sag dir, in echt wird er auch so der Grono sein. Aber der kleine Breite. Ja. Ich? Mhm. Mhm. Ja gut, neben dir ist jeder klein. Ja, ich glaub auch. Ich bin so groß wie Hübi. Exakt. Auf 10 cm mehr. Wir werden uns abkacken. Niemals, Alter. Niemals. Leute. Viel Erfolg. Wir werden nicht abkacken. So, Leute. Ich hab einen Plan. Ich hab einen richtigen Schlachtplan. Passt mal auf. Passt mal gut auf. Okay, Schneide geht diesmal vor, weil er kennt die Speedrun-Route. Ich kenn die Speedrun-Route, ja. Jawohl, okay. Aber lass mal die Gegner töten. Lass die Gegner bitte töten. Weil... Ich weiß nicht, ob wir das alles schaffen wegzurennen, Mann. Außer die fliegenden Sachen. Die will ich nicht töten. Die halten zu viel aus. Ja, die sind super nervig. Die sind super nervig. Aber die... Die... Anderen könnte man töten. Die sind auch relativ schnell tot. Mit einer Parade sterben die, glaub ich. Ich kann nicht parieren. Achja. Ja, okay. Ich und... Selda Meister und ich. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay? Wir parieren. Jawohl. Freut ihr euch auf Donny? Wir freuen uns richtig auf Donny, Alter. Überhaupt nicht, Alter. Ich möchte nochmal Hype in jedem Chat hören, weil wir jetzt... Jo, wir spielen einfach zu viert BOTW durch. Wie geil ist das? Oh mein Gott, wir können... Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir können die zweite Phase von Donny nicht skippen. Wisst ihr, warum? Weil wir diesen... Ja, wenn wir das zeitgleich machen, ne? Mit dem... Ne, ne, ne. Weil dieser... Ja, ist egal, ob wir das zeitgleich machen. Weil diese Elektro-Attacke, diese Blitzattacke, weißt du... Blitzattacke, die macht ja über viel Schaden. Aber die macht... Ich weiß aber gar nicht, ob das geht. Aber er wird ja nicht rausgeschmissen. Ist ja die Frage, ob das so ist oder ob er trotzdem rausgeschmissen wird. Ne, ne, ne. Er wird ja nicht rausgeschmissen. Er macht die einfach jedes Mal, wenn er in die zweite Phase kommt. Okay, Jungs. Aber da macht einer von uns das zuerst, dann hat er schon den Schaden abgezogen bekommen, aber er macht trotzdem die Animation weiter. Echt ja? Ja, safe eigentlich. Und der müsste dann, glaub ich, tot sein. Linkazzo! Ja, Digga, es ist hier... Ja, es ist hier... Mies. Schwere Zeiten. Schwere Zeiten bei Linkazzo. Komm schon! Was ist los? Ich bin mal ganz kurz auf Toilette nochmal. Jetzt mach ich die Windbombe. Beten, dass es funktioniert. Jawoll, wir warten, wir gucken. Ich hoffe, dass der Linkazzo gut ist. Ich bete, dass du dich in den Wächter reinläufst. Fuck! Ich hab's verkackt. Aaaaah! Komm, Linkazzo, du hast noch Zeit. Beschneide von Toilette wieder da ist. Genau. Leute! Sonst gehen wir ohne dich. Nein! Ey, das wird so geil. Achso. Ja, der Stream bleibt auf jeden Fall online. Ob daraus ein Video gemacht wird, weiß ich nicht. Werden wir mal sehen. Ich würd's eigentlich schon ganz gerne machen, aber je nachdem. Ich werd mal gucken, wie sich das machen lässt. Ey, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich könnte theoretisch einfach jetzt nach oben schwimmen, ne? Ja. Kannst du machen? Ich könnte der übelste Asi sein. Aber lasst einfach zusammen, lasst einfach zusammen hochgehen, weil das ist geil, wenn wir dann so viel für die Übelsten... Lasst mal gleichzeitig chillen. Hallo, wo seid ihr? Wir sind direkt am Tor dran. Direkt am Tor dran. Okay, ich bin auch da. Lasst mal gleich richtig bossmäßig alle vier auf einer Linie nebeneinander durch das Tor gehen und dann richtig Garn und den Hinten versohlen. Ja man, machen wir. Oh yes. Noch seh ich den Katsu nicht. Da seid ihr, da seid ihr. Wir sind ganz an der Ecke. Seht ihr nicht? Ich seh dich nicht. Ah ja, du bist unter mir. Ja ja, ich seh dich. Yes, Lino hat's auch geschafft! Yay! Jawoll, oh mein Gott. Okay, jetzt geht's gleich ab. Also, Lino, du kannst mit parieren, wir müssen auf jeden Fall parieren, ja? Am besten wäre es, wenn jeder einen nimmt. Jeder muss eigentlich einparieren, weil die sind One-Shot... Leute, lasst... Folgender Plan... Schneide, folgender Plan... Jeder pariert einen Wächter, jeder pariert einen einzigen Wächter, damit die One-Shots sind. Weil die halten nicht viel aus. Wenn ich einmal verkacke, ist mein Schild weg. Ja, bei mir auch, aber ist egal, deswegen verkackt nicht. Dann speichert doch jedes Mal einfach. Der Tor verkackt nicht. Ihr könnt einfach jetzt noch nicht reloaden wieder... Ja, kommt. Er speichert nochmal. Okay, Leute, kommt! Okay, los! Mach das Tor schon mal auf! Hab das Tor aufgemacht. Bei mir ist offen, bei mir ist offen. Okay, ich nehm den links, ich nehm den links... Lasst alle gleichzeitig bitte nebeneinander da durchgehen. Das sieht richtig geil aus. Dann macht man das Tor auf. Achso, ja klar. Bin ich dumm. Bombe weg, oh mein Gott. Ich nehm den da hinten links, einer muss den da oben nehmen, und lasst euch nicht von dem Fliegenden treffen. Nein, wir müssen ihn da rechts oben nicht besiegen. Die Fliegenden gehen übrigens auch auf Lautstärke, also nicht ignorieren, die hören auf euch. Echt? Okay. Ja, die hören euch, jaja. So, seid ihr bereit? Mebeneinander? Warte, nein, der Fliegende ist gleich direkt vor mir. Ich warte, bis er hinter mir ist. Lass einfach alle zusammen links dann gehen und einfach den Linken da fertig machen. Nein, der Fliegende, jetzt können wir, jetzt können wir! Okay, los, los, los! Warte, der ist direkt über mir, der ist riesig. Und der ist direkt über mir bei mir auch, nein! Der sieht mich! Der sieht mich! Ich muss weg! Rückzug! 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 Aua, ich brenne! Aua! Junge, ich wollte angefangen. War das close, Junge, war das close! Junge, wir wollten jetzt motiviert, wenn er reingeht und alle rückzug, rückzug! Oh mein Gott! Wo gehst du hin? Schneider, wo gehst du hin? Ich wurde von Wechter gespottet, ja super. Leute, wir müssen jetzt vorwärts! Ich werde angespottet, ich werde angespottet, ich muss hier weg! Junge, ich steh doch! Oh mein Gott! Okay, ich lad direkt neu, perfekt! Okay, er ist gestorben! Okay, er ist gestorben! Ich geh noch nicht mal los! Ja, ich hab... Oh Mann! In dem Moment kam so eine Donation rein, aber ich hab gar nichts gecheckt! Man hätte ich einen antiken Bogen, wäre das so easy! Äh, antiken Pfei wäre das so easy! Hey, wir machen hier ständig das Tor wieder zu! Ich kann nicht nach hier hinlaufen! Okay! Ich kümmer mich um den da hinten! Ich auch, ich komm mit! Den kannst du, wir machen den! Okay, wir rennen, wir rennen! Wir haben jetzt auch gefreezt! Den nehmen wir! Oh nein, ich wurde erwischt! Ich wurde schon wieder erwischt! Er sieht mich an, jetzt wird's Zeit! Oh mein Gott, jetzt muss ich rasieren! Oh no! Ist mein Schild noch da? Ich hab ihn, ich hab den Linken! Mein Schild ist weg, ich muss leuchten! Ja, ich bin auch raus! Leute, ich hab den Linken geholt! Er ist down! Ich hab mit Instinct geparried! Ich kann sowieso nicht gegen die Wächter kämpfen! Ich renn sowieso nur durch wie so ein Keck! Okay, okay! Sehr schön! Wir rennen schon mal vor, Schneile, du kommst danach! Okay, ab zu... Wir gehen zum Bossraum, Leute! Hoch hier! Wo müssen wir überhaupt lang? Schneile, wo müssen wir lang? Ich sag mal, wo wir lang müssen! Ja, ihr seid dann auch vollkommen in die falsche Richtung! Deswegen mein ich ja! Das Ding ist, ich seh euch halt auf dem Mäppchen nicht mehr! Ich bin grad voll verwirrt gewesen! Oh mein Gott, da ist noch einer! Wir kriegen das schon hin! Wir kriegen das schon hin! Wie? In welche Richtung müssen wir denn? Müssen wir raufklettern, recht? Ich zeig's euch! Okay, 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 warte! Ich parier, ich parier, ich parier! Im Speisezimmer? Okay, Klingchen! Warte, wo seid ihr denn? Du musst rechts hochklettern! Du musst rechts hochklettern! Ah, ich seh, wo kam's denn! Jawohl! Ich parier, ich parier! Können die kurz warten einfach? Nein! Das war's mit meiner Fee! Was? Eine Fee nur! Oh mein Gott, wir sind die so laut! Nein, nein, nein! Oh! Ja, er pariert! Weg mit dir! Hoch da, hoch da! Let's go! Okay, er ist weg, er ist weg! Du bist grad echt geprinkt! Oh mein Gott, Leute! Ist so laut hier alles! Bei den Bossen kommt die Rache, Alter! Es leckt grad auch ein bisschen, ne? Bei mir gar nicht! Bei mir ruckelt es ein bisschen! Ein bisschen, ein bisschen! Ja, es leckt ein bisschen, aber das liegt glaube ich an... Warte, wohin jetzt? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was geht hier? Elino, du hast bei mir keine Rüstung an! Oh mein Gott, hier ist so laut! Hier ist Weltuntergang! Jeder wächter ist tot! Äh, ihr seid oben, ja? Ihr seid oben! Wir sind oben, ja! Okay, Moment, dann warte mal kurz! Bei dem einen Turm! Wir warten auf Schneide, Coach! Ja, wir schaffen das! Oh mein Gott, ist das laut! Wir müssen taktisch vorgehen, Leute! Das ist super anstrengend, ohne Dings! Das muss ich echt sagen, ohne Schild ist mir nirgends! Ich kann auch einfach meinen Game Sound kurz kurz... Ich kann kurz einfach meinen Game Sound ausmachen, theoretisch! Aber was ist Game Sound ausmachen? Ja, weil das... Ich hab grad den Soundgletsch, den superlauten! Achso! Warum passiert das? Ich dachte, ich dachte echt, der liegt an dein Music-Mod! Nee! Ich dachte, den vorher auch noch nie! Den hatte ich davor schon mal, ja! Nee, es hat was mehr... Freunde, ist die... Warte, seid mir kurz heiße! Ist so laut! Ich mach das aus, wartet! Soll ich... Freunde im Chat, soll ich mal den... Du bist ne Schneide! Oh mein Gott! Hier bin ich direkt vor euch eigentlich! Obwohl, wir sind ja fast weg! Ich lass den noch kurz an! Ich seh dich grad nicht! Oh mein Gott, ist das laut! Ja, okay, ich seh dich! Okay, wir sind alle vier hier! Weiter geht's! Schneide, du gehst vor! Wir gehen hier rüber! Wir können darüber gleiten! Es geht mit normalem Ausdauerrad! Aber ihr müsst vorsichtig sein! Ihr müsst echt sparsam sein! Sonst schafft ihr es nicht hoch! Okay, okay, okay! Okay! Das ist der Speedrun-Weg! Warte, ich kann einfach den Wasserfall hochgehen! Ja, das kannst du auch machen von mir aus! Ha! Bei mir reicht's grad so! Warte, das ist kein Wasserfall! Oh! Ja, belassen! Egal, ich hab Ausdaueressen! Alles easy, alles easy! Ich schaff das! Boah, hoffentlich schaff das! Ja, doch, ich schaff's auch! Dann machen wir jetzt mal hier, ja? Meine Freunde klettert! Oh Gott! Da wollte ich einmal flexen! Instant regret! Oh, jetzt hab ich wieder License-Sound! Let's go! Let's go! Oh yes! Ne, ist wieder laut! Hier ist ein Schneile-Klon bei mir! Der klebt da in der Wand! Ja, bei dir auch! Ja, der läuft da! Ja, ja! Ich muss nicht mal ein Ausdaueressen nehmen! Ey, das ist ja voll easy! Okay, sehr schön! Okay, ich bin auch da! Äh, okay, jetzt zieh hoch! Okay! Ups! Voll ist Zeit, dass ich meine Fähigkeit nicht benutzen kann! Ach du, da oben ist ein Geschütz, ja? Wichtig! Ja! Wir können jetzt auch noch, wenn wir was mitnehmen wollen, können wir jetzt hier in dieses Ding reingehen, da unten sind nämlich ein paar Kisten drin, die sind wichtig! Hier können Schwertbananen und so ein Shit sein! Bombenpfeile wären halt geil! Elektro-Pfeile, Bombenpfeile sind hier auch für mich, aber ich kann damit nichts anfangen, leider! Hier drüben ist Essen! Hier drüben in der Kiste ist Essen! Jo, ich bin's Sack! Hallo! Oh, nice, 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 nice! Und Maxi-Durian, zwei Maxi-Durian waren hier drin, sehr schön! Ja, zwei Maxi-Durian sogar! Bei mir nicht! Also war ich relativ lucky gerade! Ich hatte auch gut Sachen bekommen! Okay, dann wieder hier hoch! Dann müssen wir auf das Ding drauf gehen! Jawoll! Wo, wo, wo? Folgt ihr einfach auf den Turm, wo wir grad waren! Auf den Turm hoch! Jawoll, bin da! Aber das war auch ein Wächter! Alles gut, auf der anderen Seite! Freunde, hype in den Chat, wir spielen grad BOTW zu viert durch! Los! Wir spielen BOTW zu viert durch! Oh, er wird angeschlossen! Der fliegende Wächter! Wir müssen schnell weg, schnell weg! Hier rüber, hier rüber! Hier rüber! Auf die andere Seite! Seldameister, komm rüber, schnell! Komm mal, ich feiere mich! Oh mein Gott! Moment! Jetzt auch noch hier hoch, genau! Oioioioi! Oioioioi! Links rein, oder? Hier ist das Speisezimmer, ja! Speisezimmer, let's go! Aber es muss nicht sein, da sind Gegner drin! Da sind viele Moblins drin! Wir müssen halt noch deine Waffen holen, ne? Ja, die sind hier! Die sind hier! Beide? Nein, auf dem Weg, ja! Ich werde anvisiert, ich werde anvisiert! Verdammt, verdammt! Er hat mich gespottet! Er hat mich auch gespottet! Das machen wir jetzt! Oh je! Nee, auf! Nicht treffen lassen, nicht treffen lassen! Er hat noch ne Soralance! Ja, ich weiß das! Das ist Soralance, hab ich voll vergessen! Der hatte Soralance, hab ich voll vergessen! Der hatte Soralance, hab ich voll vergessen, ja! Oh mein Gott! Wir töten den Linken zuerst! Längst zuerst, okay! Kauft den Linken zuerst an! Oh mein Gott! Der töte mich so! Wir müssen weglaufen! Ich schaff das nicht! Oh mein Gott! Aber der hat nen Dings! Wir müssen ihn sogar töten! Ihr habt so recht, wir müssen ihn sogar töten! Weil der hatte meine Waffe! Der hat meinen Felsenspalter! Leute, nehmt die Bomben! Ich hab noch ne Fee verloren! Leute, die sind alle in einem Eck! Ja, bei mir sind auch... Oh mein Gott, war das knapp! Ich nehm die Bomben! Damit können wir Waffen sparen! Wir brauchen die noch! Okay, okay, okay! Vorsicht! Junge, du hast mich wieder reingebombt! Ja, Junge, du musst doch sagen, wenn du hier rauskommst! Wer ist denn das? Nee, ist Schneider! Ich hab die grad supergut! Wir können die einfach abwerfen! Nicht werfen, nicht werfen, nicht werfen! Ich bin das nicht! Ja, komm raus, komm raus, raus! Warte, jetzt! Rein da, rein da! Aua! Bomben rein! Die stehen an der Tür! Los, rein da, Jungs! Nein, Jungs! Das ist gar nicht so schlecht! Das ist viel zu cool! Das sieht bei uns allen gleich aus, ne? Ja, oh mein Gott! Wie viel Damage wir machen! Rein da! Ich hab ein Stärke-Buff extra konsumiert dafür! Nein! Digga, nein! Ich bin runtergefahren! Was habt ihr gemacht? Nein! Was habt ihr getan, Leute? Ja, eure Bomben haben sich gechained! Ja, die chained sich leider! Scheiße! Wir kriegen die tot, wir kriegen die tot! Ja, mach weiter, mach weiter! Aber nicht zu früh, nicht zu früh! Oh mein Gott! Ja! Ja! Alter! Der eine ist gleich tot! Nein! Ich bin runtergefallen! Nein, 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 nein! Oh, warte es klappt! Jawohl, wir haben sie! Heineilin O'Kamsen! Nein! Weg da, weg da, weg da! Da sind keine mehr! Hier ist noch einer! Wo denn? Digga! Es ist alles so schwarz! Ich sehe gar nichts! Es ist so dunkel! Es ist abartig dunkel! Wirklich! Hier ist die Sora-Lanze! Komm her, komm her! Hier ist die Sora-Lanze! Ne, haben wir alle gekillt? Ne, es sind vier da drin! Ja, wir haben alle gekillt! Aber die zwei reichen eigentlich! Ich hasse es! Wir müssen dafür sorgen, dass es Tag wird! Das ist mega nervig! Es geht nicht! Du musst dann Surf-Ross ausmachen! Das liegt an dem Schloss an sich! Nicht an der Tageste! Okay, sehr schön! Ich habe zwar zwei Feen verloren, aber das ist worth it! Let's go! Die ist richtig vieler! So, Felsenspalter! Let's go! Ich habe den Felsenspalter, geil! Das ist sogar die gute Lanze! Nice! Let's go! Schleichling, sehr schön! Sehr stark! Geist, geist, geist! Okay! Kocht jetzt bitte schnell alle! Lass mal kurz bis Tag warten! Lass mal kurz bis Tag warten! Wo kann man hier kochen? Moment! Irgendwann muss ich den Kochtopf anmachen! Ich mach das! Warte! Ich mach das! Okay, ich warte! Bis morgens oder bis Mittags? Hier drüben ist einer! Hier drüben ist einer bei Zelda-Meister! Hau rein, Mo! Wartest du schon bis Mittags? Bis morgens warte ich gerade! Bis morgens ist das auch gut! Ja, es ist glaube ich schon morgen, ne? Warte! Der Kochtopf bist nicht an! Doch, ich mach ihn an! Ja, scheiß bei mir auch nicht! Fuck! Ich muss den irgendwie anmachen! Ja, ihr nehmt einen normalen Holzpfeil! Doch, ich hab keinen Bogen! Bei mir ist der an! Scheiße! Kriegt ihr das für euch nicht an? Ich hab's schon angemacht! Bei mir ist der an! Nee, dann geht's nicht! Wie mach ich das jetzt? Nur irgendeine Holzsache holen! Hast du keine Holzbretter oder sowas? Gib mir einen Moment! Gib mir einen Moment! Ich suche irgendwas! Nur um das Feuer anzumachen! Ich denk jetzt mal, das ist in Ordnung! Oh mein Gott! Hier ist übrigens ne Schwertbanane! Hier ist ne Schwertbanane und Steinsalz! Jetzt hab ich Steinsalz, ja! Jawoll! Oh, ich weiß gleich, was ich hier craften soll! Hier ist ne Schwertbanane! Schwertbananen hab ich drei Stück! Ich bräuchte eine noch! Dann könnte ich mir noch ein gutes Essen machen! Eigentlich muss ich gar nicht mehr kochen! Ich hab so viel von allem einfach! Ja, ich auch nicht! Ah, hier ist noch ne Schwertbanane! Ich hab noch gar nichts gemacht! Jawoll! Feuerstein und Eisenhammer! Danke! Feuerstein und Eisenhammer! Alter, ihr seid solche Kings! Logisch! Feuerstein! Hattest du keinen Feuerstein? Doch, hab ich ja! Naja, siehst du? Hä? Oh mein Gott! Jawoll! Dann lass es kochen! Da sind die Kings im Chat! Achtung! Ihr müsst mal kurz zur Seite! Achtung! Zelda-Meister! Danke! Jawoll! Das ist ein Feier! Ich muss mal kurz anzünden für mich! Hast du deine beiden Waffen eigentlich eingesammelt? Ich hab keinen Feuerstein! Ich mach nochmal ein dickes Angriffs-Essen! Leute, jetzt geht's los! Hab ich Feuerstein? Nein, ich hab Leuchten, ich hab keinen Feuerstein! Was mach ich jetzt? Schleimgelee! Kann ich rotes Schleimgelee auch benutzen? Ja! Müsste, glaub ich, gehen, oder? Achtung! Geh mal kurz weg! Warte! Sicherheitsabstand! Ja, ich mach kurz rein! Let's go! Ja, ich hab Schaden genommen, Scheiß drauf! Jawoll! Ja, hast du geschafft! Ja, hast du geschafft! Sehr nice, sehr nice! Okay, mit 5 Maxi-Durian mach ich mir 20 Zusatzherzen, richtig? Ja! Dann mach ich das direkt dreimal! Mach das, mach das! Dreimal machen einfach Junge! Oh mein Gott! Ich hab so dickes Essen jetzt! Alter, ist das gottlos! Ist das gottlos! Ich hab halt so viel Heal! Same! Ich mach das alles rein! Alles reinschneiden! Was ist das wieder aus? Nochmal 8 extra Geherzen! Geil ey! Richtig gut! Ja, aber die brauchen wir auch, weil wir übel fett Damage kassieren werden! Wir werden wirklich hart kassieren! Ja! Und dann Maxi-Edel-Trüffel! Schmeiß rein, was ich sagen! Nice! Gut! Also, wir werden wahrscheinlich immer One-Shots sein! Also... Eins, zwei, drei! Müssen wirklich aufpassen! Ist halt wichtig, dass ich lange überlebe, weil ich die ganzen Waffen habe! Ich hab halt wirklich volles Inventar mit Waffen! Sechs Zusatzherzen! Ich muss da komplett in den Nahkampf rein! Yes! Und dann Maxi-Berche, die können auch noch dazu die beiden... Oh mein Gott! Hyrule-Bach! Ich komm mit so geilen Scheiß wirklich, ne? Nochmal 12 Zusatzherzen, Alter! Kann ich ne Moldora-Flosse nehmen? So, jetzt aber auf jeden Fall die ganzen Schwert-Dinge! Was bringt fünf Schwertgras? Bringst du irgendwas? Ne, glaub nicht! Ne, also... Wahrscheinlich so Level 1 irgendwie, oder Level 2 maximal, ne? Ich hau hier alles an... Ja, Level 2 für 4 Minuten 10! Nice! Okay! Dann... Was hab ich extra vorhin gehuntet? Die Schwertkarten! Vier Stück! Und ein Steinsalz! Mit Steinsalz! Let's go! Yes! Und es gibt... Achtung! Vier Stunden... Vier Stunden... Vier Minuten 10! Vier Minuten 20 Triple! Sehr schön! Machst du zweimal und dann sollte es ausreichen! Mein Buff ist gleich weg, by the way! Voll unnötig, dass ich den eingesetzt hab! Aber du hast... Aber ich hab noch zwei... Jaja, für den Fight hier, aber ich hab noch zwei Stück davon! So, Schwertling... Also acht Minuten, das passt! Und Schwert-Banane! Und hab ich noch was anderes mit Schwert? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das wird jetzt richtig hart! Ich bin einfach so komplett blau, ne? Meine Rüstung... Vier Minuten 20! Aber nur Stärke 2! Das ist auch gut! Ja, bei deinem Damage ist es in Ordnung! Bei Master! Vielen Dank für deinen Prime Stopp, Junge! Kuss geht raus! Dankeschön! Denk dran, alle zu liken! Let's go! Schneide, koch mal schneller! Äh... Ja, ja, ja! Ich so! Was kommt dazu? Kocht erst mal 100 Jahre, Alter! Dampfrisch, okay! Während wir hier in den Krieg ziehen! Schmeiß einfach alles, was ich hab, irgendwie da rein! Ja, same! Den kommen auch nur Rüst... Es wird niemals gebraucht, ne? Das ist scheißegal! Ja, so viel brauchen wir nicht! So viel brauchen wir nicht! Feen, Maxi, Duriano und ähm... Das Damage-Essen ist das Wichtigste, was wir brauchen! Der Rest ist egal! Ähm... So sieht's aus! Ja! Go, 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 go! Wie kommen wir jetzt hier weiter? Weiter geht's! Alles gut, ich weiß den Weg, ich weiß den Weg ganz genau! Okay! Äh, ich glaub, ich hab... Das reicht eigentlich, ne? Ja, das reicht! Komm, komm, komm! Ich will noch bisschen was, sorry! Nein, Junge! Komm! Schneide, wir haben nicht viel Zeit! Warum haben wir nicht viel Zeit? Ja, weil ich, wie gesagt, eigentlich... schon banden musste... Jaja, äh, Fist, ich lese den, äh... Ich lese den Chat! Okay, lass los, geh los! Okay! Bisschen wir rein, oder? Genau, deswegen mach ich's nicht, weil da verliert man die Gruppe immer am Tag! Sicher, dass das der schnellste Weg ist? Das ist der schnellste Weg, ja! Das ist die Speedrun-Route! Wo ist die? Ja, das dauert nicht lang, das dauert nicht lang! Okay! Das ist schon, das ist schon so mit der, mehr oder weniger der schnellste Weg! Seid ihr alle noch da? Da unten ist Moblin, ja, ja, die verfolgen uns alle! Äh, da unten ist Moblin, aufpassen! Hier durch die Tür! Hier kommen jetzt zwei Exile Force, an denen einfach vorbei rennen schnell! Jawoll! Ja, renne, renne, renne! Äh, der da hinten! Der da hinten! Wenn das zweite Mal, wenn das zweite Mal sein... Sein Fragezeichen aufpoppt, müsst ihr den Headshot geben, weil der hat Bombenpfeile, da müsst ihr aufpassen! Yes! Ich bin tot! Ne? Bin ich nicht! Oh mein Gott! Ich bin gerade so gedodged, alter war das knapp! Ich bin auch tot, ich bin auch tot! Hab ihn gedodged? Okay, ich hab ihn auch gedodged! Verdammt! Ich muss ihn töten, wartet! Okay! Kannst du ihn doch kurz ablenken, das reicht ja! Oh, da ist ne Eiswaffe! Die kann ich Bombenpfeile! Die kann ich mitnehmen, die Eiswaffe! Oh, die sind alle hinter mir, die sind alle hinter mir! Du willst, kannst du die Eiswaffe mitnehmen, ja! Wollen wir mit? Aber ist das nicht eigentlich meine Waffe? Ich meine, ich bin doch... Nein, ich hab doch Eis! Nee, Eis passt eher zu... Eis ist auf jeden Fall, Orny! Aber Eis passt doch eher zu Wasser, oder nicht? Hä? Hätte ich auch gesagt! Hä? Ich war im Schnee! Ich war im fucking Schnee! Von mir aus nimmst du beides, mir egal! Aber du bist ein Luftelement! Ich bin ein Wasserelement! Woraus besteht Eis? Aus Wasser oder aus Luft? Da ist was dran! Hä, Digga? Bei mir ist überall Eis in meinem Gebiet gewesen! Ja, aber Orny steht für Luft! Alles klar! Lass dich einfach da! Wir brauchen den nicht mal! Lass dich einfach da! Elektro passt auch zu Gerudo und... Eigentlich brauchen wir es eh nicht! So, passt auf! Und jetzt laufen wir einfach hinterher! Am besten übernehmt einfach die Gegner irgendwie, dass sie mich nicht abfucken! Das wäre ganz freundlich! Ja, das wird schwierig jetzt! Also, ich muss die Tür hier hinten aufmachen! Vorsicht, da hab ich den Bomben gelegt! Okay, wir lenken kurz ab! Wir lenken kurz ab! Und rein hier! Oh mein Gott! Wir müssen zumindest auch nicht hinterher! Ich hab den Felsenspalter! Oh mein Gott! Ah nein, wir müssen alle selber aufmachen! Achso, wir müssen nicht aufmachen! Nein, nein, das ist gut! Ich hab den Felsenspalter! Ihr müsst gar nicht warten! Oh mein Gott! Wir können flüchten nach oben! Wir müssen jetzt nach oben! Ersten Stock! Ersten Stock! Hier geht's hoch! Hier geht's hoch! Achso, klettern! Wo seid ihr denn? Ich seh niemanden mehr! Nein, der hab mich getroffen! Oh mein Gott! Der macht ja viel Schaden! Oh mein Gott! Der hab mich ja angespuckt! Wie respektlos! Wo seid ihr denn? Ich seh euch nicht! Ich seh nicht! Ich bin hier! Wo sind die anderen? Ich weiß es nicht! Da drüben! Da drüben! Aus der anderen Seite! Erster Stock! Oh, auf hier! Oh mein Gott! Wo bin ich jetzt? Da hinten! Komm her! Folg mir! Hier beiden sind die! Oh mein Gott! War das close! Dreimal hintereinander! Wo lang Schneider? Hier oben! Seid ihr hier? Wir sind da! Könnt ihr den überledigen? Der macht mich übertrieben wahnsinnig! Welcher? Da ist da ein Typ mit Eisfallen! Vorsicht! Dort kommt ein Exalfos! Weck da! Weck da! Alter! Wo war der hier? Oh mein Gott! Ich übernehme den hier! Wir müssen den anderen machen, Jungs! Nein, ich weiß nicht wo lang! Oh mein Gott! Es ist hier so einer! Nein! Ich hab Kaffee gebraucht! Oh mein Gott, Junge! Sag doch wo lang! Ich lad neu! Sorry, ich lad neu! Das ist mir grad zu blöd! So viel Schaden! Fußball! Ich töte ihn! Das ist richtig unfair! Ich kann nichts ohne Pfeil und Bogen und ohne Schill machen! Das ist Wahnsinn! Ich mach den fertig! Ich schaff das! Den Katze bin auf dein Elementar-Waffe-Krog-Fächer! Toll! Geh mal da weg! Seidermeister! Ich helf dir mit! Geh da weg! Geh da weg! Warte! Warte! Ich kann ihn sonst nicht hüten! Der ist da drinnen! Warte! Warte! Lass mich nochmal! Wo seid ihr? Okay! Da! Er ist Half-Life! Oh mein Gott! Warte! Ich mach nochmal! Ihr könnt ihn auch so töten! Ne! Ich fühl die Waffe stark! Der kommt lang! Ich weiß nicht woher lang wir sind! Wir müssen hier lang! Wir müssen hier aus dem Dings raus! Hier oben ist auch so ein Loch in der Decke! Ach so! Ach so! Deswegen wolltest du den da kehren! Ja! Weil der euch die ganze abschießt! Ich komm nicht vorbei! Ich kann nicht parieren oder irgendwas! Ich töte ihn! Ich töte ihn! Danke! Wie gesagt Eispfeile sind halt echt kritisch! Komm! Stirb! Boah! Ich bin hoch! Ja! Ihr müsst auch mithelfen! Macht auch ein bisschen dabei! Ich bin dabei! Ich kann nicht mit helfen! Ich bin drauf! Oh mein Gott! Ich bin drauf! Danke! Let's go! Ich glaub vielleicht auch Eispfeile! Wir können auch Eispfeile mitnehmen! Schneide! Zwisch mal deine Rüstung dann auch wieder! Ja! Rauf hier! Rauf hier! Ich bin drauf! So wo jetzt lang! Wo ist Lino? Wo ist Lino? Jetzt nur noch nach oben! Ach du bist schon nach oben! Einfach hier hoch! Oh nein! Hier geht's eigentlich mit Windbombe lang! Ich hab keine Windbombe machen! Verdammt! Nein! Egal es geht auch so! So wo seid ihr Jungs? Ich seh Lino! Junge! Ich seh gar nicht! Das ist so dunkel hier! Deswegen hab ich nicht die Surfrost! Ich hasse Surfrost! Wirklich! Das ist so eine Scheiße! Wie hat sich das denn da ausgedacht, dass es so dunkel ist? Ja chill! Okay Leute! Wir haben's gleich geschafft! Literally ich seh gar nicht! Das ist einfach alles schwarz bei mir! Das ist so dumm! Speichern! Speichern! Ja okay! Ich speichere auch mal! Okay okay okay! Oh mein Gott! Jetzt geht es los! Das wird so heftig! Kann jemand Lagerfeuer machen bis morgens? Nee! Ändert nix! Ändert nix! Aber ändert das nix! Oder? Geht das? Natürlich geht das! Ich mach das! Aber wird das gesinkt? Ich glaub nicht! Wir sehen das nicht dein Lagerfeuer! Wirst du gesinkt werden! Achso! Achso! Ich probier's Leute! Ey du schuldest mir nen Feuerpfeil! Oder soll ich machen? Oder machst du den? Ich hab das mittags! Ich hab das mittags! Ah ja! Ja danke! Mein Gott! Ich bin noch bei mir in der Animation! Ihr habt ihr meinen einzigen... Nein das ist ein Wächter! Nein 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 nein! Jungs wo seid ihr jetzt? Jetzt seid ihr bei mir weg! Die sind oben! Die sind oben! Direkt die Tür hoch hier! Aber das ist ein Wächter! Ah ne okay der ist weg! Ich hab euch meinen einzigen Bogen gegeben gerade! Wo lang? Wo lang? Wo lang? Ihr müsst aufpassen! Nicht auf den Weg gehen! Ja wo lang? Pass auf! Ich zeig's euch! Bist du mir hochklettern? Moment! Oh das wird close! Das wird close! Ich kletter da hoch! Da hab ich gespottet verdammt! Ich kletter da hoch! Ich kletter da hoch! Ja ihr müsst hier hochklettern! Ich kann nichts machen! Oh mein Gott! Das wird nicht gut ausgehen! Das wird nicht gut ausgehen! Das sieht nicht gut aus! Das sieht gar nicht gut aus! Ich kann's euch zeigen wie's funktioniert! Ihr müsst dann diesen Baum hochklettern! und dann könnt ihr noch höher ich hab's gleich geschafft ich hab's gleich geschafft bin dabei ich lebe sogar noch ich lebe auch noch warte an der klippe zieh mich hoch ich muss mir helfen ich hab kaum ausdauer richtig nein ja perfekt oh my god sound terror des todes hier auf einmal wieder komm heran die wächter sind so laut ist so gottlos ich ein bisschen heilen oh mein gott ich bin jetzt ich bin jetzt noch mal full life neben mir fehlt ein alter ist das laut ich meine du hast bei mir wieder keine rüstung an ja ich hab nichts mehr dabei ich hab nicht mehr die no music mode an aber die wächter sind gerade wieder so laut geht in deckung nicht dass er uns da sieht ja ich bin kommt der ist übel nah bei uns dran junge scheiße wenn der hier rüber guckt dann war es das komplett er kommt hier aber nicht lang das ist das gute hier bin ich seht ihr mich ja ja aber du hast immer noch muss lino ich muss das spiel neu starten wartet auf lino ja wir warten auf lino das ist gut oh mein gott leute wir sind fast beim thronsaal ey das ist viel schwieriger als wir erwartet hatten ja ohne schild vor allem ist eine scheiß idee gewesen da hast du die dorfer repräsentieren super idee aber die also ich glaube die flüche könnten einfacher werden weil wir halt gebündelt damage machen können aber es wird trotzdem dauern weil ich habe gar keinen schaden ich mache literally nichts ich habe relativ okay schaden also auch nicht viel aber für unsere verhältnisse habe ich das meiste ja insgesamt ich habe das wenigste glaube ich also am ende wird es halt darauf hinaus laufen dass ich alleine kämpfen muss weil ich habe den einzigen schaden am ende nachher werden eure waffen kaputt sein und ich muss alleine gegen garnon oder sie kämpfen ihr werdet euch so hart teamkillen ich gehe nochmal ganz kurz auf k und ähm sagt bescheid wenn arbeitet ihr a stop okami bevor du weg bist arbeitet auf jeden fall viel mit dings arbeitet auf jeden fall viel mit pfeil und bogen weil da könnt ihr mich nicht ja 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 können uns gegenseitig nicht treffen mit anderen waffen halt schon und vor allem wenig mit bomben arbeiten ja das erst recht alter außer beim außer beim feuerflug da ist auf jeden fall oh junge da ist auf jeden fall als elementarwaffe kriegt link hat so krock fächer ja meine elementarwaffe ist einfach gut aussehen gucken wir an wann hast du gestern die 100 prozent geschafft 19 uhr oder sowas 20 uhr ich weiß gar nicht mehr genau 20 21 uhr muss es gewesen sein nach sechseinhalb stunden once again also ohne witz die die blaue hose sie sieht sie sieht so cool aus guckt euch das an freunde eins bis zehn wie gut ich aussehe wenn es keine elf vorkommt dann weiß ich auch nicht vor allen dingen weil ich auch noch blaue augen habe das sieht so cool aus ich liebe das ist ein echt tolles outfit aber mit dem blauen haaring und so weil schreiben die leute elf 9 12 12 12 11 hat so ist berg schick aus jetzt leute wir müssen uns zusammenreißen das ist nicht einfach jetzt wir müssen echt wir müssen also ich habe mir das einfache vorgestellt muss ich ganz ehrlich sagen ein sushi mit david verpasst aber auch was stimmt oh mein gott jetzt wird es hart wir müssen jetzt hier durchziehen leute ich gebe alles okay ich dachte es ist abgekackt oh mein gott ist schon wieder so laut was soll das denn ich hasse es das ist so unangenehm laut einfach wirklich ich habe gerade schon zehn dezember leiser gemacht bin da ich bin da ich bin es einfach überhaupt nicht gewonnen ich muss so hart reißen jetzt ja nur meine stärke ist das wissen nicht das combat und das muss ich mit combat reißen dass heute ja controller tauschen einfach keine ahnung wie sieht es aus ja du bist so ein lino ist da sind kann ich noch mal umziehen weil ich muss gerade neu laden weil wieder der sound auf eine millionen dezibel war so lino ja ja das ist nicht weg ich bin falsch gelaufen oder was macht er denn alles gut bist du richtig gelaufen oh mein gott hilfe ich komme nicht ich bin ja gar nichts einfach ja sie sehen mich aber ich sehe nicht muss runter springen oh mein gott ich werde anvisiert oh mein gott ich bin im kreuzfeuer ich bin ganz oben ich laufe schon wieder neu laden oh mein gott das ist nicht gut nein oh ich habe im letzten moment ins auge geschossen alter ich habe im letzten moment nicht ausgewichen war das knapp war das doch mehr das ist nicht wahr ich speichern mal oh mein gott wo muss ich hin ich muss darüber ja hier hoch hier ist aber ich also hier gehe ich mal rein ich bin tot ich habe eine fehl verloren ich kann ja nicht versteck dich doch hier hinten ich habe eine fehl verloren ich habe eine meister komm her hier bist du safe ich kann in den bossraum von hier gehen keine sorge es passt bist du da auch safe ja ich bin hier safe ich habe aber eine fehl verloren ich habe jetzt nur noch zwei feen siehst du mich hast du noch maxi durianne oder sowas maxi essen ja okay dann ist das auf jeden fall bevor du reingehst sonst wird's nichts ich esse es schild die alle hier am eingang ja ich habe jetzt muss man nicht zufälligerweise den 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 dingstrick kann ich wirklich jemand doch den ich bekannst du ich kann den wegen windfluch oder was ja ich kann den nein wir machen ohne wäre schon witzig nein 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 das ist ja das ohne aber ich kann nicht einfach die lautstärke pass die lautstärke für mich dass die anderen gut da ist alle noch mal hype in den chat entspurt ja kommt schon leute wir stehen vor dem bossraum und jetzt werden wir zufrieden wo seid ihr denn oh mein gott der moment der wahrheit wir haben einen eingang da oben direkt vorm eingang wir sind im ost des hause eingangs der haupteingang wir sind im südost eingang o kamsen und ich da gibt es ganz so ja stimmt das ist der südost eingang da wo du hochgeklettert bist dass du direkt den eingang ja ja aber da bin ich auch oder seid ihr nicht doch doch wir sind hier hat das noch einer lol jetzt gibt es so viele eingänge hier einfach im südost wenn du zentral stehst der erste von ja ich weiß ich weiß aber ich war einfach im ganz die frage ist ob lino jetzt hier raufkommt ja schaffst du es ich helfe ich helfe ich helfe ich helfe ich schaff das schon ihr bleibt hier ich helfe ihm nein leute nicht riskieren er schafft es doch doch was heißt denn was heißt denn helfen ich zeige ihm wo er lang muss du musst unsere waffen ich weiß gar nicht wo ich lang muss ja eben deswegen helfe ich dir doch einfach hoch sag mir einfach wo du bist und ich komme dann da hin ich bin jetzt bei so einem rechtergeschütz warte bist du nachgejoint ja ja da bist du doch da bist du doch du bist doch richtig lino warte ich komm zu dir siehst du mich siehst du mich ja ich seh dich komm hier lang hier am besten hier klettern hier 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 genau hoch okay so aber aber sparsam sparsam und dann hier an einer klippe einfach naja wobei schaffst du sie muss man hier rüber oh mein gott ist easy schaffst du lino okay und dann wir sind vollzählig wir sind vollzählig wird wieder angeschossen auch leute halt das 23 test ein bisschen lauter jetzt okay fast 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 also komm mit komm mit hier rein hier ein warte doch nicht wir gehen gleichzeitig leute bitte einmal vor allem alle schneide vor allem du hast schon verpäst ja alle gelbe herzen gelbe herzen auch moment ich muss kurz gucken oder machen wir es am ende ich habe 26 volle herzen jetzt mehr geht nicht ich habe das beste essen gegessen das wir im spiel haben jetzt wir müssen jetzt da rein ich mache 20 zusatz herzen und vier ich würde sagen 20 damals noch kein damage okay auch noch aber wir sollten das gute damit spust sollten unbedingt sparen für den ja ja stimmt stimmt jetzt wird richtig ich spreche ich das alle an der stelle ja mache ich mache ich leute alle hype in den chat wir machen ich glaube wir machen premiere das erste mal multiplayer durch 3 2 1 go jungs oh mein gott keine bomben keine bomben geil es ist total zum buch ich bin dafür okay ok er zieht mich dann Okay gut ich muss Headshots geben Sehr schön Junge so macht man das Aber ich mache auch gute mit meinen Headshots Das Ding ist Die Headshots sind OP bei ihm Ja das Ding ist Oh je oh je Wünschstum Headshots Jawohl ich habe ihn gegeben Okay er liegt bei mir Rauf 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 Oh mein Gott Hilfe 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 Oh der Schneider haut wieder drauf oder Ja 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 Man sieht das wenn du raufschlägst Der Wind macht so viel Schaden Der Wind macht so viel Schaden Er ist gleich tot Er ist gleich tot Macht mit Pfeil und Bogen Das könnt ihr euch erlauben Ich will nur nicht Weil wenn ich reingehe Ich habe komplett gegeben Nein oh mein Gott Beeilt euch beeilt euch Was macht ihr Bei mir hat er sich zweimal weggeportet Ich bin drauf Ich bin drauf Warum habt ihr denn gar keinen Schaden gemacht Jetzt Ich habe gar keinen Schaden Ich wurde getroffen von seinem Laser Oh mein Gott er hat so viel Schaden gemacht Oh mein Gott Ich sehe euch by the way gerade nicht Switch mal kurz die Rüstung Mein Game ist abgestürzt Ah ne ich sehe euch Nein was Wieder ein Game ist abgestürzt Bei mir habe ich keinen Sound mehr Schon wieder Oh no Sollen wir kurz warten auf Lino Wir können weitermachen Es wird ja sowieso synchronisiert Okay der Sound ist wieder da Wir sind wieder Nein 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 lass kurz Pause drücken Wir können auch warten Ich habe auf Pause gedrückt Funktioniert schon Ich habe Ich stream es eh nicht Ich stream ja eh nicht Ja aber trotzdem ist doch Die ganze Zeit Bei mir hat er sich zweimal weg teleportiert Ich habe ihm komplett die Bombenpfeile ins Auge gedrückt Dann abgestochen den Typen Der hat direkt Laser auf mich angesetzt Dann konnte ich nichts gegen machen Weil ich habe kein Schild Kein irgendwas Ich kann nicht sein Auge treffen Dann bin ich auf ihn zugerannt Dann habe ich halt natürlich getroffen Warum kackt Linus Gamer Ich glaube das liegt echt an der Grafikkarte jetzt Nein die Sache ist Am Anfang Also die Male davor War es immer Dass es nicht geladen hat Dass es da einfach Als ich den Save-File geladen hat Achso Ging es nicht Und jetzt ist es Wahrscheinlich überlastet gewesen ja Merk Bescheid wenn du wieder drin bist Gleich da Wir machen doch mehr Schaden Wir machen mehr Schaden als ich dachte Ich bin da Bin da Okay Bist du beim Wasserfluch? Ähm was Ja Wasserfluch mit dir jetzt geladen Okay da ist Lino Lino ist back L-T-Pose vor dem Wasserfluch Oh mein Gott Ich hab mich getroffen Du dumm einfach Du dumm einfach Rauf 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 Ich hab mich damit getroffen Wie lächerlich Ich bin komplett auf Wie lächerlich einfach Bam 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 Wir haben ihn komplett gegeben Bam Ich bin komplett drauf Sehr schön Junge Junge Als ob du so viel Schaden machst Ich hab auch drauf geschlagen Ich hab auch drauf geschlagen Rufel 2 wird halt eklig Da musst du gut parieren können Sonst machst du gar keinen Schaden Ja dann kann ich halt nichts machen Scheiß was mach ich da Da kann ich nichts machen Ja doch parieren Jawoll Wo ist er? Also ähm Dingsen Oh mein Gott Er hat mich durch die Wand Durch gehittet Was ist denn das für ein Betrug Arbeite mit Fall und Bogen einfach Hab ich Ich hab mich hier denn in der Säule Warte du kannst jetzt gar nichts machen oder? Schneider in der Phase Ich kann gar nichts gegen ihn machen Aus der Module Aus der Module Ich baller drauf Warte ich mach nochmal Ich muss mich irgendwo verstecken Einfach Mach Damage Mach Damage Ja Rein damit Rein mit dem Damage Oh wie viel Schaden wir machen Das ist so nice Das schaffen wir locker geil Das schaffen wir locker geil Das schaffen wir locker geil Ich muss echt Carrying Ich bin komplett drauf Oh mein Gott Das ist schlecht Oh mein Gott nein 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 Er macht sein Laser Er macht sein Laser Versuch zu dutschen Ich geb ihm gerade Ich hau rauf Ich geb ihm komplett die Headshots Oh Er ist gleich tot Er ist gleich tot Mein Buff ist gleich weg Achtet drauf Das ist der Sound bei mir weg Nein Headshot Sehr geil You got this Ganz gleich Nicht mehr viel Nicht mehr viel Wir haben kein Stasis Plus Wir haben kein Stasis Plus Ich mach jetzt Ich mach ihn Ich hab ihn Ich hab ihn komplett Ich hab komplett Headshot Yes Let's go Jetzt los To viel Das ist wirklich easy Da werfen wir die Bomben rein Wollen wir Bomben werfen? Aber wir müssen da aufpassen Den mach ich Pass auf den mach ich Nur einer Nur einer macht Ne wobei das geht gar nicht Der wird ein Kinderspiel für mich Wir müssen alle Bomben werfen Aber versucht uns Die anderen nicht zu treffen Ja Er müsste hier weg gehen Yes Yes Doch ihr habt ihn für mich genockt Let's go Oh Haku Bei mir kriegt er gar nichts Bei mir kriegt er gar nichts Oh mein Gott Bei mir ist ganz weird gerade Oh mein Gott Er ist fast Half-Life bei mir Oh mein Gott Bei mir auch Ich balle ein Ich hab ihn Jetzt messer ich ihn ab Ich messer rein da Jawoll Let's go Let's go Ey der ist ja übereasy Wir sind viel zu stark eigentlich Let's go Oder? Zu viert ist so geil Ganz kurz Geist Jeder von uns wird anvisiert Die sind aber anders Die haben nicht die gleiche Position Das wird immer ich anvisiert Schneide macht einfach Spin to win and carry Okay jeder eine Bombe Jeder eine Bombe Wir können es alle mit den Bomben machen Auf 3 auf 3 auf 3 oder? Warte 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 Lass time Lass time 3 2 1 go Bei mir ist er noch nicht Bei mir ist er noch nicht Scheiße Oh jetzt bei mir Jawoll Das ist die andere Bombe Jungs noch Das ist der komplett nocked Bei mir ist das schon nocked Egal Ich bin komplett drauf Mit dem dicken Schwert bin ich drauf Ich bin komplett drauf Boah wie viel Schaden du machst Junge Ihr macht beide Nee Selder weißt er auch Ihr macht beide Reiner 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 Alter der Damage Rauf 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 Yes Schön Das ist es Alter das war's grad Das ist es Junge der Damage Jetzt Donny Donny was Ja jetzt muss ich rassieren Ich muss jetzt rassieren Ja du bist Ich hab das Schild Und ich hab die starke Einhände Das ist jetzt eigentlich mein Job Digga hat mich direkt getroffen Perfekt Donny ist jetzt komplett mein Job Er ist auch mein Erzfeind Er ist einfach Er ist ja auch in der Wüste Komm weg mit mir Okay let's go Ich bin ausgewichen Schön ich warte Ohne Schild Aber Donny ohne Schild ist die Hölle Jawoll ich geb ihm komplett Ich geb ihm komplett Ja ich geb ihm alle Jawoll bei mir ist er noch Ich hau komplett drauf Hau den weg den Jungen Ja Oh mein Gott Er macht gar nichts Er kann nichts tun Er ist gleich Half-Life schon Jawoll Ich kann gleich ausweichen Junge ich revisiere ihn doch an Ich hasse es Ich hab Flurry Rush Ich hab Flurry Rush Ich geb ihm Scheiße Ich war auch in Flurry Rush Verdammt Wir waren zur dritte Flurry Rush Let's go Verdammt man Oh ich hasse es Das ist so ätzend Das ist so doof Das ist so doof Das ist immer seine Position wechseln Aber dann kannst du ihn nicht anvisieren Jetzt wird eklig Leute Jetzt wird eklig Jetzt wird eklig Jetzt wird ein Magnet Dann würdest wir es direkt eigentlich haben Ne ich glaub das ist gesinkt Oh Gott Ich bin der meine ja Aber mal gucken Oh 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 Das ist nicht gut für mich grad Warte mal Oh Ist es gesinkt oder nicht Ich hab ihn getroffen Nein ist es nicht Es ist nicht gesinkt Doch 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 Da hinten liegt er da hinten liegt er Rauf da Jungs Rauf da rauf da rauf da Ich geb ihm rein Ich geb ihm komplett Ich geb ihm Ich geb ihm Ich geb ihm Nein So wenig Jetzt Ich hab ihn Oh mein Gott Ich hab ihn geholt Let's go Jetzt der Finale Ich hab dich gesaved mit ner Farade Der Finale Fight Der Finale Fight Er hätte mich fast getötet Der Finale Fight Skippen oder nicht Skippen 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 Ich kann nicht skippen Ich kann nicht skippen Was ist los Was ist los Was war das denn gerade Oh mein Gott Wir sind alle ineinander Ich bin komplett Drueinander gepackt Ihr musst jetzt parieren Weg da Oh 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 Boah jetzt wird's wild Nein scheiß ich hab's verkackt Ich muss parieren Ich seh euch überhaupt nicht Ich hab pariert Ich hab pariert Ja ich hab auch pariert Oh mein Gott Ja man ja man ja man ja man Oh ich nehm ein Sorago schwer Oh Dinger machen wir Wer hittet mich Ihr tötet mich Oh es tut mir leid Hier ist Wasser Hier ist Wasser in der Stage Hier ist Wasser in der Stage Und ich kann mich nicht bewegen Guys einer von euch Hab ich fast grad literally gekillt Versuch's Ich seh euch nicht Ich seh euch nicht Ich weiß nicht wo ihr seid Ich hab gar keine Ahnung was grad abgeht Ich muss das jetzt parieren Ich hab den Feuerball wartet Okay Ich hab komplett kassiert Ich hab komplett kassiert Oh mein Gott Mein Damage buff ist weg Oh mein Gott Verdammt Ich muss komplett jetzt die hoch heilen Guys ihr durft Wir durften uns nicht gegenseitig hitten Das macht zu viel Damage Ich hab gar keinen gehittert Ist das unfair Okay verdammt Ich hab keinen Damage boost Ich hab keinen Damage boost Fuck Ja ja das macht über wenig Schaden Boah was ist los War das close Spin to win Spin to win Oh Junge wir sieh euch an Und dadurch kann ich kann ihn nicht angesehen Oh er ist an der Decke Er ist an der Decke Eila Das hat mir grad so den Arsch gerett Wir machen aber gut Schaden Oh der Wind Mir hat das Wasser gerade den Arsch gerett Oh der Wind Ich geh rauf da Ich geh rauf mit dem dicken Schwert Warte Bei mir ist er auch oben drauf Ich kann nichts machen Ich geb ihn komplett Ich bin komplett drin in dem Typen Freunde los 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 Er macht Tornados Oh er macht Tornados bei mir ja Bei dir auch Bei dir auch Du läufst einfach in den Tornados Bei mir geht ganz ganz anderes Stuff ab einfach Aber egal Was geht dir ab Oh jetzt kommt die Eisblöcke Die sind easy Die Tornados machen so viel Schaden Die Tornados auf sich echt die Treppen lassen Die sind übel Die sind richtig übel Warte ich hab ne Idee Gib ihm Du hast ein bisschen Wasser in der Stage Willst du mich verarschen Bei dir ist da einfach Wasser Ja blöd ja Oh mein Gott Okay Ich 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 Parier den Dings Ich parier den Eisblock Ich hab nochmal pariert Bam Das ist so lächerlich Ich bin so drauf Ich bin komplett drauf Ich bin komplett drauf Der Damage Damage Ich bin komplett drin Ich bin komplett drin Ich bin komplett drin Oh nee Tut das weh Er hat mir komplett gegeben mit der Stampfattacke Tut das weh Oh mein Gott Oh mein Gott Parieren Ich hab pariert Let's gooo Nein Flirrush gefailed Flirrush gefailed Weg da weg da Ich muss parieren Ich hab wieder pariert Ich hab ohne Prozente Gehexlussi Ich kann keine Laser abmachen Ich kann nichts dagegen tun Ja er macht Laser Alles klar Er macht Laser Schneide der Arme Er geht wieder hoch Er geht wieder hoch Er macht nochmal Laser Bei uns ist voll gesynkt Irgendwie gefühlt Er schießt Was denn Er macht Mini Laser Er macht Mini Laser Ja bei mir auch Mini Laser Hab ihn pariert Er fällt runter Er fällt runter Er fällt runter Easy Easy Boah ich mach so wenig Schaden Oh nee Ey er macht zweimal Mini Laser Was ist los bei ihm? Rest in Peace Ich bin tot Nein Ich hab Mini Laser reflektiert Ich bin drauf Oh mein Gott Yes sehr gut Ich bin drauf Warte ich mach jetzt dreifachen Attack Boost Guckt jetzt auf meinen Schaden Warte seht Ich hab nochmal pariert Yes Warte Leute seht ihr meinen Schaden Ich hab komplett Ich hab komplett Ich hab komplett Ich bin komplett drauf Oh der Laser jetzt Er macht nur Laser bei mir legit Ich kann nichts dodgen bei ihm Oh mein Gott Lauf 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 Ey ich hab keine Stamina mehr Bei euch ist er an derselben Stelle wie bei mir Scheiße Nein Nochmal Flemmy Blush Let's go Nein Ich hab komplett kassiert Headshot Warum hat das kein Treffer Bei mir sieht das echt düster aus jetzt Jungs wir müssen jetzt drauf da Ja 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 wir haben's gleich Ich hab ne Fee verloren Nein Yes Rauf 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 Wie will ich Schaden ich mache Das ist unglaublich Ich hab Ich bin zu langsam Komm schon Okay ich muss nochmal parieren Er macht die ganze Zeit nur seine scheiß Königsdinger Nochmal pariert let's go Oh Gott Er macht die ganze Zeit nur diesen Dreckslaser Jungs ich kann Das kann ich denn nicht Ich krieg's nicht hin Ausgerechnet bei mir Ich krieg's nicht hin Rauf 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 Mach Damage Yes Yes Ja man richtig schön Damage Richtig schön Damage Das war echt voll wenig Schaden Actually Jetzt kommt der Feuerball Ich muss den Feuerball blocken Okay ich hab nochmal gedoscht Ja ich muss nochmal parieren Nochmal parieren Wir haben ihn Ich bin drauf Ich bin drauf Ich bin drauf Wir haben ihn Wir haben ihn Ich mach ihn Ich mach ihn Ich hau drauf Mit dem Tag move Yes Ich habe in der zweiten Phase nicht ein abgezogen. Ich bin nur weggelaufen, wirklich. Junge, wir waren eigentlich viel zu stark. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so strong sind. Weiter, jetzt ist es noch nicht zu Ende. Noch nicht zu Ende. Jetzt wird es richtig lustig. Leute, wir hätten uns nicht so lange vorbereiten müssen, no joke. Das war ja doch relativ entspannt. So, ich habe einen Lichtbogen, let's go. Ich habe auch einen Lichtbogen. Was? Ich habe auch einen Lichtbogen. Guckt mal her, guckt mal wieder. Freunde, Freunde im Chat, guckt mal im Livestream, wie das aussieht. Schaut euch den Zelda-Meister an. Oh nein, ich bin tot, er hat mich weggelasert. Was? Ja, ich habe mich hingeguckt. Der Laser, der Laser, der Laser. Bist du ganz gestorben? Ich bin komplett gestorben. Also ich bin nicht da, ich habe jetzt aber eine Fee verloren. Ach so, okay. Oh mein Gott. Zelda-Meister, pass auf. Nicht vom Laser treffen lassen. Was ist das für ein Mond? Ich glaube, da kommt ein Blutmond bei mir. Das ist Lino. Leute, das sieht so lustig aus. Ihr reitet einfach in der Luft. Ja, Mann. Warte, wir können... Kommt der Jungs. Ah, ich kann noch die Lanze. Was passiert jetzt? Siehst du die Lanze drin? Moin, du Kamsen, dreh dich mal um. Dreh dich mal um, hallo. Ja, ja, ey. Warte, wir müssen auf die andere Seite, oder? Wir müssen auf die andere Seite. Ja, er tritt voll auf mich drauf, Digga. Er tritt voll auf mich drauf, einfach. Oh mein Gott. Oh, ist auch auf mich drauf. Ich schieß drauf, ich schieß drauf. Mein Pferd stirbt, mein Pferd stirbt. Los. Schieß drauf, schieß drauf. Hab nochmal getroffen, glaube ich. Ja, bei mir ist das schon Half-Life, hä? Hä? Das macht gar keinen Sinn. Hä? Ich hab drauf getroffen, ich hab drauf getroffen. Hä? Bei mir ist er fast tot. Ja, wir können ihn fast, wir können ihn besiegen. Könnt ihr doch alle treffen? Hä? Klappt das? Ja, ich schieß drauf. Ich hab's, ich hab's. Wir haben ihn, wir haben ihn. Hä? Wie dumm. Das war's. Wie war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Yes, wir haben das Spiel. Wir haben einfach BOTW zu 4 durchgespielt. BOTW zu 4. Wie dumm. Skipp dir die Kassen. Was dumm, Alter. Geil. Ich lass die gerade noch laufen. Ich lass die gerade noch laufen. Lass die auch laufen. Es war soo gut. Es war soo witzig. Wir haben's. Es war soo lustig. Oh mein Gott. Das war tatsächlich gerade der Weltrekord für Dark Beast. Ja, glaub ich. Einfach noch ein Weltrekord gemacht. Einfach noch ein Weltrekord gemacht. Einfach noch ein Weltrekord. Einfach noch ein Weltrekord gemacht. Wir haben eine Premiere gemacht. Das erste Mal. Wir sind die ersten 4 Leute der Welt, die BOTW scheinbar auf Video durchspielen live. Geil. Und da haben wir noch ein Weltrekord für Dark Beast Cameron. Ich bin ehrlich, aber ohne Schneide und Zelda Meister hätten wir das glaube ich nicht geschafft, oder? Ich glaube auch. Wir haben nämlich gar keinen Schaden gemacht. Ja, bei den Flüchen. Es ärgert mich so, dass ich nach den Flüchen nichts mehr zu tun hatte. Junge, ich hab so viel Schaden. Ich hatte einfach Attack Boost Nummer 3. Insane, insane. Ich hab pro Schlag. Junge, meine Waffen waren so heftig. Ich hab mit dem Säbel da reingeballert, dass er doppelt so viel Schaden gemacht, wie ein Kramsons großes Schwert. Was war das denn? Wir haben es geschafft, Leute. Oh mein Gott. Schön, Jungs. Richtig gut gemacht. Das war's. Let's go. Alter. Lass skippen. Mein Game ist gecrashed, by the way. Perfekt dazu. Ja, Leute. Wir sind jetzt auch durch, oder? Wir sind jetzt durch. Wir sind durch, Alter. Wir sind durch. Meine Lieben. Das war ein geiles Event. Mein Spiel hat gerade 4 Stunden geknackt. Meiner auch. Genau 4 Stunden. Geiles Event. Wirklich. Genau 4 Stunden. So wie es eingeplant ist. Ich hab doch gesagt, wir brauchen 4 Stunden, Jungs. Schade mit den Technikproblemen, ne? Ja, ja. Das war ein bisschen rip. Oh mein Gott. Er ist auch gecrashed. Bei mir ist auch gerade gecrashed. Mein Game ist jetzt auch gecrashed. Anscheinend kann es mit den Credits nicht. Ja, bei mir auch. Ach nein. Leute, ihr seht mein Screen. Wollt ihr noch was zum Chat sagen? Oh mein Gott. Ja. Junge, was soll ich sagen? Das war für mich das bisher geilste BOTW Event auf YouTube. Also... Muss ich auch sagen. Muss ich auch sagen. Das war schon wirklich krass. Ich weiß nicht, wie das beim Zuschauen... Was ist eure Meinung? Leute, schreibt mir in den Chat, wie ihr es fandet. Seid mir ehrlich. Seid ehrlich. Was meint ihr? Das war schon richtig schmackofatz. Ich fand's geil. Ich fand's saugeil. Das war mega. Ich hab nichts erwartet und hab einfach alles bekommen. Darauf erst mal ein... Wissst ihr, was Zelda Connection schreibt? Lol. Morgen gleich nochmal. Einfach heftig, Junge. Morgen gleich nochmal. Ja, Jungs, morgen nochmal. Es war wirklich geil. Es war wirklich geil, Leute. 50 von 10, sagt einer. Nice. 50 von 10, so muss das. Schmackofatz. Ihr habt alles aufgenommen, ne? Yes. Ich hab's aufgenommen, aber die Aufnahme ist abgebrochen in der Mitte, sehe ich gerade. Oh nein. Möglichstweise das Standbild. Standbild. Okay. Kann man mitarbeiten, kann man mitarbeiten. Ich hab alles. Verabschiedet euch schonmal von meinem Chat. Ich werd nämlich jetzt nochmal kurz die Spenden vorlesen. Jawoll, dann haut rein, Wolf. Gute hat übelst Bock gemacht. Danke für den ganzen Support. Mega. Und ich würd halt sagen, wir sehen uns jetzt in den nächsten Tagen in der nächsten Folge Heidens Sieg, oder was? Eventuell auf meinem Kanal. Eventuell auf schnelles Kanal, richtig. Ich würde... Ist es bisher... Ist es jetzt erstmal die letzte? Was meinst du? Folge Heidens Sieg? Ja. War erst mal die letzte. War erst mal die letzte. War erst mal die letzte. Okay. Dann sagen wir es nochmal an. Ich glaube nicht, dass die dritte Staffel kommt. Freunde, wir haben es jetzt so gemacht. Das war ein besonderes Stream-Event, das wir geplant haben. Hat auch ultra viel Spaß gemacht. Das bleibt online. Also die VOD könnt ihr schauen. Eventuell werden wir das auch im Video verpassen. Dann könnt ihr das auch gucken. Bei mir kommt auf jeden Fall ein Video. Bei mir kommt auf jeden Fall ein Video. Bei mir denke ich auch. Bei mir denke ich auch. Die nächsten Tage gibt es bei Schneider auf dem Kanal. Noch die allerletzte Folge Heidens Sieg in der zweiten Staffel. Am Montag genau. In Hateno. In Hateno. Am Montag. Ja, Mann. Hat richtig Bock gemacht. Tschüss an die drei. Ob wir dann eine dritte Staffel machen, eher unwahrscheinlich, aber wir wollen mal gucken. Man weiß ja nicht. Wird sehr, sehr knapp. Wird sehr, sehr knapp. Ansonsten könnt ihr gespannt sein, was wir eventuell noch geplant haben. Aber es hat richtig Bock gemacht heute. Heftig. In dem Sinne. Ich wünsche auch eurem Chat erstmal alles Gute. Jo. Und ich hoffe ihr hattet einen geilen Stream. Jawoll. Und wir hören uns gleich nochmal. Alles gut. Macht's gut. Ja, wir quatschen nochmal. Easy. Alright. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Okay. Haut rein. User disconnected from your channel. Ja, Chat. Was soll ich sagen? Das war für mich das mit Abstand schönste Projekt von BOTW auf ganz YouTube. Und das erst recht im deutschsprachigen Kanal. Es hat unglaublich viel Bock gemacht die Zeit die letzten Wochen mit den Jungs. Es klingt fast wie ein Abschied. Irgendwo ist es das auch, aber eigentlich nicht. Ähm, ich kann das ja nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir hatten die Idee mit dem Heiden Sieg in der ersten Staffel. Ähm, ja. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es war krass, die anderen Jungs zu treffen und mal nicht alleine aufzunehmen. Mal nicht ein Skript zu schreiben, sondern einfach die Konsole anzumachen. Und mit den Jungs zu spielen. Es hat schon wirklich unglaublich viel Bock gemacht. Jetzt das Event dazu. Das hatten wir als Highlight geplant. Vier Stunden sind aufgegangen. War heftig. Also war wirklich, wirklich heftig. Erst haben wir zusammen das Plateau gemacht. Haben da zusammen... Boah, der ist so episch. Wir haben da zusammen die ganzen Schreine abgeschlossen. Haben gegenseitig Zeichne mit Währung geteilt. Dann sind wir vom Plateau runter gegangen. Haben alle unsere Waffen weggeschmissen. Haben uns aufgeteilt. Okamsen und Schneider sind in den Osten. Lenkatsu und ich sind in den Westen. Haben beide zusammen was gemacht. Dann haben wir uns alle nochmal getrennt. Da sind alle vier Leute ihren eigenen Weg gegangen. In alle Richtungen von Hyrule. Nicht in die Wüste. Ganz unten links. Lenkatsu ist in den Weiten des Hebragebirges unterwegs gewesen. Okamsen hat sich im Sora-Gebiet umgeguckt. Und Schneider in den feurig heißen Vulkan. Das war einfach Wahnsinn. Dann treffen wir uns alle. Und stürmen zusammen das Schloss. Repräsentieren noch ein allerletztes Mal für BOTW. Alle vier Völker. Die Hauptvölker die es in diesem Spiel gibt. Ich hoffe wir konnten den Job der Recken ganz gut erfüllen. Die leider nicht mehr unter uns sind. Mal sehen was das neue Spiel für uns offen hält. Aber wir repräsentieren die Recken jetzt erstmal so lange wie die Neuen da sind. Und es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Die Heidens Sieg Folgen. Zweite Staffel. Ist unglaublich gut geworden. Ich bin mega stolz drauf. Wir haben jetzt die dritte Folge bei mir mit Kakariko gesehen. Jetzt kommt am Montag noch die letzte Folge in Hateno. Ich bin schon fast Tizer. In Hateno kann ich mal so viel sagen. Ich habe richtig abgerissen. Ich war sehr sehr gut. Für mich ist das wahrscheinlich die mit besonderste Folge von allen Heidens Sieg Runden. Ich empfehle euch sehr stark, dass ihr das guckt. Ich mache euch mal die Musik ein bisschen lauter. Und ja was soll ich sagen. Vielen Dank für den Support heute. Wir hatten ja auch heute Vormittag schon einen Stream, der ungefähr eine Stunde geht. Ich kann nichts sagen. Also da waren ungefähr 400 Leute durchgängig bei mir im Stream dabei. Obwohl wir nicht mal angefangen haben zu spielen. Es gab nur technische Probleme. Dann haben wir abgebrochen. Haben jetzt nochmal neu gestartet. Auch vielen Dank an alle Leute wie Unknown zum Beispiel oder Zelda Connection, die den gesamten Stream dabei waren. Natürlich auch alle, die nicht komplett dabei waren, weil vielleicht die Zeit gefehlt hat. Aber es ist einfach immer unglaublich schön. Und ich kann es immer nur noch wiederholen. Vor ein paar Jahren, vor zweieinhalb Jahren, saß ich hier und habe das Spiel alleine gespielt. Und jetzt trifft man irgendwelche Menschen auf der gesamten Welt. Zum Beispiel wie die Jungs jetzt. Und man setzt sich einfach jeden Tag zusammen. Ist im Discord unterwegs. Jeder macht seinen Content. Wir versuchen die ganze Zelda Community auf Deutsch so gut es geht zu unterhalten. Ich mache gerade das Ende meines Abis und ich habe tausende Leute, die mir zuschauen. Teilweise streamen wir um 0 Uhr in der Nacht und es sind hunderte Leute dabei. Einfach hart. Also, ja, hätte ich vor zweieinhalb Jahren niemals erwartet. Es ist halt wirklich einfach, ja, habe mir ein Zuhause gegeben. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Zeit von BOTW ist jetzt zu Ende. Bei mir wird vielleicht noch ein Video kommen, ein Stream. Das war's. Dann bereite ich mich vor. Ich habe gerade ein anderes Projekt angefangen, das uns auch in Tears of the Kingdom ja all die Jahre begleiten wird. Das wird unglaublich toll. Ähm, ansonsten möchte ich mich hier nochmal bedanken für die Zeit. BOTW war wirklich ein heftiges Spiel. Ich habe davor nie wirklich Story-Spiele alleine gespielt. Ähm, habe mich dann jetzt hier so ein bisschen alleine reingetraut damals bei BOTW. Habe mit den Tipps und Tricks angefangen. Konnte Leuten helfen. Habe dann selbst angefangen, so ein bisschen Story-Sachen zu spielen. Damals mit meinem Skaften-PC, wo eigentlich nichts funktioniert hat, haben mir trotzdem so viele dabei zugeguckt und mir geholfen bei Master Mode. Und jetzt sind wir hier. Wir sind 60.000 Leute in der Community. Die Communities vereinen sich momentan zusammen. Wir wachsen alle als große Familie zusammen. Das ist unglaublich toll. Und ich spreche jetzt für mich und die anderen drei, wenn ich sage, dass wir versuchen, das Ganze in Zukunft auch sehr stark beieinander zu halten. Und sehr viel miteinander machen zu wollen. Vielleicht geht das auch mal über BOTW hinaus. Wird er nicht auf diesem Kanal kommen. Aber ja, ich bin super glücklich. Ich werde jetzt heute erstmal gleich richtig gut essen und danach schlafen gehen können. Heftiges Event. Dann, ich sage es nochmal abschließend. Vielen Dank für den Stream. Vielen Dank für die Unterstützung. Auch mit den Tipps. Zum Beispiel mit Magnetmodul und der Waffe unter dem Stahl Hinox. Und ansonsten einfach noch vielen, vielen lieben Dank. Das wird aber vielleicht nochmal ein offizielles Video kommen. Für die letzten zweieinhalb Jahre, die ich gespielt habe. Weil mit BOTW geht auch eine Ehre zu Ende. TOTK eröffnet zwar eine neue Geschichte. Aber das hier wird halt für immer der Anfang und die Herkunft des Kanals bleiben. Von daher, ja, vielen, vielen lieben Dank. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream, Freunde. Haut rein. Tschö, tschö. ... Achso, bevor ich abhaue, ihr sitzt hier gerade noch, könnten wir bitte als letztes Mal, Gott, das klingt so traurig, könnten wir bitte als letztes Mal noch in einem Livestream alle mal ein blaues Herz da lassen, das wäre richtig cool. Ich mache auch mit. Ich glaube, ich kann hier irgendwo schreiben. Einmal rein, dann einmal hier, hier. Haut mal alle ein blaues Herz rein, wenn ihr es findet. Blau, falls die Leute es noch nicht verstanden haben, ist übrigens die Farbe unseres Kanals, deswegen. Ich mache den Anfang. Rein geht's. Zack, blaues Herz. So, dann verabschiede ich mich jetzt wirklich und genieße die blauen Herzen. Tschüss, tschüss. Musik 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 Musik